Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Nürnabuda. Ein großer Tag bricht heute an. Nach Entscheidung der Community, die sich eindeutig dafür entschieden hat, brechen heute die Helden der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition auf eine weitere große Reise auf. Und wenn dabei nur eine Sache durch die Gegend geworfen wird, dann werde ich dieses Skript aus dem Fenster schmeißen. Ja, die Community hat sich entschieden, ich werde es wohl bereuen. Wir beginnen heute mit Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Returns. Aber dumm! Ich habe bereits wieder ein, zwei Dinge gesehen, während ich übersetzt habe, aber nicht viel. Die Sache ist die, ich habe das Gefühl, das bisschen Jugendfreiheit, was wir letztes Mal noch zwischen den sexuellen Belästigungen von Bisasam hatten, ist dieses Mal auch abhandengekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich einfach ein Kapitel die Folge machen werde, an sich hat sich eigentlich alles ein bisschen gekürzt durch das Ganze. Deswegen ist es halt logischerweise ein bisschen kürzer, die Kapitel. Ich bin ein Genie. Andererseits werde ich halt selber ein bisschen mehr dazu sagen. Das heißt, vermutlich werde ich so die Länge an sich beibehalten, nur wahrscheinlich die Kapitel von Flonk und Bisasam. Am Anfang werde ich zusammen nehmen, weil die ohnehin schon sehr kurz sind. Ich weiß, dass vor allem am Anfang viele Dinge relativ normal sind, aber das werden wir ja gleich sehen. Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Returns. Aber dumm. Reborn Hopes. Kapitel 1. Eine neue modische Geschichte in der Apokalypse. 287. So viele Tage sind unterdessen seit dem Tag X vergangen. Der Tag X war der Tag, an dem unser Versuch, Günther zurückzuholen, gescheitert war. Tag X war der Tag, an dem die dunkle Macht die Überprüfung über Lord Ecke an sich riss. Niemand ist gegen die Macht dieses Wesen gewappnet. Hätten wir es nicht geschafft, das reine Detail rechtzeitig zu zerstören. Daraufhin wäre jene Welt per se am Ende. Wir, das sind die Reste unseres einst glorreichen Teams. Hydropi, der ehemalige Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle. Nick Schosmer, der Herrscher des Lichts. Nicht ganz richtig, Hust. Latias, eine Meisterin der psychischen Kräfte und das erstmalige Opfer der dunklen Macht. Dieser Sam, Nick Schosmers ehemaliger Agent und mein bester Freund und ich, Floink. Ich bin gewissermaßen lediglich ein herkömmliches Pokémon mit einer unbedeutenden Nebenrolle in diesem Team. In den Zeiten, in denen die Welt noch lebte und keine Apokalypse herrschte, hatte unser Team noch zwei zusätzliche Teilnehmer. Lord Ecke und Günther. Günther kam eines Tages aus einer sonstigen Welt zu uns mit der Aufgabe, dem Auserwählten in der Schlacht gegen die dunkle Macht zur Seite zu stehen. Lord Ecke war eben dieser Auserwählte. Okay, erster Abschnitt, fass zu nochmal. Was ist denn da los? Wir glaubten damals bereits, dass wir gewonnen hatten und die dunkle Macht für jeder Zeit aus unserer Welt verbannt war, als Günther sich opferte und sie mitnahm. Und dieser Tage sind wir hier, in einem kleinen verborgenen Bunker, versteckt in einem namenlosen Wald. Außerhalb herrscht die Apokalypse und das Land ist zerstört. Am Himmel schweben schwarze Wolken, die rot funkeln. Die mehrheitlichen Pokémon, die gegen eben diese Macht rebellierten, weilen längst nicht mehr unter den... Längst lange nicht mehr unter den Lebenden. Um akkurat zu sein, es lebten noch exemplarisch drei 834 Pokémon, die der dunklen Macht Tribut zollen und fünf Rebellen. Diese fünf sind wir. Ich hab das Gefühl, bisher ist es wirklich nur die Allmann-Version. Doch heute, an dem Tag, an dem ich dies schreibe, ist endlich die Hoffnung in unsere Herzen zurückgekehrt. Necrosma hat die Nähere gegen Binnen des Waldes nach Spuren von Feinden durchsucht und hierbei ein wenig gefunden. Es sieht aus wie ein Splitter, doch jener Splitter leuchtete grün auf. Nach diversen Stunden hatte Necrosma den Splitter fertig untersucht. Dieser Splitter ist ein Teil einer Seele, ein Teil von Günthers Seele. Necrosma sagte, per den Einfluss, den Günther zu Lebzeiten in solcher Welt verbreitete und die Hoffnung an eine Rettung, müssten sie in allen Teilen der Nation aufgetaucht sein. Das farbige Licht stünde für eine Besonderheit einer Seele. Im Fall einer grünen Seele wäre dies Geduld. Mit diesen Erkenntnissen waren wir einig und entschlossen, uns nicht längere Zeit zu verstecken. Wir brechen auf. Wir werden die Elemente von Günthers Seele finden und aufs Innovative zusammenführen. Günther wird zurückkehren und mit ihm die Hoffnung. Mit ihm haben wir eine Chance gegen den dunklen Gott. Seite 1 Lagebericht sehr normal. Also bin ich echt überrascht. Ich habe hier eine Seite geskippt. Laut Nick Crossmas sollte es insgesamt sieben Abschnitte von Günthers Seele mit sieben verschiedenen Merkmalen geben. Die folgenden Elemente... Leute, ich nehme es zurück. Wir beginnen mit einer Aufzählung meiner drei Lieblingsfarben. Die folgenden Elemente sind Grün, Gelb und Teppichboden. Teppichboden. Was? Meine Lieblingsfarbe. Grün, Gelb und Teppichboden. Geduldig, geduldig und fair. Oh ja, gleich zweimal geduldig. Im Vergleich sind sie jedoch immer noch nicht wichtig. Noch wichtiger sind Dunkelblau, Blau und Grün. Die sich durch Loyalität, Hilfe und Mut auszeichnen. Dann fehlt noch die siebte Folge. Das wichtigste von allem, ohne zur Seele zu gehen, ist, dass es auch für Gerst... 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 Besonders relevant ist Bestimmen. Wenn dies nicht der Fall zu sein scheint, müssen wir natürlich in der Lage sein, jede Seele zu erreichen, damit wir natürlich stolz zu Günther zurückkehren können. Aber er wird machtlos bleiben und eine oder mehrere Eigenschaften besitzen, die wir von ihm kennen. Ohne Probleme verlassen. Gut, der nächste Abschnitt hat alles, was ich vorher gesagt habe, widerlegt. Meine Lieblingsfarbe Teppichboden. Leider ist es nicht einfach zu berechnen, welche Teile davon gebildet werden. Daher müssen wir unseren Fettgehalt ausreichend abschätzen. Ganz, ganz arg dolle viel bei mir. Ähm, ich meine... Eine davon wird Silberdorfs Verteidigung sein, aber wir werden dort verurteilt. Sorry, Silberdorf ist der Ort, an dem die Dunkle Macht als Hauptzentrum ihrer Weltherrschaft ausgewählt wurde. Und wir hofften direkt, dass sie nicht Teil davon sein würde. Stattdessen machten wir uns als erstes Ziel auf den Weg zu einem völlig neuen Ort. Der Stadt der Schätze. Mit dem ersten Geist im Gepäck machten wir uns endlich heimlich auf den Weg. Wir wussten, dass wir keine Angst vor einem anderen Pokémon Zoroak haben würden. Sie verdienen es, dass die schwarzen Kräfte vorerst überleben. Aber sie hoffen auf Erlösung. Als wir die ersten Stunden fuhren, sah in dieser Gegend alles fantastisch aus. Die Apokalypse ist wunderschön. Alle Bäume im Wald sahen hässlich aus und das Gras war trocken. Ich konnte mich noch nie so sehr mit einem Baum identifizieren. Alle schönen Orte und Karten, aus denen dieser Ort besteht, sind Dinge, die nicht erkannt wurden. Überall gab es nur eines. Zerstörung. Überall, wo ich hinging, wuchs mein Hass darauf. Wir hatten auch viele Pokémon dort. Solange wir auf eine Weise anbeten, die die Welt vor der Unterwelt rettet, sind viele Dinge, die geschehen sind, noch nie zuvor geschehen. Ich schwöre auf einer solchen Reise, dass die dunkle Macht ihre Strafe erhalten wird. Wir haben alle auf fast keine Weise auf unsere eigene Weise darüber gesprochen. Hä? Alle waren aufgeregt und die Atmosphäre war fantastisch. Ja, nicht ganz die Message. Die Apokalypse ist wunderschön und alle waren gut gelaunt. In den letzten Monaten haben sich all meine Freunde drastisch verändert. Es scheint, dass sie in den meisten Zerstörungen verloren sind. Wir sagten kaum ein Wort miteinander und ich hielt meine Tage vom Zählen ab, weil wir nie ins Bett gehen konnten. Ähnlich Bulbasaur. Er war ein paar Jahre lang mein bester Freund und in fast all meinen früheren Erinnerungen an ihn war er schön und stark. Aber auf diese Weise kann die Welt sicher ihre gesamte Lebensenergie aus dem motiviertesten Pokémon ziehen. Eine halbe Stunde später entschied ich, dass sie diesen Weg nicht gehen konnte. Solange es meine letzte Erfahrung war, mussten wir es noch als Team erleben. Meine Leute! Ich weiß, dass sie alle anfangen, die Hoffnung zu verlieren. Aber bitte, es spielt keine Rolle, wie sich diese Erfahrung entwickelt. Wir haben viel Einheit durchgemacht. Wir haben viel Erfahrung. Wir haben viel Team. Oh Gott! Also bisher finde ich sehr gut. Es ist näher am Original, aber die Dinge, die anders sind, haben wirklich einen schönen Gag. Die Farbe Teppichboden. Wir haben viel Team. Schwör auf mein Auge. Wir sind ein Team. Bitte, lassen Sie uns diese Erfahrung auch als eine betrachten. Wir müssen versuchen, zu tun, was wir können. Also, wer ist in all dem? Wenn es bereits die Vergangenheitsform ist, dann lassen Sie bitte sofort den Schweinemund fallen. Was war das für ein Satz? Alle anderen starten auf mein Schweigen. Plötzlich fing Bullbasser an zu weinen. Okay. Ich glaube, die Rede hat nicht funktioniert, aber was erwartet man auch bei der epischen Ansprache? Wir haben viel Team. Das wird wahrscheinlich der Titel dieser Folge, wenn es nicht meine Lieblingsfarbe Teppichboden wird. Es war das erste Mal seit einem halben Jahr, dass er dies tat. Es war sehr angenehm. Okay. Floink ist in der Walross-Edition in Doma definitiv ein leicht gestörter. Ich meine, wisst ihr noch, wie er im ersten Teil versucht hat, alle zu kontrollieren? Und jetzt findet er es sehr angenehm, wenn seine Freunde weinen. Sag mal, Floink, sollte es nur von deiner Seite sichtbar sein? Jetzt starte ich Bullbassar leise an. Bullbassar, ich habe dir gerade einen abenteuerlichen Vortrag darüber gehalten, wie wir versuchen sollten, in diesen schwierigen Zeiten zu bleiben und unsere Hoffnung zurückzuhalten. Was? Ich glaube, das war nicht das Thema der Ansprache. Und der Einführungstext, den du daraus ziehst, ist eine Enttäuschung für mein Aussehen. Wie es für mich bestimmt war, bedeutete es für mich. Plötzlich fingen alle an zu lachen und machten nach ein paar Minuten Pause. Ich fand es akzeptabel, ein paar Dinge zu tun und dann machten wir uns mit klarer Motivation auf den Weg. Als Team hätte das tun können. Die Stadt der Schätze war einst ein stolzer Ort. Eine pulsierende Stadt mit vielen Einwohnern. Stadt mit Knuddeluft. Geriess. Alles klar? Dies ist jedoch überhaupt nicht der Fall. Was erhalten geblieben ist, ist die Basis für das Verbrennen einiger Säulen auf dem Markt. Oh mein Gott, es ist die Basis. Der Rest war komplett weg. Das Leben war nicht mehr hier. Mein Alltag in einem Satz zusammengefasst. Es war das gleiche Szenario, das überall akzeptiert wurde. Aber es hat mich hier verletzt. Treasure Town hat die Region investiert, seit ich in dieses Land gekommen bin. Es war ein Rückzugsort. Eine sichere Basis. Aber dieses Zeichen der Hoffnung verschwindet selbstständig. Danke dafür. Es war alles sehr deprimierend und ich wollte sofort hier raus. Können wir uns bitte beeilen? Dies ist ein grausamer Ort. Du hast gerade gesagt, wir sollten uns so über eine Erfahrung freuen, die Floing akzeptiert. Du musst versuchen, sie positiv aussehen zu lassen. Wir konnten keinen Ausweg aus einem solchen Ort finden. Ich wusste, dass es real war und dieses Gewissen. Mein Schmerz machte mich nur krank. Ich war hoffnungslos. Ich hatte ihnen klargemacht, dass wir alles geben sollten, was wir konnten. Und ich wachte auf. Warum in einem Moment? Solange wir es tun würden, was nicht möglich genug ist, was würde es tun? Was? Solange wir es tun würden, was nicht möglich genug ist, was würde es tun? Diese Welt wird nicht wieder gut sein. Floing, ich weiß, dass sie es bereuen. Sie werden die Hoffnung in diesem Bereich verlieren, wie wir alle. Aber bitte, bitte, reiß dich zusammen. Wenn wir nicht für uns selbst kämpfen, dann kämpfe für den Rest. Du bist mein bester Freund. Ich weiß, dass du stark genug bist. Gunthas letzte Worte nach dem Krieg gegen die dunklen Kräfte, denken sie. Solange sie warten, wird es Hoffnung geben. Außer bei der deutschen, weil ich meine, den letzten Teil habe ich bestimmt nicht dazu gedichtet. Diese Bestrafung war nicht nur wahr, Lord Ecke. Sie bedeutete uns allen viel. Ich storniere sie, auch wenn er sich nicht verteidigen kann. Lord Ecke ist an einem Ort wie diesem und vertraue uns mit uns. Er hofft auf uns, wie wir alle. Heutzutage gibt es keine Zeit für Verzweiflung. Diese Zeit ist zu handeln. Er sah mich trotz allem mit Verständnis zuversichtlich an. Erwarten Sie keine Schwäche. Lass das, was ich weiß, der Fall sein. Es war mir peinlich, dass Bulbershorn mir alles heutzutage erklären musste. Floyke ist wohl ein bisschen dumm. Obwohl ich ihm tatsächlich dasselbe gesagt hatte. Aber es war gut, es wieder von jemand anderem zu hören. Trotzdem waren wir uns einig. Tat, was wir wollten. Nehmen Sie uns die Sammlung der Schatzstädte ab. Da die Stadt, wie ich bereits erwähnt hatte, nicht mehr enthalten war. War unser Hauptansprechpartner der Toheido-See. Ja, viel Spaß beim Ansprechen. Der wird nicht antworten. Der See. Der Ort, an dem wir nach den Elementarkristallen suchten. Ansonsten ist da nichts. Wir muss... Ich bin verrutscht. Da mussten wir nach kurzer Zeit sehen. Aber als wir beschlossen, die Schatzstadt zu leiten, nahm unsere Reise eine drastische Wendung. Ein alter Freund blieb vor der Tür des Toheido-Sturmes stecken. Stehen, nicht stecken. Lord Ecke ist heutzutage berühmter als die Dunkle Macht. Ich denke, Lord Ecke ist tatsächlich ein berühmterer Fanfiction-Charakter als die Dunkle Macht. Erstens kam er auch im Team Himmel Let's Play vor. Zweitens, Lord Ecke kommt schon am Anfang der Warhaus Edition 1 vor und viele werden nicht bis zum Punkt gehört haben, an dem die Dunkle Macht kam. Daher stimmt das. Glaubst du, ich werde nicht gewarnt, wenn du den Rauch los wirst. Du bist der Letzte, der sich widersetzt. Du 5. Ähm. Das Du 5 habe ich auch nicht hinzugefügt. Dies ist eine Rebellion gegen deinen König. Wir machen das, was wir machen. Das stimmt. Kann ich jetzt nicht widersprechen. Hier können wir dich in keiner Weise stören. Nick Schossmer versuchte wissentlich, die Luftwaffe in einer solchen Situation klarzumachen, dass es nichts damit zu tun hatte. Wir hatten, wir haben Angst, aber die Kugel kam von hinten. Ich weiß bereits, dass es keine Fehler gibt, aber gleichzeitig kommst du zurück und bist tatsächlich verwirrt, dass mein Arschloch schon lange in diesem Bereich ist. Was? Das steht da wirklich? Was? Ja, so viel zum Thema mit Jugend frei. Aber gleichzeitig kommst du zurück und bist tatsächlich verwirrt, dass mein Arschloch schon lange in diesem Bereich ist. Dafür musst du opfern. Tu deinen Gott. Der Geist verschwand und das Bild von Tohaido begann. Der Stein hinderte uns daran zu gehen. In der nächsten Stunde kam alles zusammen und wir gingen tief in Richtung der Mutterfelsen unter der Hälfte. Kapitel 2 Der Necrozma Vorfall Diese Adventure Edition wurde nicht von Floyd geschrieben. Persönlich kann ich jetzt nur noch Necrozma sagen. Am nächsten Tag befand ich mich in einer seltsamen Höhle. Ich stehe auf einem weichen Cock Okay und ein Sonnenstrahl fällt schnell vom Himmel. Ich war am Leben. Ich war unter dem Fuß des Tohaido Typs gefangen. Was? Was? Aber ich wusste nicht, was mit den anderen passiert ist. Ich analysierte das Gebiet auf Auren und fühlte wirklich eine Art Auren, die das Profil meiner Freunde teilten. Sie lebten auch. Mit diesen positiven Gedanken stellte ich fest, dass ich mich zum ersten Mal in der Höhle umsah. Hier war es egal. Die Sonnenstrahlen waren auf einem kleinen See, der so klein war, dass man ihn für einen Teich halten könnte. Vor mir lag ein langer unruhiger Korridor. Wie kann ein Korridor unruhig sein? Ich wusste nicht, was ich sonst noch für ihn tun könnte, also beschloss ich ihm zu folgen. Die Reise war immer ununterbrochen. Ich stand nicht auf und rannte und rannte. Also rennt Necrozma im Sitzen. Es fühlte sich an, als wäre ich viele Stunden unterwegs. Ich denke, es wäre möglich, dass eine tote Seele niemals eine solche Höhle gesehen hätte. Das kann allerdings sehr gut sein, da tote Seelen in der Regel gar nicht so viel machen wir weiter. Es musste Millionen dauern. Jetzt mache ich hier einen auf Mathe Lehrer oder einfach auf irgendeinen Lehrer. Eine Million was? Äpfel, Birnen, Jahre, Teppichboden. Nach einer Weile bildete sich endlich ein wenig Dunkelheit um mich herum. Aha. Es wurde immer länger und meine Augen waren gezwungen das Licht wieder zu sehen in der Dunkelheit. Als ich endlich alles wieder fand, war ich auf meiner alten Basis. Der Ort, an dem ich mich zu der Zeit befand, war extrem nekrotisierend und verbrachte einen Großteil meines Lebens dort. Ich war bei Bewusstsein. Dieser Mord war am Ende unserer ersten Erfahrung besonders verheerend. Okay. Also, wir wissen, dass Nick Crossma auf jeden Fall was für so ein bisschen rumstechen, wenn ihr versteht, so ein bisschen zack, zack, Massenmord hat er offensichtlich nix gegen. Er befand sich mitten in einem Erfolg beim Bau gegen die dunklen Kräfte. Vor mir stand eine Maschine. Jetzt war es vorbei. Er war immer noch sehr verloren, aber ich erkannte ihn auswendig. Sonnenlichtmagazin. Ist das eine neue Zeitschrift von Herausgebern der BILD? Vor vielen Jahren habe ich Wochen, sogar Monate recherchiert. Dann habe ich Latias getroffen. Eines Tages sah ich das Wir kehren zurück zu etwas, das ich in der ersten Valros Edition super fand. Latias ist wieder männlich. Eines Tages sah ich, dass er ein wenig einsam und geistig unter dem Wald der Seelen war. Er schien zu schnüffeln und zu schnüffeln. Okay, Latias ist ein Trüffeldrache. Ich bot ihr an, ihr zu helfen. Und zum ersten Mal starte ich sie an. Am ersten Tag jedoch, als sich die Maschine weiterbaut, am nächsten Tag und dachte, sie sei noch schläfrig, ging er in den Raum und während ich arbeitete, sah er sich meine Pläne an. Plötzlich zeigte sie mir den Ort meines Bauplans und schrie vor sich hin und da bin ich jetzt gespannt. Dieser Satz ist entstanden, indem ich irgendeine unverständliche Scheiße zusammen geschrieben habe im Original. öffne das mal kurz nebenbei, damit wir hier Vergleich haben. Dieser Satz war komplett random schon im Original, wie der jetzt verglichen mit der neuen Version ist. Ich habe jeden Moment das aufgeschlagen. Also, im Original heißt der Satz, wenn man diesen Dunkelkatamulator mit diesem Solarreflexionsmotor austauscht und dann die Synthetisierung des Bernstein Immitrats um 4 verändert, dann müsste die Energieeffizienz um 49,27% verbessert werden. Der Satz ergibt keinen Sinn, ich hatte mir jedes Wort da drin ausgedacht. Und daraus ist jetzt geworden, wenn sie also diesen dunklen Camper mit diesem Lichtreflexmotor installieren und dann die Balance dieser Bernstein Vorrichtung auf 4 ändern, ändert sich dies, dann sollte beispielsweise der Energieverbrauch um 49,27% gesenkt werden. Der Satz hätte auch genauso in der Originalgeschichte stehen können. Es ist einfach dahergelabert, aber anders dahergelabert. Am Anfang bin ich sehr tief gekommen. Die Letten haben bisher eine schwierige Aussage gemacht. Ich wollte ihre Aussage nur als seltsam Klatsch veröffentlichen, aber als ich sie durchzog, stellte ich fest, dass alles 100% genau war. In diesem Moment stellte sich heraus, dass Latias am Ende nicht ging, als sich herausstellte, dass ich aufgrund meiner Nachforschung ein Unterstützer und dann ein Freund von mir war. Sehr gut, Nick Schosmeister ist ein einziger Freund. Dann haben wir lange zusammengearbeitet. Als ich die Sonnenstrahlen erzeugte, war es die schwierigste Zeit, die wir jemals zusammen mit aktuellen Ereignissen verbracht haben. Nachdem ich diese Maschine fertig geplant hatte, fiel mir nichts anderes ein. Das sollte mein Glück sein. Erfolg für die Wissenschaft. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. dazu habe ich Tag und Nacht am Thema Zeit gearbeitet. Nur an den Sonnenstrahlen. Auf Deutsch in dieser Version baut Nick Cross mal jetzt Sonnenstrahlen? Was? Meine Aufmerksamkeitsspanne war schlecht, aber ich war nicht interessiert. Könnte das an der Aufmerksamkeitsspanne liegen? Ich muss die Maschine leicht beenden. Latias versuchte mich dazu zu bringen regelmäßig ins Bett zu gehen. Es ist ein Gag. Dieser Übersetzer verarscht mich von vorne bis hinten. Es regt mich auf, dass bei Latias die ganze Zeit zwischen er und sie gewechselt wird. Deswegen denkt sich der Übersetzer jetzt okay. Es weckte mich und machte mich traurig. Ich wusste besser als ich, dass eine Maschine gerettet werden kann, wenn während des Herstellungsprozesses ein Fehler gemacht wird. Das bezweifle ich in der Tat stark, obwohl ich mich von ihrer Warnung aufhalten ließ, hörte sie auf. Das ist genau das Gegenteil. Eigentlich lässt er sich nicht aufhalten und sie hört auch nicht auf. Heute weiß ich natürlich, dass es wahr war, aber damals erregte das Konzept der Sonnenstrahlen meine Aufmerksamkeit. Wenig später passierte etwas, was ich gerade war. An meiner Basis, die längst in der Dark Tree Force zusammengebrochen war. Alles klar. Ich konnte mich vor meinen Augen sehen. Ich denke darüber nach, was mit den Sonnenstrahlen passiert, die ich gesehen habe. Als ich noch einmal nachschaute, aber wie die zeitgenössische Stiftung aussah, wusste ich plötzlich welches Ereignis aus der Zukunft dasselbe sein würde wie meins. Der Nekromant, den ich sah, war erschreckend. Es scheint, als wäre sie hin und wieder darüber weg gekommen. Latias betrat den Raum direkt hinter ihm. Er verdrehte die Augen. Necrozma, wann wirst du das antun? Du musst dich selbst verstehen, dass du gleich sein wirst. Eine Maschine! Alles klar, Latias ist Yoda und was? Du musst dich selbst verstehen, dass du gleich sein wirst. Eine Maschine! Necrozma, richtiges Gerät, der Gerät schläft nie, zack, Problem gelöst. Oh Gott. Haben sie etwas schwierigeres als das Thema der Uhr? Ich werde weitermachen, bis die Maschine funktioniert und sie es wissen. Wenn sie es nicht sehen wollen, werden sie frei gehen. Soweit ich mich erinnere, ließ Latias es dieses Mal nicht einfach sitzen und wiederholte sich aus der Vergangenheit. Nein, ich habe nichts mehr zu tun, als es zu tun. Alles. Bis zu einem gewissen Punkt konnte sie nicht anders, als das Licht zu nehmen, nur um es in den nächsten 30 Minuten noch einmal zu versuchen. Trotzdem ist es immer noch unerreichbar einen zu besitzen. Trotzdem warf er einen Wattebausch neben sie und traf ihn in Latinas Fortschritt. Was ist das? Hä? Alter, Wattebausch werfen ist schon krass. Aufgrund von Schlafmangel nahm er keine geplanten Änderungen vor, sondern ging direkt zu einer experimentellen Zwiebel, die voller süßer Broschüren war. Was mache ich hier? Warum mache ich dieses Projekt? Hört euch an, wie ich mit dem Papier raschle. Eine süße Zwiebel, nee, eine experimentelle Zwiebel, die voller süßer Broschüren war. Candium Brolit ist ein Drachen, den nur Pokémon auf der Welt herstellen. Alles klar. Das ist auch wieder in dem Kapitel habe ich so viel gedichtet, Alter. Candium Brolit, ein krasses Element. Es ist eines der gefährlichsten Gase, obwohl es sehr staubig ist. Wie ist ein Gas staubig? Was? Obwohl es sehr staubig ist, ist auch bekannt, dass sie berücksichtigen müssen, dass es brennen kann, wenn es entfernt wird, wenn es bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Dafür reagiert es auf alle anderen Chemikalien in der Welt Pokémon und hat eine Explosion. Es war also nicht schwer zu erraten, was passieren würde. I als der Heiratsvermittler den Hof testete. Es ergibt keinen Sinn. Hier ist kein Kontext mehr vorhanden, anders als im ersten Kapitel, wo der Kontext noch relativ da war und dann zwischendurch wir haben viel Team und Teppichboden kam. Ist hier alles Schwachsinn? Als der Heiratsvermittler den Hof testete, fing der ganze Tisch Feuer. Die anderen Chemikalien, die ich dort auch gelagert hatte, weil ich sie zum Sammeln der Strahlung verwendet habe, explodierten unverzüglich und brachen sofort zusammen. Zumindest war es das Schlimmste, was passieren konnte. Ja, das ist schon mal was Gutes, ne? Ähm, denn der Brolierbaum verschwindet jetzt am Himmel und bereut es. Mir ist nichts ohne Vorwarnung passiert. Ich kämpfte mich aus der Menge heraus und hörte eine seltsame Spannung ohne zuzusehen. Es wurde auf der Grundlage einer meiner früheren Erfahrungen gebaut. Mit DNA habe ich versucht, einen Zoroastrianer zu klonen. Diese Erfahrung war definitiv ein Erfolg. Der neu identifizierte Zoroaster konnte jedoch noch nicht auf gemeinsame Weise leben. So blieb es immer noch in meiner Basis und war in diesen Tagen vom Gas Mischer leicht nass gewesen. Was? Ich ging sofort dahin, um zu helfen, aber es kam ein paar Sekunden später. Zoroaster reagierte auf das Gas und wechselte es. Es sah toll aus, wie ein Mutant. Er machte außergewöhnlich Geräusche, wurde sehr laut und näherte sich langsam. Ich stellte fest, dass er versuchte zu reden. Nur ist inzwischen anscheinend auch jeglicher Sinn hinter diesen Sätzen verschwunden. Du Bodir dein Lehrer Was? Ich war verärgert über die Angst und konnte nicht laufen, aber in letzter Zeit gab es einen erstaunlichen Umbruch in den Waffen. Die Kreatur stand auf und rannte weg. Bisher weiß ich nicht, worum es bei der Spannung ging, also blieb ich dort stehen. Es war schließlich nass mit Rissen in meinem Privathaus. Ja, wer die Original Geschichte kennt, sind nicht ganz so kleine Risse. Das ist in die Luft geflogen. Nach ein paar Augenblicken kam ich wieder zu meinem Kopf zurück. Ich ging sofort zu Lathas und half ihr. Sie erlitt eine schwere Verletzung, die in der Tat tödlich war. Sehr gut, dann ist die Walrus Edition 1 wohl nicht passiert. Heute war es sicher ein sehr schicksalhafter Tag. Er machte mir klar weise und lehrte mich weise. Je mehr ich darüber nachdenke, desto realer fühle ich mich an diesem Tag und fühle mich wie heute. Zuerst hatte ich Angst, dass eine solche Vereinbarung zurückgegeben und aus dem Test genommen würde, aber ich hörte wieder von ihm. Sein Körper war wahrscheinlich nicht kompliziert genug, um lange zu leben. Die Vision, die ich immer gesehen hatte, war vorbei. Jetzt war ich nicht mehr an meiner Basis, sondern an einem neuen Haus in der Höhle. Als ich zurückblickte, war das erste Zimmer, das ich suchte, nur ein paar Meter hinter mir. Ich wusste nicht, was richtig war, aber ich wusste, dass ich weitermachen musste. Ein großes Hindernis, das im Raum dahinter bereits im Weg war. Der Felsen. Er stand vor dem Ich hasse es, ich Kasche, Kache, Kachbar, ich meine, an einem Ort, direkten Sonnenlicht ausgesetzt war, oder ein Ausgang, aber ich musste diesen Stein beiseite legen, um dorthin zu gelangen. Der Raum ähnelte der Öffnung, die in dieser Höhle gemacht wurde. Alle Katzen dieselbe Katze, dieselbe Katze. Das war der Satz. Das war der Satz. Warum steht das hier? Alle Katzen, dieselbe Katze, dieselbe Katze. Ich setzte mich auf die Couch und dachte nach, sehr gut, dass in dieser verlassenen oder entdeckten Höhle zufälligerweise eine Couch steht. Es muss einen Grund geben, warum ich diese Vision hatte. Darb es an diesem Tag einen Zusammenhang mit dieser Erfahrung? Jedes Mal, wenn ich sorgfältig überlegte, kam mir die kollektive Karte der Sonnenstrahlen in den Sinn. In diesem Moment wurde mir klar, wie dumm diese Täuschung war. Ich benutzte schon lange Maschinentelefone dafür meinen Körper. Ich konnte das Licht einschalten und es mit meinen Händen zusammenhalten. Wenn ich wollte, könnte ich es herausholen. Ich befand mich in der Realität der Glübierne, die aus dem Turm kam. Mir ist aufgefallen und wirklich. Ich überprüfte die Glübierne. Ich zielte auf den Stein und gab meiner Hand wieder die Kraft des Lichts. Ziraf seufzte. Wer ist Ziraf? Mein Weg war klar. Ich öffnete den Mund und sah mich um. Ich erkannte den Wald, in dem ich wohnte. In einem Seelenwald war alles so, nicht nur eine Sache. Das große mutierte Pokémon, das wie Zoroaster aussieht, schien direkt vor mir zu sein. Kapitel 3 Latios Als ich aufwachte, kam ich zu einer anderen Höhle. Nur ein schwacher Lichtstrahl betrat den Raum. Ich habe nicht verstanden, dass ich alleine war, aber gleichzeitig wurde mir klar, dass ich alleine war. Sehr gut. Das ist der dritte Satz. Klingt schon super. Weder Nick Crossma, Hydropio Bulbasaur noch Floink waren hier. Ich wusste nicht einmal, wie ich überlebt hatte, aber ich hoffte, dass sie noch am Leben waren. Aber für den Moment war es das Wichtigste, einen Ausweg aus einem solchen Durcheinander zu finden. Wenn ich da draußen wäre, könnte ich nach Schatzstadt gehen und sehen, ob ich die Lebenszeichen von ihnen sehen könnte. Es sieht so aus, als wäre die Höhle, in der ich war, nicht sehr groß. Es gab nur einen Weg aus dem Raum heraus, in dem Ich ging auf dem halben Weg durch die Dunkelheit und benutzte natürlich ethnische Zugehörigkeit. Ja, ergibt natürlich voll und ganz Sinn. Ich wusste nicht, wie weit ich mich gedeckt hatte und es war kein Ende in Sicht. Ich hatte Angst, in ein dunkles Labyrinth zu fallen, das ich nie wiedersehen würde. Aber weil ich nie eine Mauer und nichts hatte, setzte ich meine Zeit fort. Nach langer Zeit hatte ich das Gefühl, dass es sich am Ende etwas nähern würde. Die Gegend um mich herum wurde immer heller und war schon lange fast blind. Als ich vom Offensichtlichen angezogen wurde, befand ich mich an einem erstaunlichen Ort. Ein Ort, den ich seit Ewigkeiten zu vergessen versucht habe, den ich aber nie verpassen werde. Ich hatte Angst, dass meine Kraft mich verlassen hätte und ich kämpfte jetzt. Vor mir ist etwas passiert. Dieser Ort, den ich gefunden habe, war ein wunderbarer Ort mit dieser Art von Etikett. Einige Pokémon wurden einmal gesehen. Ja, wenn nicht, könnte ich auch schlecht hier aufschreiben. Lieblingsfeinde sind jene Orte, an denen Pokémon-Jungs ihre Eier legen. Also läuft das bei den Pokémon anders? Legen da die Männer die Eier? Oh Gott, Alter, was ist das? Die legendären Pokémon keine Eltern haben, jetzt bin ich am Start. Da legendäre Pokémon keine Eltern haben, wird eines von 100 Jahren aus der rätselhaften Kraft der Meisterjäger geboren. Ah ja, das Ende, das ich sah, zeigte die legendäre Geburt von Pokémon. Es war erst vor 37 Jahren und war etwas unbekannt. Dann wurden die beiden Pokémon Legenden geboren. Sie waren die ersten und einzigen Schwestern und Brüder in der Pokémon Legende. Mein Bruder Latios und ich. Ich sah langsam die verschiedenen Zeiten an, die ich mit ihm vor mir erlebt hatte. Wir waren beide anders als die meisten anderen Schwestern. Warum sagt sie jetzt Latios ist eine Schwester? Das ergibt wenig Sinn. Aber hey, wir das ja eigentlich in der Regel auch männlich ist. Wir haben uns perfekt verstanden und sind in keiner Weise auseinander gefallen. Als wir sehr alt waren, haben wir unser eigenes Rettungsteam gebildet. in In dem Zusammenhang waren wir wirklich ein bisschen wie die Prominenten in unserer Region. Dieses Gebiet liegt nördlich von Marschland. Ich bin von dort weggelaufen als was auch immer. Bevor ich es probiere, möchte ich noch etwas mehr sagen. Als legendäres Pokémon sind wir seit unserer Geburt starke Kämpfer. Achso, die beiden sind nur ein legendäres Pokémon. Das einzige Problem war also, wann wir als Rettungsteam erfolgreich sein würden. Wir haben Hunderten von Pokémon geholfen. Egal wie schwierig die Mission war, wir konnten sie nicht erfüllen. Das ist es, was ein gutes Retterteam auszeichnet. Es kann ein Raupi sein, das im Kleinhain auf der zweiten Ebene steht. Doch dann ein wahres Retterteam kann auch diese Mission nicht erfüllen. Weitere Pokémon sind unserem Team beigetreten. Es war die perfekteste Zeit meines Lebens. Alles war so möglich, wie ich es wollte. Kein einziger von uns genehmigter Auftrag blieb unbeantwortet. Wir Nein! Oh! 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 Nein! Warum? Wir warfen uns auf den herrlichen Weg zum Himmel. Sie werfen wieder. Außerdem bat Pokémon andere Leute schnell, sich unserem Team anzuschließen. Wir haben immer ein bisschen für alle gekauft, weil unser gesteigertes Bewusstsein uns mehr Bestellungen und Bestellungen gebracht hat. Wir haben beschlossen, es für diejenigen Menschen zu machen, die aus anderen Ländern gebaut wurden. Was? Also, für die Leute, die nicht wissen, wie Babys gemacht werden. In der Regel wird immer ein Land genommen, meistens sehr ein kleiner Ehrenstaat und aus ihm wird dann ein Mensch geformt. Gleichzeitig hatten wir es so gemacht, dass der OVR, der offizielle Verband aller Rettungsteams, vorgeschlagen hatte, dass unsere Rettungsteams ein beispielloses Ausrüstungsspektrum erneuern sollten. Es blieben nur noch wenige Wochen, um alle Turniere zu beenden. Wir waren beide sehr glücklich in dieser Hinsicht und konnten es kaum erwarten. Die Aktualisierung auf einem Hügel wird Teil aller Geschichtsbücher sein. Nur zwei Pokémon haben diesen Segen erhalten. Gildenmeister Knuddeluff, Günthas und Lordecke, ein ehemaliger Gildenmeister und legendärer Andecker Lucario. Aber wir sind nicht die einzigen Anhänger. Es gab auch einige Pokémon, die unseren Sieg verraten haben. Sie fühlten sich unwohl und sagten, dass wir als legendäres Pokémon viel verwenden würden und es ein unfairer Wettbewerb wäre. Sie waren uns egal. Unser Team machte weiter Fortschritte. Nur eine Woche bevor wir offiziell Gerias wurden. Als es passierte, ein Mann von unseren Feinden würde sich eindeutig unserem Team anschließen. Zwei Nächte vor dem großen Mai-Tag. Mitten in der Nacht fingen Orte für Pokémon Feuer von anderen Orten. Einige Leute hatten es nicht ohne Vorwarnung bemerkt und Alarm geschlagen, aber alles dauerte zu lange. Wir haben alles entfernt, bevor die Stadtgebäude Feuer fingen, aber wir waren nicht so schnell, dass wir es sein mussten. Insgesamt sieben Pokémon wurden nicht vor dem Feuer gerettet. Latios und ich machten ernsthafte Behauptungen, dass wir nicht schnell genug waren. Ja, das behauptet ihr aber nur. OVR zog seinen Vorschlag zurück. In den folgenden Tagen und Wochen verließen immer mehr Pokémon unser Team. Wir hatten noch einige Teilnehmer, die immer an unserer Seite waren, aber das Maschinengewehr hörte zu. Ja, es ist wirklich ein Problem, wenn das Maschinengewehr wirklich... Das ist sehr aufmerksam, wenn man nur eine Sache da falsch sagt. Das Maschinengewehr ist sofort da. Nach kurzer Zeit wurden wir beschuldigt, wissentlich so gelaufen zu sein und das Feuer auf unsere Schultern gelegt zu haben. Es gab Verschwörungstheorien, ja, davon gibt es im Moment auch genug. Bill Gates, wir haben dich im Auge. Es gab Verschwörungstheorien, dass dies von Anfang an alle unsere Pläne waren, weil wir als legendäres Pokémon das Gefühl hatten, zu viel über Pokémon zu sprechen und wir wollten sicherstellen, dass Pokémon Angst vor uns hat. Latios hat ein bisschen versucht, alles zu überdenken und Pokémon aufzuräumen, obwohl ich kein Laufwerk hatte. Alles klar, Latios, mal ein bisschen Säuberung. Wir waren die einzigen, die legendär wurden und nur in dieser Hinsicht waren wir die am meisten Gehassten in der gesamten Pokémon-Region. Nur Latios konnte nicht auf eigenen Beinen stehen und war am Ende hilflos. Ja, der hat ja auch keine Beine. Gib auf, unser Rettungsteam wurde eingesetzt. Nach einer so wichtigen Zeit in meinem Leben folgte einer von ihnen schlecht. Wir lebten beide in einer kleinen Höhle auf einem Berggipfel. Hardu hörte mir nie in einer fremden Umgebung zu und jedes Mal, wenn ich es tat, fühlte ich deutlich Pokémons Gedanken. Dass es keine Beweise gab und das Feuer geplant sein könnte, ließen sie mich mit einer stillen Persönlichkeit zurück. Aber ich konnte immer ihre gebrochenen Augen öffnen und ihre Warnungen hören, als sie dachten, ich sei aus meinem Ohr. In dieser Phase haben Latios und ich oft gekämpft. Wir hatten uns in den letzten Jahren nicht getroffen, aber jetzt haben wir angefangen, uns zu treffen. Latios behauptete, es sei meine Schuld, dass wir unseren Traum aufgegeben hätten und ich sagte, es sei seine Schuld. Wir wussten beide, dass keiner von uns schuldig war, aber wir suchten einfach jemanden, der uns unseren Kummer bringt. Alles klar, dafür brauchen die, brauchten normale Leute keinen anderen. Es wurde Tag für Tag, Woche für Woche schlimmer. Dies dauerte zwei Monate, bis es schließlich zu weit ging. Wir haben es an diesem Tag noch einmal besprochen, was nicht überraschend war, aber diesmal war ich verärgert und wollte nicht einmal streiten. Ohne zu zögern, bat ich um Trost und Latios ging zur Höhlentür. Das Schicksal muss sich dessen bewusst gewesen sein, denn er drückte seinen Kopf direkt gegen einen Stein. Bevor ich es wusste, hatte er das Bewusstsein verloren und stürzte sich in die Tiefen eines Sees. Was? Also, es hat wieder nichts Sinn ergeben, was da stand. Ich habe gerade nur ein Wort ein bisschen weiter schon gesehen. Ich war selbst schockiert. Gedanken schossen mir wie ein Karussell durch den Kopf. Das habe ich nicht gedacht und nicht versucht, ihn zu retten. Ich bin direkt geflohen, ohne darauf zu achten und ohne in dieses Land zurückzukehren. Also bin ich nach Schweden geflohen. Ja, gerade Schweden muss es sein. Ich habe dort vier Jahre als Beispiel, als letzte Wache der Eisbergcreme verbracht. Das ist das Wort, was ich gerade schon gesehen hatte. Eisbergcreme. Ich war, wenn möglich, von keinem anderen Pokémon entfernt, aber sie haben es in mir nicht gesehen und es schien immer noch so, als wüssten sie, was in ihrem Nachbarland passiert war. Ich versuchte jedoch, mich bis zu einem Tag normalerweise einen Monat nach meiner Flucht am Laufen zu halten. Die Nachricht verbreitete sich, dass ich hoffte, dass es niemals nach links gehen würde und es kam leicht heraus. Warte, ist Latias oder Latias, ich kann nicht mal reden. Ist Latias jetzt rechts in der Politik oder überall in meinem alten Haus wurde gesagt, dass Latias tot auf dem Friedhof gefunden wurde. Gegenfrage. Ich glaube, die meisten auf dem Friedhof findet man eher nicht lebendig. Tatsächlich, ich weiß, das ist für manche jetzt vielleicht ein großer Schock, aber niemand wusste, was mit mir passiert war, aber die Verbindung war für alle klar. Ich war ein Mörder. Ich habe meinen besonderen Bruder getötet und bin auf einfache Weise geflohen. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt klar, dass das Feuer auch meine Aufgabe sein würde. Ich konnte nicht glauben, dass ich so dumm war. Vielleicht lebte Latias noch und niemand in der Gegend hätten sich an meine Schneekiller erinnert, wenn ich es ohne Probleme getan hätte. Zu guter Letzt als die ersten Geschichten auf dem Marsch von zwei legendären Schwestern erzählt wurden, kam dieser Tag, an dem ich an den Ort floh, an den ich heute bin. Der Ort, an dem ich Nick Schosmer getroffen habe. Der Ort, an dem mein modernes Leben begann. Ich sag's hier mal kurz so nebenbei ehrlich wie es ist, die Walross Edition 2 könnte für mich persönlich von denen, die ich bisher veröffentlicht habe und vermutlich auch die ich im Moment schreibe, die sein, die ich tatsächlich am wenigsten mag. Aber am Anfang der Abschnitt, er ist oft sehr seltsam, aber ich finde es persönlich ist ganz gut gelungen, eben die ganzen Verknüpfungen herzustellen, wirklich zu zeigen, wie auch die Charaktere bereits in ihrer Vergangenheit miteinander verbunden waren und ihre Geschichten dort zusammen zu stecken. Das wird auch im Video, das ich noch drehen will, mit der Erklärung der Walross Edition 2 nochmal vorkommen. Ich habe auch das fürs Erste immer noch nicht gedreht, das werde ich die ganze Zeit machen, das muss ich jetzt in den freien Tagen diese Woche mal machen. Ich öffnete die Augen und schaute zurück in die Höhle. Angst traf mich in der Tasche. Ich wollte es sofort versuchen. Ich wollte alles öffnen, was ich in diesem Moment auf Latios geworfen hatte. Ich war immer wieder hier. Bis Latios nicht mehr hier war, hätte er gesehen, dass es mir besser ging, wenn wir es geschafft , die dunkle Macht zu zerstören, wo es so cool war. Also trat ich vor und kam mit einem Wechsel von Star Lilly heraus. Ich war auch da draußen und ich wusste es. Ich fand ein anderes Zimmer in der Höhle vor mir. In diesem Raum gab es einen Ausgang. Ich trat dorthin. Wenn ich jemand meinen Namen rufen hörte, ging ich in einen Wald, der definitiv spirituell war. Latias aber nach dem I steht direkt noch ein Y Hör auf. Ich drehte mich um und sah den Originalton. Ich spürte, wie das Blut durch meine Lungen floss. Ich glaube, das ist nicht gesund, Latias. Ich würde das mal von einem Arzt überprüfen lassen. Ich fühlte mich sofort erkannt. Ich habe ihn einmal erkannt. Latias folgte mir. Ich ging direkt zu ihm. Latias, du lebst? Was ist passiert? Wo warst du in diesen Jahren? Er hoffte, er würde mir antworten. Aber plötzlich kamen die Kugeln aus reiner Psychologie, die vor mir aus dem Boden kamen rausschmeißen. Ein wahrer Freund hat mich gerettet. gib mich nicht als Schwester. Oh Gott! Ich werde weiterhin ein besserer Freund auf dieser Welt sein. In einer Welt ohne Pokémon wie du es heißt, ohne Pokémon wie dich. Das ist grammatikalisch inkorrekt, was da steht. Im Namen der dunklen Kräfte. Kapitel 4 Dihydropi Bruder Familie Spiffi Reckner Gut, darf ich jetzt wieder gehen? Wisst ihr jetzt, was mein Problem ist? Was ist das? Was Falls ihr euch fragt, was der Titel dieses Videos zu bedeuten hat, ich weiß es auch nicht. es wird einfach nur dieser Satz sein, wenn nicht was komplett krankes vorkommt noch. Alles um mich herum war dunkel. Ich öffnete meine Augen. Ich war in einer Höhle. Nur. Der Sturm begann von einem Felsen, dessen Wasser aus einem Brunnen floss. Außer dem kleinen Kopfsteinpflaster an der Seite des Felsens, der trockenen Kumquad? Was wir dieses Projekt noch gar nicht hatten, anders als beim Vorgänger. Google Time! Das ist eine Zwergorange! Was? Der trockenen Kumquad, die ich auf mir trug. Und dem Spiel, das sofort vorbeiging, als die Sonne schien, gab es hier nichts. Und jetzt will ich sehen, wie irgendjemand diesen Raum zeichnet. Ich lese noch einmal vor. Außer dem kleinen Kopfsteinpflaster an der Seite des Felsens, der trockenen Kumquad, die ich auf mir trug und dem Spiel, das sofort vorbeiging, als die Sonne schien, gab es hier nichts. Viel Spaß beim Zeichnen, neben dem Durchgang eines dunklen Durchgangs. Zuerst war ich eine sehr bewusste Nacht. Also wurde ich gerettet. Und wo ich war. Wir sind jetzt gerade in Zeile 6. Wir haben zwei Seiten. Mehr haben wir vor uns. Und ich will nicht mehr. Ich war besorgt über die Situation anderer. Aber ich fühlte mich ein wenig überwältigt, dass sie immer noch gezwungen waren zu leben. Wenn ich überlebt hätte, hätten sie es später gekauft. Ich wusste nicht, wo sie waren oder dass ich recht hatte. Aber der einzige Weg, um Antworten zu erhalten, die Suche war. Ich kann nicht lesen, aber ich wusste, dass der einzige Weg, um Antworten zu erhalten, die Suche war. Ich muss... Sie musste die Höhle verlassen. In diesem Alter ging ich durch diesen Tunnel. Es gibt kein Licht, keine Barriere, nichts. Ich wollte sowieso nicht aufgeben. Ich ging weiter. Mit jedem Tag wurde es heißer und heißer. Aber ich glaube, so lange ist Hydropi doch nicht da lang gelaufen. Als es richtig heiß wurde, war es noch leichter. Langsam wurde mir klar, was um mich herum geschah. Obwohl es so heiß war, ging ich für die Fahrradanweisungen. Ich war erst drei Jahre alt, was es passierte. Meine Verwandten und ich mussten unser ursprüngliches Land, Marschland, verlassen, um uns einer damals beliebten Rettungsgruppe anzuschließen. Denn wie wir alle wissen, ein wahres Retter-Team scheitert immer. Vor einigen Monaten war dies für diesen Monat nicht möglich. Wir alle dort haben unseren Erfolg erreicht und gewonnen. Ich wurde von meinen Eltern trainiert, damit ich noch kämpfen konnte. Ich bin früh aufgewacht. Aber in der Nacht, in der ich mich befand, stand mein Leben auf dem Kopf. Äh, watt? Äh, watt? Also ja, da steht, äh, watt, äh, watt oder so ähnlich. Sehr gut, das gibt es anscheinend nicht. Nein, da zeigt es mir Avatar. A-E-W-A-T wird's geschrieben. A-E-W-A-T kam heraus und gab mir eine Panik. Pokémon ging überall hin und seine Stimme war laut. Ich weiß nicht mehr, wo meine Eltern waren. Es hat lange gedauert, bis das Management des Rettungsteams etwas dagegen unternommen hatte. Glücklicherweise wurden die meisten Pokémon im Laufe der Zeit gerettet. Aber sieben haben das nicht getan. Zwei von ihnen waren meine Eltern. Am Wochenende der nächsten Woche wurde das Retterteam vollständig aufgelöst. Und ich erlaube keine Verstecke mehr. Ich wusste nicht, wie ich erfolgreich sein sollte. Ich war so jung, dass ich einen Weg gefunden habe. Aber ich war nicht allein. Bisher gab es zwei Pokémon im Rettungsteam. Was für meine Eltern ein gutes Feuer gewesen wäre. Okay. Okay. Sie wollten fliehen und in ein Gebiet gehen, in dem eine großartige Erfahrung meiner Freunde passiert. Sie boten an, mich mit ihnen gehen zu lassen. Natürlich habe ich mich sehr gefreut und das Angebot angenommen. Ich habe besonders lange mit ihnen gelebt. Ne. Ich habe besonders lange in ihnen gelebt. Normalerweise, wenn ich etwas falsch vorlese, ist es danach bescheuert als ohnehin schon. Aber nein. Nach einer Weile hatte ich das Gefühl, ich sollte auch einen Teil ihrer Verwandten haben. Ich habe viele schöne Erinnerungen mit den beiden geteilt. Aber auch wenn mein Leben einen positiven Schritt gemacht hätte, wäre es nicht besser gewesen. Ich war mit meinen Geschwistern und Eltern in Silberdorf. Habe dort aber keinen einfachen Freund gefunden. Es gab niemanden, den ich normalerweise sah. Für sie war ich nur adoptiert oder die Elternlosen. Alles klar, Hydrop, hier ist eine Mehrzahl. Natürlich machten meine brüderlichen Eltern... Okay. Hör ich da was von Saarland-Action raus? Meine brüderlichen Eltern, was? Mich auch darauf aufmerksam, wie mitfühlend ich zu jener Zeit war. Sie versuchten mich auf diese Weise zu unterstützen, sodass ich gleichzeitig keine Freunde sah, wenn sie sich von mir fernhielten. Eines Tages sagten sie mir beide, dass ich meinen Bruder besuchen würde. Ah ja. Ich war sehr glücklich mit all den anderen, aber es endete als sie geboren wurde. Jedes Mal, wenn ich meinen Bruder sah, wie meine Eltern es nannten, fühlte ich mich, als wäre ich nur fünffünftel des Familienoberhauptes. Das klang gerade wie so ein richtiger Monte auf Koks, die Lache. Was? Ich fühlte mich, als wäre ich nur fünffünftel des Familienoberhauptes. Ich glaube, Hydrop hat sich da ganz schön was eingebildet. Was ist denn diese Folge? Ich fing an, mich so zu sehen, wie es in der Vergangenheit war. Ich war nicht Teil dieser Verwandten. Es war mir fremd, eine andere Stimmung für sie zu haben. Zu der Zeit wusste ich nicht, was die dumme Sache an mir war. Ich war erst sechs Jahre alt. Aber da mein Bruder diese Vision immer niederlegte, begann er sie in dem Licht zu sehen, das ich ihm zeigte. Nur mit ihm. Azava, der in seinem Leben ist, tut dies trotz alledem nicht. Und so begann der ewige Streit zwischen mir und Bulbasaur. Wir sind jetzt etwa halb fertig, zumindest etwas. Ich bin nämlich jetzt schon ganz weit raus. Aber ich glaube, ihr habt das Glück, dass der Titel des Videos doch nicht Spiefi-Reck-Nerm ist. Sondern wahrscheinlich sowas wie Hydropis Eltern sind Geschwister. Was ist denn los heute? Jede Folge denke ich, es wird nicht mehr schlimmer und es wird jedes Mal schlimmer. Auf diese Weise vergingen die Jahre und Bulbasaur und ich verstanden uns und wurden besser. Unsere Eltern waren früher arm und wussten nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Okay. Für mich war ich größtenteils von dem Tag und Bulbasaur sofort abgelenkt. Besonders in der Phase, in der ich einen modernen Freund gesehen hatte. Mir ging es gut, denn so konnten wir noch weiter weg. Ein paar Wochen nachdem Bulbasaur seinen Freund gesehen hatte, lernte ich meinen besten Freund zu erkennen. Floink. Er selbst ging nach Silberdorf. Wir haben uns mit dem Radfahrer getroffen. Aber größtenteils war es kurz, weil er ständig etwas anderes tun musste. Ich fand es immer peinlich, dass der kleine Floink es mir erzählte. Was? Floink ist kleinwüchsig und Hydropis Eltern sind Geschwister. Ihr lernt hier viel über die Walross-Edition. Äh, jetzt bin ich verrutscht. Ich habe seine Eltern nie kennengelernt und er wollte kein Wort darüber sagen. Ebenso, woher sie kamen. Man kann fast spüren, dass er einfach nichts davon wusste. Ja, weiß man ja auch als Zuschauer und Zuhörer der Walross-Edition 2. Er wusste nichts drüber. Trotzdem habe ich beschlossen, mich deswegen nicht zu ärgern, sondern mich im Gegenteil darüber zu freuen, dass ich nach jedem Jahr das letzte Mal jemanden gesehen habe, den ich akzeptiert habe. Eines Tages erzählte mir Floink, warum er so oft so klein war. Es alles begann an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Er sagte, er würde sich mit einem anderen Freund treffen und schlug vor, wie wir uns kennenlernen könnten. Er sagte, wir sind sehr engagiert und werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Dies schien mir eine großartige Idee zu sein, da wir alle wussten, dass wir keine Freunde mehr haben könnten und wir darum baten, uns auf dem großen Berg im Dorf zu treffen. Das Tagesende verging, dann kam die Zeit zurück. Ich würde jemanden neu zuhören und mich vielleicht mit ihm anfreunden. Zumindest war das der Plan, aber wenn du denkst, dass die Freude von dir kommt, fällt sie dir oft ins Gesicht. Das ist wirklich eine Lebensweisheit, merkt sie euch. An diesem Tag lernte ich meinen neuen großen Freund Bulbasaur zu meistern. Floink sah von Zeit zu Zeit fantastisch aus. Och Gott. Warte, warte, was steht da? Floink sah von Zeit zu Zeit fantastisch aus und wir wollten sie beide nicht verletzen. Also putzten wir unsere Zähne zusammen. Kann ich jetzt bitte gehen? Ich will das nicht mehr. Was ist denn das? Nach dem Gefühl, am Himmel zu sein, verabschiedete sich Floink endlich von mir und ich konnte klar mit Bulbasaur sprechen. Er sprach genauer mit mir, aber dieses Mal war er anders als die anderen. Er ärgerte sich beim Reden über mich und war nicht böse. Diesmal sah er sehr real und trotzdem leicht freundlich aus. Okay, Hydroppi, ich weiß, dass es für dich in dieser Hinsicht für mich total peinlich war. Aber Floink war eindeutig seine Freude. Wir haben beide eine großartige Zeit zusammen und wir müssen sicherstellen, dass er dies auch weiterhin tut. Farbe oder die nützlichste von ihnen. Also können wir uns zumindest damit zufrieden geben, nicht aufzugeben, sobald Floink in der Nähe ist. Er muss nicht wissen, wie er miteinander umgehen soll. Für Anos das erste Mal wussten wir, dass wir zusammen waren. Was ist das hier? Dieses Versprechen hatte dann noch größere Konsequenzen, als ich dachte. Wir gingen oft mit Floink den Gang entlang und achteten darauf, normal miteinander zu reden. Wir waren nie unsere besten Freunde. Zumindest sind wir nicht untergegangen, ohne uns vorher zu erklären. Was? Also der nächste Satz ist normal. Also verbrachte ich Jahre in Frieden, bis die Dunkelheit da reinbrach. Aber jetzt der Satz, den ich gerade gesehen habe. Unsere Eltern, die jetzt behindert sind, sind alt. Ein paar Tage bevor Günther zu uns kam, ging. Und als die Wahl fiel, nahm ich meinen Platz als neuer Hüter des Regenbogenkristallkraters ein. Alles klar! Aber wenn seine Eltern Geschwistern sind, auch wenn es nicht seine leiblichen Eltern sind, aber dann müsste doch zumindest Bisasam doch eigentlich eher behindert sein und nicht die Eltern. Wir reden über die wichtigen Themen des Lebens. Was ist das? Ich bin zurück ins Dasein gegangen. In meiner Gegenwart hatte ich eine großartige Erfahrung mit meinem Bruder Bulbasaur und den Freunden Nick, Shosma und Latias. Vor mir kam heutzutage ein Wald heraus, der eindeutig ein spiritueller Wald war. Aber es machte mein Interesse etwas kleiner. Was ist das? Was ist heute falsch? Der Kaugummi mit den neuen Reißzähnen ging neben mir her. Was? Ich wollte mich darauf einlassen, aber plötzlich fühlte ich mich ein wenig innerlich. Ich erinnere mich an meinen Job als Dorfwächter. Ohne es zu wollen, begann ich mir selbst zu erklären, dass dies nicht meine Schuld war. Das war ihr Fehler. Ohne sie wäre Darkrai dort, wo es wäre. Das war dein Fehler. Lord Ecke, Latias, Nick, Shosma und alles. Bulbasaur. Kapitel 5 Lebensretter Ich befand mich wieder in einer Höhle. Das Wasser aus der Dusche vor mir war zurück. Ein Sonnenstrahl fiel auf den Sturm. Ich stand auf den weichen Matten. Okay, wir haben fast 20 Sekunden durchgehalten mit der normalen Folge. Ich stand auf den weichen Matten und lebte. Ich hatte keine Ahnung, wie es passieren würde. Das Letzte, was mir in den Sinn kam, war, dass ich mit Flönky, Dropi, Latias und Nick, Shosma... Hä? Fehlt da dieser Samen der Aufzählung? Warte, ich will das jetzt kurz checken, ob das hier... Ob das, äh, ein Fehler... Das ist die falsche Datei, das ist genau das, was ich gerade vorlese. Das ist die richtige. Ähm, das will ich jetzt checken. Habe ich in dieser Aufzählung tatsächlich einfach ge... Ich bin geistig serviert, vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir sind inzwischen in Bisasams Kapitel angekommen. Deswegen steht er da auch nicht. Stattdessen steht da Hydro-Pi. Ihr merkt, dieses Projekt macht mich noch dümmer, als ich ohnehin schon bin. Meine Freunde, ich hoffe, sie waren auch gut. Ich wusste, dass ich aus dieser Höhle raus musste. Vielleicht brauchten sie meine Hilfe. Ich stand sofort auf und ging den langen, dunklen Korridor vor mir entlang. Ich habe die Dunkelheit nachts gestohlen. Please insert that. Alles klar, Bisasamu-Wirt-Flex. Nichts ist passiert. Nu hat kein Hinweis darauf, dass ich bald den Ausgang sehen werde. Aber plötzlich begann es um mich herum zu leuchten. Vor meinen Augen bildete sich ein heller Fleck. Silberdorf war. Nicht heute wird das Silberdorf abgerissen, sondern das gute alte Silberdorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich befand mich in meinem alten Haus. Das, was ich die meiste Zeit gekauft habe, der Streit mit Hydropi. Wir beschwerten uns über einige der unbequemen Kleinen und sagten es ihm stundenlang noch einmal. Zu der Zeit habe ich Hydropi immer für diese Probleme verantwortlich gemacht. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, sind wir beide schuldig. Aber das Argument war anders. Ich erinnere mich, dass es für meine Zukunft sehr wichtig war. Nach einer Weile wurde bekannt, dass es mir sehr leid tat und ich ging aus. Als ich so etwas liebte, als ich mich über Hydropi ärgerte, benutzte ich den Lichtbaum, um frische Luft zu schnappen. Eines Tages traf ich auch auf Nick Krosma auf diese Weise. Obwohl ich nur seine Agentur war, als Latias von der dunklen Macht entlarvt wurde. Übrigens habe ich an diesem Tag einige Male den Silberwald gehört, als ich ein lautes Geräusch von dem Ört hörte, an dem Nick Krosma war. Die Wasserwolken schwebten über der Lichtung. Ich war traurig darüber, dass Latias der... 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 Gut, wir sind am nächsten Punkt angeleinkt. Nachdem die Leute hier nicht mehr mit Dingen um sich werfen... Ich habe kurz aufs Papier geguckt und einen Satz gesehen, den ich gleich wieder vergessen möchte. Nachdem hier niemand mehr was wirft, ist das nächste Ziel, dass Latias jetzt endlich mal ihr richtiges Geschlecht bekommt. Wir hatten schon er, sie und es. Ähm... Ich war traurig darüber, dass Latias wieder mit I-Y, der ihn einige Tage zuvor im Wald gesehen hatte, etwas kaufen und dort hingehen würde. Aber bevor ich dort ankam, folgte mir ein Garten. Kennt ihr das nicht? Ihr wollt einfach ganz in Ruhe euren Tag verbringen. Geht raus, wollt euch entspannen. Dreht euch um und dann fällt euch auf. Ihr werdet von einem Garten verfolgt. Was? Außer er meint damit jetzt eine Gruppe von Pflanzen-Pokémon. Warum bin ich so? Das Rosten ist jedoch eindeutig eine Untertreibung. Es war eine sehr breite Farbpalette. Fast wie ein Skorpion, dessen Kopf nur über eine Seite der Kugel fuhr. Plötzlich erhob sich ein bisschen aus seinem Loch. Zum größten Teil schien es immer wie eine Blume. Ich habe es noch nie so groß gesehen. Es scheint auf den Beinen zu sein. Es sah aus wie eine soroastrische Farbe. War aber sehr groß und breit, um eine zu sein. War aber zu groß und breit, um eine zu sein. Es sah sehr nach einer Maus aus. Es war zu groß, um ein Sorok zu sein. Es sah nach einer Maus aus. Finde den Fehler. Ich war schockiert, als ich plötzlich aussah und rückwärts ging. Es ist mir nicht sofort eingefallen. Es gab seltsame Belästigungen, für die bist du doch eigentlich selber zuständig. Und kam näher und näher. Es schien sie anzugreifen. Plötzlich ging er zu mir hinüber. Ich schloss die Augen und dachte, es sei mein Ende. Ich stellte fest, dass mein Leben von kurzer Dauer war. Kann passieren. Aber als ich meine Augen wieder öffnete, war ich in Sicherheit. Ich war ungeliebt und immer noch im Lake Fun Tree. Was? Und jetzt kommt der Satz, den ich gerade schon gesehen hatte. Einige ihrer Gehirnhaare waren nass und sie rannte weg. Den Satz lasse ich jetzt einfach wirken. Wirklich, mein großer Traum ist es, eines Tages eine normale Folge zu haben. Aber ich sag's euch, wie es ist. Wenn es nicht die nächste wird, dann wird das nichts. Die nächste wird mit Abstand die kürzeste Folge, weil das Kapitel so kurz ist. Ich wusste nicht, wie es endete, bis eine Stimme nach mir zu mir sprach. Geht es dir gut? Hast du das ein bisschen gemacht? Ich drehte mich um und sah ein Pokémon. Nein, es tut mir nicht leid. Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Florian. Danke, dass du mich gerettet hast, Florian. Mein Name ist Bulbasaur. Gibt es einen neuen Ort? Ich hab dich hier noch nie zu sehen. Er schien lange darüber nachzudenken, was die Antwort sein könnte. Nach ungefähr einer Minute sagt er einfach und kurz, ich bin nicht von hier. Es schien mal eine seltsame Sache zu sein, aber ich wusste, dass ich es glauben konnte. Doch stimmt, Alter. Ich merk selber, ich werd blöd von dem Projekt. Am Ende hat er mich gerettet. Und lebst du ähnlich in Silberdorf? Dieses Mal gab er mir auch die Antwort, dass ich mit ein... Was? Dieses Mal gab er mir auch die Antwort, dass ich mit ein bisschen anfangen könnte. Ich musste dorthin, aber ich hab mich hier im Wald verlaufen. Vielleicht wissen sie es übrigens. Zweifellos zeigte ich ihm den Weg und nachdem er nach Silberdorf gegangen war, sahen wir uns viele Male. Wir waren in diesem Moment. Wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich, aber Hydropia hat dies in seinem Abschnitt immer berücksichtigt. Seit diesen Tagen sind wir geteilt. Wie haben wir noch eine ganze Seite, wenn die Rückblende schon rum ist? Ich erinnere mich gar nicht mehr an dieser Samen. Ah, ähm. Exakt. Da hab ich gestreckt. Äh, ja. Ich war jetzt wieder in der Höhle und vor mir war ein Einzelzimmer vor einer Tür für einen Silberwald. Aber ich habe trotzdem Fortschritte gemacht. Ich fragte mich, ob ich Floink etwas schuldete, weil Anos die Person ist, zu der ich immer wieder zurückkehren kann, wenn ich in Schwierigkeiten war. War er für mich da. Selbst in dieser dunklen und wirklich hoffnungslosen Zeit ermutigte er mich zu Innovationen. Er hatte die Geduld eines Engels und konnte sich nicht ausruhen. Wenn ich ihn auch ins Visier genommen hätte, wäre ich unter keinen Umständen in der Lage gewesen, mit ihm zu gehen, weil er jederzeit leicht ruhig und ehrlich war. Er hat mich innerlich gekämpft. Sie ist so leicht meine Partnerin, dass ich mich immer öffnen kann. Was? Hä? Ich verstehe einfach kein Wort. bei diesem Haus sein. Deshalb danke ich ihm für alles, was er für mich tut. Tatsächlich frage ich mich jeden Tag wieder, ob ich so viel Gehalt verdient habe. Ach so. Bulbasaur wird nur von Floink bezahlt, damit er sein Freund ist. Ich habe oft das Gefühl, kein guter Freund für ihn zu sein. Ich nehme einfach immer meine Unzufriedenheit mit ihm, mache seinen Job und bringe seinen Schmerz mit. Ich habe es mehrmals so gemacht, im schlimmsten Fall unabhängig. Als Hydropi unser Land verließ, war mein Fehler, dass Floink es ihm nicht einmal gut sagen konnte. Ich hatte ihn die ganze Zeit betrogen und er warf auch seine Arme um mich, was nur mich und Nick Schoss mal gebrauchen würde. Aber trotz allem, was ich ständig tue und erneuere, wird er etwas für mich tun. Er vertraut mir, dass ich ihn... Ich merke das sogar. Meine Lache wird behinderter während diesem Projekt. Meine Lache ist normalerweise wirklich so... Das hört sich bin halt genug an. Aber hier ist es wirklich... Warum sage ich sowas eigentlich? Dieses Projekt macht mich dumm. Er vertraut mir, dass ich ihn in wenigen Worten mehrmals angelogen habe. Sehr schön, dass Floink dir so vertraut. Er kümmert sich um mich, ohne ihn ein paar Male zu verletzen. Wenn Floink es nicht zugeben will, weiß ich, dass sie ihre frühere Beziehung zu Twilight Forest nicht aufgeben kann. Er kann mich nicht in allem täuschen. Aber auch wenn sie vielleicht denken, dass dies ihm Probleme bereiten wird, wird er es auf Schritt und Tritt nehmen. Von dem Tag, an dem ich mich mit ihm angefreundet habe, gab es wirklich keine Schwierigkeiten, die Floink nicht mit mir machen konnte. Deshalb verstehen sich Hydropi und ich so gut. Ich möchte ihm leicht einen Rücksitz geben. Es ist für alle da, die es brauchen, aber ich stelle oft fest, dass es viele Probleme gibt. Ich versuchte ihn jedes Mal dazu zu bringen, mit mir darüber zu sprechen. Boah, was war das für ein Voice Crack. Aber er sagt, dass es keine schlechte Sache ist. Floink opfert sich für uns alle und auch hier tut sein Schmerz weh. Das hat Schmerz tatsächlich so an sich. Nur in diesem Bereich habe ich das alles deutlich gemacht. Meine Entscheidung wurde getroffen. Ich werde Floink wiedersehen und ihm endlich zeigen, dass wir auch für ihn da sind. Komm schon, Geschichte! Ich habe mich vorhin schon kurz gewundert. Anscheinend denkt sich die Geschichte jetzt... Okay, okay. Du willst nicht hier, dass Latias das falsche Geschlecht hat? Floink hat es jetzt auch! Sie muss sich nicht alleine um ihre Sorgen kümmern. Ich werde helfen, wie er mich jeden Tag behandelt. Floink, ich weiß, dass du es eines Tages hier lesen wirst. Denken Sie daran, dass ich immer für Sie da bin und auch bleiben werde, bis dies unsere letzte Erfahrung ist. Endlich kam ich in den Renovierungsraum und betrat einen der Räume. Draußen war der Himmel, noch dunkelrot-dunkel. Als ich ein seltsames Geräusch hinter mir hörte, fiel ich in einen Seelenwald. In diesem Sarg floss ein Kronleuchter. Was? Als ich mit ihm sprach, hörte er auf zu lachen. Zuerst passierte nichts, aber dann wurden die Wassersäulen vom Boden abgehoben. Endlich trat er ins Licht. Hydropi hat mich angegriffen. Ich war zuerst wütend, weil ich dachte, er hätte uns abgesagt. Aber als ich ihm in die Augen sah, sah ich ihn. Der vor mir ist die Hydropothek, die ich kannte. Was? Etwas fiel in seine Hände. Schlimmer als die dunkle Kraft. Das Lernen hatte sich in Hydropis Herz. Okay, das ist viel schlimmer als die dunkle Macht. Puhi. Ganz schnell weg. Tschüss. Ich bin raus. Das Lernen. Und jetzt musste ich gegen ihn kämpfen. Auszug. Ödland. Wir haben gar keine Kapitelnummer mehr. Als ich aufwachte, war ich in einer despotischen Höhle. Der erste Satz. Und wir haben jetzt schon eine despotische Höhle. Da kann ich gut was aufs Thumbnail basteln. Es war dunkel und die roten Wolken am Himmel waren nicht mehr hell. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Ich erinnerte mich, dass wir alle vom Toheido-Baum gefallen waren und ich offensichtlich einige gerettet hatte. Alles klar, Alter. Was ist... Was? Hat der Übersetzer eigentlich mit dem Toheido-Baum? Aber ich hab das eh schon festgestellt. Weil, das ist ja mit dem Google-Übersetzer gemacht. Der Google-Übersetzer, den hat bestimmt Bill Gates gemacht. Bill Gates ist schuld. Dieses Projekt soll uns alle dumm machen. Ich war unter freiem Himmel und in jeder Hinsicht außergewöhnlich, dass mein Boot irgendwo gelandet war, weil ich das Meer hinter mir sah. Ich beschloss, nach Freunden zu suchen. Story of my life. In der Hoffnung, dass es mich auch retten würde. Ich war hier gerade nebenbei ganz schlau am Discord gucken, daher bin ich verrutscht. Aber mein Körper kam nicht heraus. Ich versuchte, mich aufzuhalten. Modern und wieder. Plötzlich begann ein unabhängiges Universum. Mir wurde klar, dass ich in diesem Moment nichts anderes tun konnte, als zuzusehen. Ich bin in viele Gesch... Ich wollte gerade sagen, ich bin in viele gestörte Gebiete geflohen. Das einzige gestörte Gebiet ist, wenn ich hier bin und dieses Projekt aufnehme. Ich bin in viele zerstörte Gebiete geflohen, aber bisher war ich in jeder Hinsicht in meiner Gegend. Als ich am richtigen Ort ankam, lernte ich ihn gerade kennen. Ich war in Silberdorf. Was ist das schon wieder? Warum? Ich habe Gänsehaut gegessen. Ich wusste, dass die dunkle Macht hier ein Lager aufgeschlagen hatte und ich konnte mich nicht beherrschen und rannte weg. Aber aus irgendeinem Grund ist nichts passiert. Ich war mit einem anderen Pokémon konfrontiert, aber alle haben lange gebraucht. Sie haben am Anfang alle wie meine Freunde dieser Erfahrung so gehandelt. Sie wirkten machtlos und hoffnungslos. Ich weiß nicht warum und ich wollte das auch nicht tun, trotz des schlechten Gesichtsausdrucks der Zerstörung, der Schwäche der Macht. Ich fühlte mich gut. Das habe ich gefühlt. Ich ging zurück in die Vergangenheit, so wie das, was mein Körper kontrolliert, einen bestimmten Zweck hat. Der Marsch ging weiter und ich musste noch öder aussehen als die Gegend, an die ich mich erinnere. Das ist eine sehr schöne Selbsteinschätzung, Selbstbewusstsein, Käsetoast. Alter, wie oft will ich heute noch verrutschen? Es dauerte nicht lange und von einer solchen Welt, die unser Zuhause ist, bleibt nur eine dunkle, hoffnungslose, leere Ruine übrig. Nach einer Weile erreichte ich einen spirituellen Wald. Oder noch besser, was ist mit ihm passiert? Die häufigsten Bäume wurden aufgrund fehlenden Sonnenlichts getötet oder verstümmel, okay? Entspann dich. Plötzlich wurde ich geladen. Ich wusste, dass dies der Ort sein musste, an dem die Leute es immer wollten. Er sah sich um und verstand, wie ich anfing zu waschen. Dann durchsuchten meine Freunde die Höfe um mich herum. Alle waren hier. Latina, Necrozma, Pulversau, Hydropi und Lordecke. Ich kann nicht erklären, was auf der ganzen Welt los ist, aber ich bin sehr zufrieden mit der Tatsache, dass ich sie alle gesehen habe. Das erwartet auch keiner, dass du das alles erklären kannst. Ich habe versucht, mit ihnen zu sprechen, aber sie schienen mich nicht zu hören. Ich habe auch unabsichtlich versucht anzugreifen. Vielleicht gelang jedoch kein einziger Angriff. Meine Freunde standen um mich herum und schienen etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Lichtstrahlen erschienen auf dem Boden. Meine Kunden haben nie gearbeitet. Hä? Bevor ich es wusste, war die ganze Gegend hell. Eine Glühbirne teilte alles. Wenn das Licht ausging, war bei mir immer alles gleich, nur jemand Neues war hier. Da war jemand direkt vor mir. Er wurde von außen weitergegeben. Es war ich. Dieses Pokémon das aussah, als wäre ich plötzlich in einem kleinen Stück gelähmt. Das aussah wie ein Gattungsportal. Ist damit jetzt Tinder gemeint? Meine Freunde waren glücklich und in Panik. Alles klar, gleich beides. Wie? Wieder ohne sie zu wollen, fand ich mein Vergnügen. Kein normaler Spaß statt eines sehr hasserfüllten Ausdrucks. Ich hatte das Gefühl, eine Reaktion zu haben und dann war der gesamte Bereich dunkel. Als die Strahlen zurückkehrten, bewegten sich all meine Freunde vor mir. Ich weiß nicht, warum ich getan habe, was ich getan habe, aber ich hörte ein wildes Lächeln. Wie hört man ein Lächeln? Ich kann Geräusche riechen! Und ein Lächeln, das ich nicht fühlen wollte. Ich sagte mir, es musste alles nur ein Traum sein und ich bin auch aufgewacht und dann habe ich das Gleiche getan. Ich kuschelte mich in den Tisch und starrte auf das weiche Glas zwischen den Höhlen. Dann habe ich das Waschwasser auf einen Felsen geladen. Es ergibt wieder alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Ich mache es langsam. Alles in Ordnung, Florent. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Als ich wieder alle Sinne zusammenbrachte, sah ich mich um und sah dort einen zusätzlichen Raum vor mir und eine Sofortnachricht in einem Wald, der den Seelenwald gehabt haben muss. Ich wurde ohnmächtig und ging in den Wald, als mir jemand in den Weg kam. Passiert! Da Krei stand ohne Probleme vor mir. Hör auf! Nein! Warte! Was bist du? Was kannst du erraten, um wahr zu sein? Ich war ein wenig überrascht von seiner Antwort. Wenn mich jemand so ansprechen würde, dann wäre ich auch sehr überrascht! Du weißt nicht, was das ist? Du bist gerade meinen Weg hierher gegangen. Was willst du von mir? Insbesondere mein guter alter Freund sagte mir, ich solle hierbleiben bis der mächtige Feind anscheinend und ich muss ihn jetzt zuerst reinholen, damit er hier etwas Erstaunliches bekommt. Ich erkannte ihn jetzt. Es war ein Teil der Seele von Geanta. Da Krei schien mein Interesse erkannt zu haben. Oh, du interessierst dich für das Cover? Mal muss ich dann gegen dich kämpfen. Ich war bereit für einen harten Kampf, obwohl Darkrai einmal in die Luft gefallen war. Oh, wie schade. Du bist mit Sicherheit siegreich und ich habe keine andere Wahl, als was? Es gab eine spirituelle Trennung und zog mich. Einen Moment des Zweifels fragte ich. War alles da? Ich dachte, du könntest dieses Stück von mir fernhalten. Ich glaube, du arbeitest für die dunklen Kräfte. Jetzt hör mir genau zu, Kleiner. Ich habe mich für die gleiche Idee vertreten, wie die dunkle Macht. Warum also nicht zusammenstellen? Ich werde das Stück mit vor einem mächtigen Feind verteidigen. Nicht vor Okay, Floink! Floink! Ich glaube, ich glaube, ich habe herausgefunden, warum Bisasam alles so sexuell belästigt. Das liegt halt einfach in seinem Blut. Denn Darkrai sagt hier nicht vor einem Zuhälter wie dir. Alles klar. Das heißt, Bisasams Eltern sind Geschwister und er ist und Floink ist sein Zuhälter. Du hast immer noch viele tödliche Todesfälle. Ja, das haben Todesfälle in der Regel tatsächlich an sich. Wir werden uns definitiv in der Hölle sehen! Das stand da nicht. Nachdem dies gesagt war, war er verloren. Ich war fassungslos von so einem langen Spaziergang, wollte mich aber noch nicht beschweren. Mit dem Mut der Seele, die im Gepäck blieb, ging ich in den Wald der Seelen. Kapitel 7 Feinde der Vergangenheit Ich Ich nicht glauben, dass dieses Monster augenblicklich vor mir stand. Es klang unterbrechungsfrei, noch exakt auf diese Weise unverständlich wie damals. Ich jetzt meine Rache! Nun griff es mich an. Ich kämpfte derzeit also selber gegen einen Mutanten, der aus einem fehlgeschlagenen Experiment entstanden war. Trotz seiner real unausgereiften Organe schien es mächtiger zu sein als beinahe alles, was ich bisher gesehen hatte. Hatte meine Mischung exemplarisch wahrhaftig eine Kampfmaschine erschaffen. Ne Cross schiebt gerade einfach immer irgendwelche Wörter ein, die so richtig eilmann mäßig sind. Hier einfach die Kombination schon aus exemplarisch und wahrhaftig doch als ich die Attacken tendenziell sah, wusste ich, was los war. Das Mistviech hatte sich der dunklen Macht konnektiert und dieser Tage einen Teil ihrer Macht erhalten. Der Kampf war gleichwohl gemäß anspruchsvoll. Nick Crossma ist der größte verfickte Allmann, den ich mir vorstellen kann. Was zur Hölle ist mit dem in jedem Satz irgendein Allmann Wort? Ich hatte das immense Problem, dass ich mit meinen Angriffen nichts gegen das Monster einstellen konnte. Augenscheinlich hatte sich sein Typ innerhalb der Verwandlung nicht abgeändert. Also konnte ich übergangsweise nichts tun aus einem Hagel aus Dunkelheit auszweichen. Ich will Der nächste Satz hat kein Allmann Wort. Ich merkte wie entschlossen dieses Wesen war mich zu töten. Dieser Satz hat kein Allmann Wort. Und dann sehe ich den nächsten Satz mit dem deutschesten Wort, das ich je gesehen habe. Ich habe dieses Wort nie zuvor in irgendeiner Form gehört. Und jetzt kurz dachte ich darüber nach, ob es eventuell überdies im Recht sei. Schlimm genug. Nichts desto minder nichts desto minder was ist mit dir nix schuss mal du Al Mann. Mir ist mein Headset vom Kopf gefallen. Alter, was ist mit dem Typen? Nichts desto minder. Daraufhin dachte ich mir, es sei lediglich ein Klon. Ich rede jetzt nicht, schauß mal das Zeil. Wieder letzte Einmal. Nichts desto minder. Daraufhin dachte ich mir, es sei lediglich ein Klon. also dasselbe Pokémon wie das, das freiwillig im Zuge meinem Experiment mitgemacht hatte. Also war es grundsätzlich das Urteil des Wesens alleine zu werden, wie es derzeit war. Doch anstatt sich zu freuen, Kraft erhalten und in die Geschichte eingehen zu können, gab es mir die Schuld an seinem Problem. Dieses Wesens war umstandslos undankbar und akkurat dem zufolge konnte ich sofort nicht aufgeben. Das Monster war, wie man an seinem Erscheinungsbild längst erkannte, sonderlich träge und griff allein langsam an, egal wie ausgeprägt Macht es hatte. Somit enorm es mir nicht schwer auszuweichen, innerhalb ich überlegte, wie ich den Kampf für mich entscheiden könnte. Es wirkte ziemlich hoffnungslos und an eine Flucht war nicht zu denken. Nach weitestgehend 30 Minuten kam ich auf eine genauso mühelose wie effektive Idee. Ich müsste problemlos dasselbe machen, wie mit dem Felsen in der Höhle. Ich sammelte die Lampen, welches von den glühenden roten Wolken ausging, inmitten meinen Händen. Der Mutant hörte auf anzugreifen und nahm ein wenig Abstand. Er schien nicht ganz zu beherrschen, was ich da tat, bis ich das gesammelte Licht auf ihn feuerte. Da er ein Unlicht Pokémon war, wusste ich, dass die Beleuchtung ihm großen Schaden zufügen würde. Es fing an zu brennen. Es ging zu Boden und schien bedeutende Qualen zu erleiden. Nach manchen Sekunden hörte es auf sich zu bewegen und kurz darauf ebenso zu brennen. Ich ging zum toten Körper jener Fehlgestalt. Es ist nicht meine Schuld, dass es so weit kommen musste. Et weig lernst du für dein nächstes Leben etwas daraus und legst dich nicht mit Pokémon an, die andersartig als du ein bisschen bedeuten. Nach diesen Worten verschwand sein Körper vor mir. Ich wollte längst nahe zu gehen, doch auf einmal begann der Boden dort, wo vorweg der Körper lag in lila. Vor mir auf dem Boden lag der lila Splitter von Günthers Seele. Ich nahm ihn mit und machte mich oft zum Zentrum des Seelenwaldes. Den Gedanken meine Freunde zu suchen hob ich mir für später auf, denn von dort ging ein seltsames Licht aus. Nichts desto minder! Ich muss sagen, das klang vielleicht ein bisschen neutral, aber zumindest ich persönlich fand das gerade irgendwie einen der lustigsten Abschnitte bisher. Was war denn mit Nick Schross mal los? Das war ja der größte aller Allmänner. Digga, ich schwör, ich überleg, ob der in der Walross-Edition sollte er irgendwann wieder vorkommen in einer Bonus-Episode. Ob ich ihm dann so eine Stimme gebe, ja, ne, ich weiß halt noch gar nicht, was ich für Bonus-Episoden noch mache, ich will eigentlich schon noch ein, zwei machen, deswegen, warum nicht eine, vielleicht mit Nick Schoss mal sogar im Mittelpunkt und dabei kann er dann ja reden, wie der letzte Allmann, nichts desto minder, würde ich sagen, fahren wir nun mit einem linguistisch weniger begabten Charakter fort, was war denn das bitte, ich brauchte einen, äh, Latias, ich brauchte einen Moment, bis ich den Sinn von Latios Aussage begriff, die dunkle Macht hatte ihn zurück zu den Lebenden geholt und auf ihre Seite gezogen, nun ist er hier, um seine Rache zu verstrecken, noch, noch binnen, ich dies dachte, streiften mich die anschließenden Klingen, nein, Latias, werd nicht zum Al, werd nicht auch zum Allmann, bitte, das, das kannst du mir nicht, das kannst du mir nicht antun, das schlimmste an meiner Lage war, weil das ich nicht das Recht hatte, irgendwie sauer auf ihn zu sein, im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich mutmaßlich nicht unterschiedlich gehandelt, der, wisst ihr, tschüss, also nicht tschüss, ihr kriegt jetzt die ganze restliche Folge in fucking Allmann Sprach Ausgabe, im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich mutmaßlich nicht unterschiedlich gehandelt, aufgrund wollte ich ihn ebenso nicht angreifen, darüber hinaus, trotz allem, was passiert ist, trotz allem, was wir uns miteinander angetan haben, er ist und bleibt mein Bruder, ich konnte ihn nicht bekämpfen, zuerst habe ich versucht, ihm das gleiche Gefühl zu geben, aber als ich mit ihm sprechen wollte, hatte ich einen Verdacht im Hals, warum hört er mir zu, ich war wohl nicht mehr seine Schwester, ich war der einzige Verräter seiner besonderen Slaven, also habe ich seine Angriffe von Zeit zu Zeit und zu Fuß vermieden, du denkst, er müsse nach einer Weile schlafen, aber er hat mich immer davon abgehalten, alternative Angriffe auf mich zu machen, es schien mir entscheidender, entscheidender, ich sah ihn fröhlich für seinen eigenen Zweck, auf dessen Segen er auf ihn gewartet hatte, zu diesem Zweck endlich wieder frei zu sein, ich sah langsam Hoffnungslosigkeit und Entschlossenheit in seinen Augen, er wollte es die ganze Zeit schaffen, aber er wusste, dass er es nicht schaffen würde, wenn ich es weiter tun würde, ich ging hinein und fand einen Weg, Nick Shosma, Hydropi, Floink, Bulbasaur und natürlich an einigen Stellen Günther und Lord Ecke, wenn sie lesen, was ich hier geschrieben habe, werde ich nicht länger in einer solchen Welt sein. Ich gab das Dodgen schnell auf. Warum steht hier jetzt auf einmal sowas Dodgen? Was? Was? Ich gab das Dodgen schnell auf und schnell und schnell war das Gewürz weiß und weiß. Sie redet über Salz, glaube ich, weil Latios so Salz ich bin ruhig. Ich habe in diesen Tagen am Tisch gegessen. Ich konnte kaum gehen. Ich hörte Latios laut aufstehen. Habe ich dich getroffen? Am Ende konnte ich... Ich wusste, dass dies mein Ende sein würde, aber ich bereute nichts, was ich getan hatte, seitdem ich dort angekommen war. Ich kann mich wieder waschen. Nick Schosmer, Floink, Günther, ihr alle, danke für alles. Dann griff er an. Auf jeden Fall war ich zuversichtlich, dass heutzutage alles enden würde und öffnete meine Augen. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ich hörte ein kurzes Seufzen und sah ein deutliches psychologisches Plätschern vor mir. Was zum Fick? Ne, ein deutliches psychologisches Plätschern vor meinem Gesicht. Ich kann nicht. Alles war schlecht, aber ich schrie, um aufzustehen und ging langsam zu seinem Kopf. Ich hatte einen mentalen Albtraum und wusste nicht, warum er nicht heraus kam. Ich warte immer noch auf einen Angriff, aber ich gekämpft hast. Latias, es tut mir leid. Ich kann nicht schnell sein. Als ich jedoch nicht in einer solchen Welt war, habe ich alles gesehen, was passiert ist. Deine Konflikte, deine Erfahrungen, deine Schmerzen. Ich wollte dir nicht vergeben für das, was du getan hast, aber ich habe gesehen, wie du dich verhältst. Du bist schrecklich. super. Du warst hoffnungslos. Im Laufe der Jahre hast du mir klar gemacht, dass du so etwas nicht kannst. Und du bist immer noch meine Schwester, obwohl ich es immer noch will. Ich werde dir nicht ein bisschen geben können, gerade jetzt in unserem Krieg. Ich wollte nur trotz allem kämpfen, weil die dunkle Macht nur wollte, dass ich das moderne Leben unter den Bedingungen und Bedingungen gebe. Ich weiß, wenn du nicht wüsstest, könnte ich dich nicht angreifen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Latios hatte während der gesamten Geschichte Tränen in den Augen. Wir haben für eine Weile nichts gesagt. Dann habe ich leise eine Frage gestellt. Sind wir ein anderes Team in Bewegung, Bruder? Er sah mich leise an. Sie können es abbrechen. Ah ja, wir waren vorne, als wir uns ein wenig an Latios erinnerten. Übrigens, die dunkle Kraft hat mir ein wenig Schutz gegeben. Ich denke, du kannst sie benutzen. Ich hatte viel erwartet. Ich war aber wirklich mehr als schockiert, als er mir ein Stück von Günthers Seele gab. Den gelben Teil der Gerechtigkeit. Also gingen wir beide in die Mitte eines spirituellen Waldes, weil dort Pokémon zu denken schien, dass Nick Schosma genau gleich aussah. Kommen wir zum letzten linguistisch vielleicht begabteren Figuren Figuren Charakter. Wir werden sehen, was bei ihm geschieht, bei Bulbasaur. Hydropie-Effekte ziehen weiterhin meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich hatte keine Ahnung, wie ein solcher Konflikt gut enden würde. Ich wartete darauf, dass er mich so sah wie zuvor, so wie ich es tat. Seine Erfahrungen bedeuteten mir nicht nur Wichtiges in meinem Leben, sondern er brachte mich in diese Situation. Ich wusste, dass ich ihn nicht angreifen konnte. Ich wollte ihn nicht verletzen. Er konnte nichts dagegen tun. Er hat meinen Freunden nie eine Alternative gegeben. Ich fand es besonders schwierig, ihn nicht herauszuziehen. Obwohl es nicht wirklich schlimm war, weil seine Angriffe nicht stark waren. Meins hingegen wird seine Feindschaft zerstören. Mein einziger Weg war, ihn wieder fallen zu lassen. Ich versuchte ihn mit seinen Worten zu erreichen. Hydropi, ich weiß, dass du noch da bist. Du kommst zu mir. Sie haben wirklich viel mehr getan als ich. Forti schien mir zuzuhören, doch stoppte die Angriffe und stoppte die Angriffe, um es zu erzählen. Nein, du bist schuldig. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du kannst nicht. Wieder in diesen Worten fühlte ich den Kampf, den er selbst führte. Plötzlich verursachte Verzweiflung Hoffnungslosigkeit in ihm. Er fing wieder an, anzugreifen. Dieses Mal waren seine Angriffe nicht so schwach wie zuvor. Du warst stark. Jeder kam mit großer Kraft. Aus diesem Grund konnte ich sie nicht leicht umgehen. Meine Kraft versuchte es nicht. Ich wusste dass ich nicht lange durchhalten würde. Ich musste lernen mit ihm zu laufen. Hydropi bitte erinnere dich an all die guten Zeiten in denen wir zusammen waren. Er seufzte erneut aber eine Art Kraft kämpfte gegen ihn an. Es sieht so aus als würde er wieder zur Besinnung kommen. Nein! Sein nächster Angriff war mit so großer Kraft dass ich zu Boden fiel. Ich war verletzt noch am Leben. Hydropi kam zu mir. Ich wusste dass es alles oder nichts war. Hydropi kommt zu dir. Denke darüber nach was uns mit uns verbindet. Denke darüber nach was Flönk sagen wird. Hydropi wir sind eine Familie. Dann war alles schwarz aber die Dunkelheit ging immer wieder verloren. Hydropi hat mich nicht angegriffen. Ein Nebel war gerade aus ihm heraus gekommen. Durch das gleiche bist du okay? Ich stand auf und trocknete meine Füße. Ich bin froh dass du zurück bist. Er lächelte mich an. Die Rückseite des Raumes beleuchtete den ganzen Raum. Ich habe nichts gesehen aber ich fühlte ein kleines Gefühl in meinem Bein. Das Licht geht aus und es gab einen schwachen Tanz vor mir. Es gab ein Loch wie dieses vor Hydropi nur hat es ein dunkelblaues Licht. Er fragte mich ist ist Bulbasaur? Ich habe diese Dinge erkannt. Es sind Stücke von Günther Gras. respektvoll und nützlich. Ich glaube diese Folge ist so behindert zum Anhören. Ich mache die ganze Zeit auf den letzten Eimern und zwischendurch so drei vier Mal beginne ich wie ein Behinderter zu lachen. Wir legten es nieder und unsere Idee verschwand. Es gab vier Pokémon mitten im Wald die zu rufen schienen. Also gingen wir dorthin. Kapitel Acht D D T Ich buchstabiere D Leerzeichen D T I R Alles klar. Auf geht's. Nach all dem werde ich Floink diese Geschichte fortsetzen. Jetzt wird jedem klar sein, was wir jedes Mal durchgemacht haben, wenn wir uns mitten in einem spirituellen Wald getroffen haben. Als ich dort ankam, waren die Gespräche zwischen Latias und Nyxosma sehr angenehm. Ein drittes Pokémon, das den Lateinern sehr ähnlich sah, fiel hinter beide zurück. Er stellte sich mir als Latios vor und war besonders Latinas Bruder. Es läuft komplett Sorry, ich muss grad ne Discord schreiben relativ dringend, deswegen ich hoffe, ich kann mich jetzt ein bisschen besser konzentrieren. Anscheinend befanden sie sich in einem schwierigen Kampf. Ah ja, eigentlich sollten sie das nicht. Schließlich schlossen sich auch Bulbasaur und Hydropions an. Wir sagten uns, was wir alle durchmachten. Wir hatten einige Dinge hinter uns, aber als andere merkten, dass sie alles aus ihrer Vergangenheit gesehen hatten und gezwungen waren, in den Krieg zu ziehen, konnte ich nicht mehr sagen. Die einzige Nachtruhe war, als Darkrai mit ein paar Erklärungen eine passende Seele auf meinen Kopf legte. Aha. Nach allem, was ich froh, dass ich so etwas nicht ausprobiert hatte. Trotzdem hörte ich ihnen zu. Ich kann über jeden etwas Neues lernen. Was mich am meisten überraschte, war, dass Hydropia und Bulbasar sich tatsächlich vor mir verstecken konnten, bis sie Brüder waren. Ganz so irgendwie war das glaube ich nicht. Lord Ecke hat mir gerade geschrieben, aber weißt du, das ist Lord Ecke, der kann warten, bis ich mit der Folge fertig bin. Wie sie wissen, war ich mir dessen nicht bewusst. Als Bulbasar und Hydropi erst am Ende ihres Kampfes sprachen, kamen wir endlich mit einem wichtigeren Thema heraus. Wir hatten wirklich alle außer Latias, aber am Anfang war das, was Latias jetzt verteidigt, ein Teil von Günthers Seele. Wir hatten also insgesamt sechs, weil wir uns von Beginn eines solchen Besuchs an die Geduld des Patienten genommen hatten. In meisten Arztraxen braucht man wirklich viel Geduld. Wir hatten fast alles. Geduld, Ausdauer, Gerechtigkeit, Mut, Ehre und Hilfe. Sie haben Ehre. Wir haben den Prozess herzlich besprochen. Wir müssen das letzte Stück finden, dann können wir Günther zurück bekommen. Nein, wir können nicht riskieren, dass die dunkle Macht uns sofort sieht. Wir müssen das Risiko eingehen und versuchen seine Seele auf diese Weise zu binden. Das funktioniert nie im Leben. Ein kleines Signal an uns, egal wo es ist. Am Ende hatten wir es natürlich viel damit zu tun, dass Günthers Seele aus diesen sechs Stücken zusammen kam. Andererseits habe ich natürlich die Motive des Uluas verstanden. Wer ist Ulua? Necros, Malatias, Hydropi und ich haben die ersten fünf Elemente zusammengestellt. Ich musste mich jetzt mit der ich musste mich mit zwei Teilen befassen, weil ich ein paar Geduldssitzungen machen musste. Jetzt fehlt der Bulbasaur Bereich. Bulbasaur sah sehr unglücklich aus. Er legte ein Eid ab, als er einen Spartaner aus seiner Tasche nahm. What the fuck? Warum hat... Was ist mit dem? Also was wissen wir über Bulbasaur? Er belästigt oft andere auf sexueller Weise, was daran liegt, dass es wohl seine Gewohnheit ist, denn Floig ist sein Zuhälter. Seine Eltern sind Geschwister und jetzt wissen wir noch, dass er tatsächlich in seiner Tasche in der Regel Spartaner dabei hat. Was? Was ist los Bulbasaur? Viel Glück, Günther wird bald neu für uns sein. Als ich jedoch gegen die Idee war, versuchte ich hoffnungsvoll zu sein. Ich weiß nicht, ob Bulbasaur es ohne Probleme leicht hätte versuchen können oder nicht und seine Antwort war ich weiß es nicht so. Er machte auch einen Schritt zurück im Geiste. Er stand einfach vor der Seele und zog seine Trennung heraus. Er wollte es besonders benutzen. Es geschieht alles langsam in Bewegung. Er wollte sich über ihn lustig machen oder ein paar Minuten bevor er unter Bulbasaur einen Mülleimer aus dem Punkt holte. Einen Mülleimer. Gut, dann ist es wohl offiziell. Nick Crossmer verrät sie dieses Mal, indem er Bulbasaur in den Müll wirft. Er traf sich mit dem unvergleichlichen Bulbasaur und verschwand sofort wieder. Alles klar, das heißt, er ist auch noch ein Superheld. Hört sich zumindest für mich zu. Bulbasaur war jetzt hilflos auf dem Teppich, der jetzt voller Blut war. Bulbasaur, wach auf. Willkommen, wach auf. Er begann ein wenig zu sagen. Florian, danke für alles, was ich glaube an dich. Ich geriet in Panik. Was meinst du, Bulbasaur? Das wirst du uns antun. Komm schon, Bulbasaur, du kannst es tun. Danke. Nachdem er überrascht war, begann er zu posten. Alles klar. Digga, so richtiger Instagram-Sucht, die liegt im Sterben, holst sein Handy raus, Selfie. Yo, lol, ich Roffel, Hashtag, like mein Post, senden, tot. Die Lache muss ich mir abspeichern, als Audio. Am nächsten Tag war er komplett weg. Ich schaute auf das Bild, das er von mir hatte. Ich hörte den Klang meines Herzens. Ich war sehr müde, aber ich wie alle anderen mich in Form ansahen. Ich hatte ein kleines Gefühl, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Ich war ein Pokémon, der ständig versuchte, Alternativen zu verstehen. Gleichzeitig versuchte ich, die Aktion der dunklen Kraft zu verstehen. Ich musste die ganze Zeit mit mir selbst reden. Kenne ich. Ich bin YouTuber. Ich mache ... warum besteht diese Folge nur daraus, dass ich schlechte Witze mache und mich selber darüber zusammenlache? Was ist aus meinem Leben geworden? Aber so eine Zeit, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es nicht schaffen konnte. Ich fühlte ein Gefühl, das ich nie fühlen musste. Reinen, reinen Hass. Dieses Ding hat sicherlich einige Motive für das, was es tut. Aber anders als das, wenn... Sie sind hoffnungslos. An Ort und Stelle laufen sie schließlich für eine sehr lange Zeit von mir. Moment. An Ort und Stelle laufen sie von mir weg. Ein begrenzter Tag für mich. Aber trotz allem, was zur gleichen Zeit passiert war, fühlte er sich befreit. Endlich konnte ich diesen Hass hassen, den ich die ganze Zeit durchgemacht hatte. Sie werden diesen Hass spüren. Diese Macht flog und verriet. Derjenige, der mein positivster Freund ist, hat sich immer übergeben. Ich glaube, der hat sehr viel gesoffen. Was mache ich hier? Ich drehte mich um den Hebel. Alle andere schauten mich an, außer Hydropi. Er schaute auf den Kofferraum, um zu weinen. Ja, kennt ihr das nicht auch? Kofferräume machen mich immer so traurig, Alter. Ich muss da nur hinko... What the fuck? Ich ging ruhig bis Pokémon, die einzigen in unseren Reihen waren, die nicht völlig überrascht waren. Nick Schossmer. Als ich mich ihm näherte, sah er mich erstaunt an. Er hätte meinen Angriff nie erwartet, sonst hätte er es nicht getan. Du, du machst eine Hautfalle. Was denkst du über dein Kreuz? Ich denke tatsächlich, du sagst es. Anstatt ein wenig verirgert zu sein, fing der Glückliche auch noch an zu lachen. Nein! 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 Stopp! Es reicht! An dieser Stelle ist Schluss! Es geht hier nicht mehr weiter! Haben wir uns verstanden? Es geht hier nicht weiter! Und warum... Alter, ich versuche gerade, dass mein E-Mail-Programm nebenbei mal... Danke, dass du mir nicht mal anzeigst, dass ich eine Mail habe, die ich schon dreimal abgerufen habe. Nick Schossmer, du dummer Haufen Scheiße! Also wichst mindestens einer von Ihnen, was hier passiert. Nick Schossmer hat's geschafft! Ihre Schuld ist, dass ich es getan habe, nicht meine. Wenn sie früher gewesen wären, hätte einer von Ihnen mich akzeptiert und nicht in einer solchen Welt das Recht auf Selbstbestimmung immer berücksichtigt. Ich bin nicht dumm. Ich habe Allianzen geschlossen. Ich war begeistert von dieser Ansicht und wenn ich ihm meine Hingabe zeigen würde, damit ich leben könnte, würde ich meine rechte Hand fortsetzen. Derjenige, der mich töten musste, war derjenige, der mich erfüllte. Und mein besonderer Spion! Alles, was er sagte, war reine Garnision! Oh, und warum hast du die richtige Idee? Wenn du so denkst, musst du beim ersten Treffen mit ihnen auf die dunkle Kraft warten, du bist wie alle Floyd-Inhalte. Bist du, denken sie, wenn die Teile der, werden sie Teile der Seelen sammeln, schläft ihr Feind? Die dunkle Kraft ist jetzt besiegt! Das ging einfacher als erwartet. Das war es dann mit der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2 in Dumm. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Ein Like unterstützt mich. Stimmt oben in der Ecke habt, ob ihr vielleicht auch den dritten Teil sehen wollt. Ich weiß. Ich wünsch mir das gerade nur. Sie ist größer als Gott. Während der sechs Male, in denen sie nur fünf spirituelle Teile gesammelt haben, hat sie ein modernes, sauberes und reines Kit erschaffen. Der alte Abriss hat nichts getan und Günther unterstützt dich immer noch. Aber du musst nicht aufpassen, denn wenn ich dich alle loswerde, wird mein Meister mich reich belohnen. Die Kraft des Baumes hatte ihr eigenes Übel gemacht. Nicht die Kraft des Baumes, aber ihr meint nicht den Toheido-Baum, von dem ihr am Anfang gestürzt seid, oder? Das wäre Nein. N. Nick Krosma verabschiedete sich aus Angst von uns. Das war genug für mich. Auf diese Weise scheint er auch gegen Nick Krosma zu kämpfen, aber in mir war der Hass noch höher als zuvor. Bevor ich es wusste, hatte ich ein weites Feuer gefangen, das so groß war, dass es die letzten Überreste der Bäume weggeblasen hat. Dass die letzten Überreste der Bäume weggeblasen worden waren. Nick Krosma starte fassungslos auf den Teppich. Du Verräter, wenn du ein Held wärst, dann würdest du danach kämpfen, damit die christlichen Schreitkräfte nicht fallen. Okay. Also ist jetzt... Das ist es! Das ist ein Element. Die Kraft des Lichtes ist eigentlich Gott. Und die dunkle Macht ist Satan. Und das heißt, die ganzen Anhänger Gottes, all unsere Protagonisten sind eigentlich christliche Streitkräfte. Damit die christlichen Streitkräfte nicht fallen und sie nicht fallen würden, ich würde Bulbasaur beurteilen, um welchen Preis? Essen! Meine Sinne waren fest in mir. Sie fühlten sich ein wenig blühend vor mir. Plötzlich bildete sich ein perfekter Kreis um mich herum. Das rote Licht traf mich. Ich wachte auf und kam zurück. Am hinteren Ende fiel eines der Schafe direkt in mich hinein. Ich befand mich in einer völlig weißen Umgebung. Hier war nichts als der Ort. Ich bemerkte ein rotes Licht vor mir. Es sah aus wie ein Sack, der mit einem Kordelzug umschlossen ist. So hab ich mir das Licht vorgestellt. Etwas, das unsere Stimmung verändern wird. Ich kam zu meinem Kopf zurück. Alle standen um mich herum. Floink, stimmst du zu? Was zum Teufel war das? Ich antwortete nicht. Ich öffnete stattdessen meine Hand. Für ihn war es der letzte Teil von Günthers Seele. Hergestellt aus reiner Definition. Rote Bestimmung. Andere waren auf der Suche nach der letzten Seele, bis die stille brach. Gehen wir zurück zum G Back Na. Nee, G Back Back Wir haben angefangen, das Stück in die Seele zu werfen, die den Bulbasaur besaß. Jetzt kommt der letzte Teil der Seele. Früher hatte ich es von einem leichten Lastwagen benutzt, der den gesamten Bereich beleuchtet hatte. Es wurde erfolgreich in sieben verschiedenen Farben gestrichen. Ja, ja, es ist zurück. Zuerst Teppich, dann Gelb, dann Grün, jetzt Farbe, Dunkelblau, Orange und schließlich Hellrot. Teppich ist wieder eine Farbe, Porsche, Game Ness, jawohl, ja, was mache ich? Das letzte Buch, nachdem das Rot überlebt hatte, war weiß. Dann verging die Zeit und der Ort, an den wir die Seelen mitgebracht haben, war jetzt mein alter Freund Günther. Er sah sehr seltsam aus und sah sich zuerst um. Ja, also das beim seltsamen Aussehen ist natürlich. Wer, wo bin ich? Hab, hab, Handy ist passiert. Es stellte sich raus, dass sein Verstand, wie er mit Lord Ecke versprochen hatte, zunächst ein Auge auf das geschehen hatte. Mit dem Verlust des Lichts verlor der Geist von Günther seine Verbindung mit unserer Welt und als bekannt wurde, dass er vollständig verloren war, verließen Teile der Seele. Günther selbst hörte nichts von unserer brandneuen Erfahrung und war wach zu hören, was wir ihm sagten. Als der neue Hydropi seine Rede beendet hatte, sah Günther nun die Veränderung in äh, die in unserem Team stattgefunden an. Bulbasaws Rede, wo ist er? Was ist mit Nik Rosma? Er sah sich wieder um und sah zu Latios, wer bist du? Jeder. Schön, ist schon geklärt. Als ich langsam zu meinem normalen Schock Zustand zurückkehrte, der Satz ist jetzt schon inhaltlich behindert, begann Latios festzustellen, wer er war und was er hier tat. Endlich versteht Latios! Wie erwartet war Günther ihm als Mitglied unseres neuen Teams besonders offen. Dann drehte er sich zu mir um. Waschen sie sich, was ist los mit ihnen? Seit ich zurückgekommen bin, haben sie kein Wort gesagt. Und wo ist Bulbasaw in diesen Tagen? Oder sind sie immer noch auf den Beinen? Was gerade geschah, bedeutete mir etwas. Als die Situation angespannt war, war ich sehr vorsichtig. Um Nik Rosma zu verstehen. In diesen Minuten verlor ich meinen besten Freund auf der einen Seite. Ich bin seinem Schuldner zu Dank verpflichtet. All diese guten Tage sind vorbei und die dunkle Kraft hat den großen Gott wirklich erreicht. Erstens haben wir unser Ziel erreicht, aber obwohl wir es erreicht haben, ist die Welt jetzt endgültig zum Scheitern verurteilt. All diese Gedanken kamen mir in den Sinn und mir fiel nichts anderes ein. Günther sah mich immer wieder fragend an. Es ist Bulbersaw. Bevor ich das Gespräch alleine fortsetzen konnte, konnte ich meinen Kopf nicht heben. Ich verdrehte die Augen in Tränen und schaute auf das Meer. Wo kommt das Meer her? Günther überraschte mich, als er das sah. Habe ich was falsch gesagt? Es tut mir leid, Flonk. Was ist los? Back to Alman Time! Latias Interveniette! Bruder! Was los? Bayerisches Radler gesoffen, oder was? Ich denke, wir müssen die Sicherheit rechtzeitig prüfen und ruhig bleiben. In erster Linie schweben. Wenn wir in Sicherheit sind, werde ich alle ihre Fragen beantworten. Mit der Unterstützung aller meiner Freunde erreichte ich eine Höhle, in der sich Latias wieder mit IY auch mit Latios traf. Der Ort, an dem Latias aufwachte, schien perfekt zur Entspannung zu riechen. Andere zündeten es an und versammelten sich darum den Ort, oder? Ich stehe einfach in einer dunklen Ecke der Höhle, um mich ein bisschen zu entspannen. In all dem Chaos gab es keine Zeit Ich fasse den nächsten Satz zusammen. Bombenprank! Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor 5000 Zuschauern ein. Aber Hydro Pilatias und Latios waren immer noch da. Gunther hatte die Präsentation verschoben. Ich stand auf und ging zu ihnen. In der Zwischenzeit kam ich für den Frieden zurück. Meine Freunde sahen sich die neuesten Autoshows an. Alles klar. Die sitzen einfach vorm Fernseher in der Welt in der es nicht mehr Autos gibt. Und sah nun wenn ich zwischen ihnen saß. Oh Flonk du bist endlich wieder wach. Du schläfst wirklich lange. Ich auch. Ne eigentlich nicht. schlafe zu wenig. Fühlst du dich wieder ein bisschen besser? Ja danke aber jetzt an einem Ort an dem es die dunkle Kraft gibt. Wird das selbst gereinigt? Weißt du was wir hätten tun können? Sehr gut während sie schliefen haben wir ein anderes Verfahren besprochen. Wir waren uns alle einig wenn wir wollten dass die dunkle Kraft ein sauberes Element besiegt brauchten wir eine bedeutende Kraft. Plötzlich sprach eine Stimme zu mir Günther Ich Ich den anderen erklären das ist meine Meinung war Latios sah ein wenig unglücklich aus es ist eine Schande besonders wenn es Spaß macht jetzt war ich wirklich gespannt was Günther für eine Idee von mir halten würde Kapitel 9 Die Legende der dunklen Welt Ich glaube so weit waren wir noch nie richtig in einer Folge Es ist einfach logisch Wir brauchen also eine saubere Tafel und schon sind wir raus Es wird von selbst angeklickt Ich habe sofort meine Hand auf seinen Arm gelegt Ist die annehmbare Abteilung auf diese oder jene Weise abgetrennt Als du mich zurückgebracht hast war es das letzte Licht Dies waren die Überreste des Kartenelements Ohne sie wäre meine Seele nicht scheinheilig Mit den anderen Worten reine Demut ist ein Teil meiner Seele Ja wenn ich dieses Projekt aufnehme geht mir das nicht anders Dann kam mir die Idee zu ehren was wir tun müssen um unsere dunkle Kraft zu erlangen Früher habe ich viel Wasser getrunken und jetzt habe ich wieder verloren aha danke für die Info wow was ist das seid ihr alle verrückt haben wir während des Anrufes nicht vergessen ich wusste dass sie das sagen würden es gibt aber auch den Geist der Transformation denken sie darüber nach beide Purple Module haben keinen bestimmten Zweck und wissen sie warum weil sie aus der Hölle gemacht sind das klingt wie so fucking Werbesendung bloß das was der labert Digga beide Purple Module haben keinen Zweck und wissen sie warum weil sie aus der Hölle gemacht sind geil Das will ich kaufen wenn wir die dunkle Kraft aus der division entfernen ist dies keine besondere Forderung und kann uns nicht widerstehen in der Tat wir haben Purple Module aus der Hölle An sich schien alles vernünftig und hätte Auswirkungen haben können aber ich sah immer noch ein kleineres Problem mit diesem gut ausgearbeiteten Plan Es sieht alles gut aus aber auch dort wo sie sind willst Hast du ins Rampenlicht geraten um eine dunkle Macht zu erschaffen Glaubst du das Dieses Mal erhielt Latios Günther die erste Antwort Die Welt um ein bisschen so zu sein Ich habe noch nie davon gehört erzählte mir eine Geschichte In der Welt gibt es seit Jahrhunderten eine Bewegung Ich bin erstaunt dass sie sie deutlich gehört haben Diese Legende erzählt Dies einer Parallelwelt Was Die Legende Erzählt Dies einer Parallelwelt Das Einzige ist dass sie bereits in die Zukunft fällt Aber in einer Welt wie dieser sind die Dinge anders als hier Da es sich um eine Parallelwelt handelt geschieht dasselbe wie in uns nur einige sehr unterschiedliche Erklärungen Es gibt andere Tage Nicht Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Da ist jeden Tag Drölftag In dieser alternativen Welt hat alles seinen Platz eingenommen Die These konnte nicht verhindert werden Die ganze Welt fiel in Dunkelheit Das Leben ist kurz Die Verzauberung dieser Welt ist einer der Gründe warum das Erscheinen der dunklen Kräfte für Pokémon in dieser Welt so traurig ist Sie haben Angst dass sie sicherstellen können dass unsere Welt eines Tages eine dunkle Welt sein wird Aber die dunkle Welt ist legendär und bleibt es auch zumindest größtenteils Aber Aber habe die Basis Daten vom größten Experten auf diesem Gebiet erhalten Dark Power Als sie mich schaffen wollte Ne Verzeih Was Alles klar die dunkle Macht hat Latios erschaffen Als sie mich darauf vorbereitete mit Latios zu kämpfen sagte sie mir dass sie die bestmögliche Welt schaffen wollte Eine Welt in einer dunklen Welt Also eine Welt in gibt eine dunkle Welt in der wahren Natur die alle Pokémon fürchten Sie sagte sich dass es in unserer Welt ein Portal gibt über das sie in die dunkle Welt gelangen können Da die dunkle Welt dieselbe ist wie unsere aber zögernd kann die Wahl anstelle einer dunklen Kraft hier nicht die reinen Details erfassen Günther war wirklich überrascht von einer solchen Veränderung von mir Ich entschuldige reinen Reinheit Ne mit der sauberen Reinheit weischt Sie haben noch gar kein Wort darüber gesagt Bedeutet das dass ich drei dieser geheimen Experimente wiederholen muss oder was Wenn sie dort wären wären sie nicht so schlimm Ich dachte Latios würde versuchen Günther zu beruhigen aber er antwortete mit einer geringeren Reaktion als ich erwartet hatte Ja nicht ganz Befürworter ihres Falles haben daran gearbeitet das eigentliche Protokoll dieser Erklärung online verfügbar zu machen Das hört sich jetzt auch wie irgendwie Kundensupport oder so ein Bullshit an Also wir haben heute die Dauerwerbesendung am Start Gura du hat keine Wache wie Lettland hier die dies tut Was ist mit Lettland immer los Glauben sie mir sie werden es genießen Alle Wachen dort sind eine Schatten Kreation Klingt wirklich so als würde man das leicht genießen Das heißt was das Testen dieser Teile von der Pure Bridge betrifft Sie können sehen wie großartig Gernta in der Show ist Hoffentlich wird ein Traum wahr Lassen Sie mich raten ich muss noch einmal über alles reden weil dies die einzige Option ist Wer wird sich diesen Prüfungs stellen Jetzt waren wir alle zusammen Aber was ist wenn es nicht Günther ist der sich danach für die dunkle Welt entschieden hat Er muss noch stärker als Günther sein um diese Tests zu bestehen Wo können wir Pokémon so stark sehen Es mag optional sein zu beherrschen wie er auf diese Aussage reagieren soll Aber ich habe bereits verstanden was Latios sagen wollte Du meinst es nicht ernst Latios Es macht keinen Sinn Gegenfrage Was das auf diesen Blättern auf diesen Blättern und auf diesen Blättern steht macht in irgendeiner Form Sinn Nichts Gar Nichts Niemand Ich habe jetzt die Blätter komplett verknüttelt Günther hat nie verstanden was Latios meinte Kann mir mal jemand sagen was hier los ist Latios und Hydrope die die ganze Zeit über geschwiegen hatten waren jetzt in Kontakt Jetzt möchte ich überprüfen wer ausgewählt werden soll Kommen Sie direkt zum Latios Punkt Daher denke ich auch dass alle zustimmen Latios bestätigte schließlich meine Schätzung und die anderen auch die dunkle Welt Alles klar Aber was bedeutet das mit jemandem wie Günther bin ich total schwach alleine stark aber mit Günther Ne Wenn Günther Konflikte in diesen Prozessen hatte wie soll ich sowas als nächstes tun Ich find super wie nicht in einem Wort erwähnt wurde dass Floyd da eigentlich die Prüfung machen soll Aber hey Um eine ernsthafte Antwort zu erhalten aber es scheint dass Latios mehr tun wird als ich denke Noch wichtig in dieser Hinsicht ist dass es fast eine Puppe war Warum Denk an Floink Gut er sagt Floink jetzt dass er an sich selber denken soll Wahr wahrscheinlich Denk an Floink Erinnerst du dich nicht an etwas was passiert ist bevor du den Zwielichtwald betreten hast Ich war zuerst sprachlos Woher weißt du das Ich hab's niemandem erzählt Zu meiner Überraschung antwortete Hydropi Wir alle kennen Floink nur nicht ihn Was Also das steht da und das ist meine Frage Ich wusste nicht was ich sagen sollte Das Einzige was ich bei meinem ersten Treffen zu Bulbasar sagte war dass ich die Gegend nicht verlassen würde weil ich nicht sagen wollte dass ich nicht wusste woher mein Fan kam Sie seufzte aber sie kam gerade heraus und dass all meine Freunde davon wussten Günther kannte den Grund für mich Nun Bulbasar hat es uns allen ohne zu zögern erzählt zur gleichen Zeit meine erste Erfahrung in der Nacht als wir in Treasure Town ankamen als du schlafen gegangen will will lernen bald scheiterte die dunkle macht so dass wir ihnen helfen können ein wenig über ihre Zukunft zu lernen aber da wurde nichts draus zuerst habe ich eine Weile gebraucht und ein bisschen um alles zu verarbeiten schließlich wurde mir klar was passiert war aber ein Teil davon verstand ich nicht aber wenn Bulbasar es ihr an diesem Abend erzählt hätte wie würden sie von den Latianern und Latinos wissen ihre Entscheidung war immer noch vernünftiger als erwartet Hydropi hat mir ein paar Tage später X erzählt und ich habe es Latios gegeben bevor wir zu dir kamen ich hatte ihre Antworten satt und wollte nicht länger reden ihre Frage ist also Latios ja das stimmt gut Latios ist jetzt eine Frage aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun die eigentliche Frage lautet ich weiß es nicht was das ist son ich find diesen Dialog irgendwie ich find diesen Dialog irgendwie saugeil aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun die eigentliche Frage hier ist doch ich weiß es nicht wow Latios geh an dich aber es ist sicher anzunehmen dass ihr zukünftiger Verlust und ihr Gedächtnis an einen dunklen Ort gebunden sind und ich bin sicher sie sind nicht schwach aber sie haben immer noch viel Potential wurde nicht benutzt niemand wird in der Lage sein diesen Job richtig zu machen dann ist ja schön dann braucht es ja gar nicht zu probieren aber aber wo genau ist eigentlich das Portal zur realen dunklen Welt Latios war besonders verlegen das ist natürlich eine sehr dumme Geschichte ja das ist eine sehr dumme Geschichte das hier ist eine sehr dumme Geschichte Es ist so das Portal befindet sich in einer versteckten Höhle bald am Spiegel sehen Silberdorf als Gegenleistung weißt du was wenn sich das Portal in Silberdorf befindet fahren wir nach Silberdorf ich mein gibt es eine andere Option so wusste ich dass es real war aber ansonsten bat ich Latios um Schutz und sie können kein Portrait eines meeresweit von Silberdorf erreichen er sagte nein nein danke das musste ich jetzt auch zweimal hören die einzige Möglichkeit den Preis am Grund des Sees umzukehren besteht darin am Anfang des Sees in das kalte Wasser des Sees einzutreten Sees dann können wir dann können sie diese sehr versteckte Höhle erreichen also wurden alle anderen Wege vermieden wir mussten nach Silberdorf begeben dort einen Hügel bekommen und Geld verdienen alles klar sie steigen in den Immobilienhandel ein in der Hölle also haben wir uns auf die Reise nach Silberdorf gemacht die noch verheerender sein wird als unsere bisherigen Erfahrungen aber Latios gab uns einen wichtigen Hinweis aber wenn sie versuchen auf das Portal zuzugreifen seien sie vorsichtig ohne die Macht der Dunkelheit werden wir nicht in unsere Welt zurückkehren können bereits wenn wir gezwungen sind in der Höhle zu sorry bleiben gibt es nur ein Portal oder stirb wir hatten keine Ahnung wie wir durch den Zivilen See kommen könnten ohne es zu entdecken wir wussten nicht dass wir ihn vermissen würden wenn Nick Shosma die dunkle Macht über Latios rücke informiert hätte sie uns trotzdem zur Rechenschaft gezogen Silberdorf war jedoch nicht großartig doch Silberdorf ist die großartigste Stadt die je in einer Geschichte erfunden wurde zwei Schritte reichen aus um auf das Portal zuzugreifen Kapitel 10 im Duna Büro gut der Titel ergibt keinen Sinn natürlich hatten wir Erfahrungen um uns in der Innenstadt unwohl zu fühlen und hofften dass es dort keine menschliche Seele geben würde Latios ging etwas weiter um Silberdorf aus der Ferne sicher zu finden wir sind jedoch nur wenige hundert Meter von der Stadt Grenze entfernt und warten auf den Latio Bericht es dauerte nicht lange bis er in uns eindrang alles klar ist notiert leider haben wir auch darauf gewartet auf dem Stadtclub gibt es eine Menge ich kann jetzt schon nicht mehr lesen auf dem Stadtplatz gibt es eine Menge Zoroastrianer die alle auf unsere Ankunft warten was ist mit diesen Tagen als Hydropi vorschlug wir wüssten nicht wie wir dorthin gelangen sollten gib dich der Menge hin ja ich sehe nur einen Weg um das Portal zu erreichen ich werde vermeiden wenn sie beschäftigt sind gehst zum See und gehst zum Portal wenn ich sehe dass du die Insel erreicht hast werde ich es tun ich werde dir folgen wir alle waren kritisch wäre ich auch bei dem Plan bei dem ich kein Wort verstehe aber wir wussten dass wir keine Wahl hatten Latias und Latios waren besonders groß sie würden Angriffe mit großem Radius nicht vermeiden können Gunther und ich waren diejenigen die die letzte Schlacht führen würden und so blieb nur Hydropi übrig also ging unser Plan in die Tat um Hydropi versteckte sich wenige hundert Meter von den Dachrinnen entfernt und zerstörte seine Äste Wie wir geplant hatten stand Soroaster sofort auf und ging in die Gärten um nach Hydropi zu suchen der tatsächlich dort war als wir noch dort waren Wir stiegen allmählich zum Grab auf Aha Wo habt ihr jetzt schon wieder ein Grab her Ich mein ich will euch nicht hinterfragen aber wir haben es nicht gesehen als wir aufgestanden sind Zero umarmte uns Alter der Typ ist doch sonst nur am Smash Bros Content kreieren oder meint ihr jetzt den aus der Kirby Reihe ne andererseits der hat keine Arme Wir sind so lange weg dass sie uns nicht mehr schlagen können Früher standen wir am Strand und meine Freunde warfen ihre Hände ins Wasser als ich einen Fehler machte Ich habe Angst vor dem springen hauptsächlich weil ich ein Feuer Pokémon bin Ich war der Letzte der meinen Job gekündigt hat Hashtag Arbeitslosengelder Und ich wurde gewarnt dass ich nicht wirklich so sein würde Der Verkäufer war immer stärker sodass ich nicht mehr mit Schwierigkeiten und Schwierigkeiten stehen gehen konnte Als Latios die Höhle erreichte sah ich wie wie ich den anderen folgte Nach den Lateinern gingen Günther und Hydropi nur nur ein paar Meter entfernt weitere drei Meter zwei Meter fast fertig Aber wenn die Welt so behandelt werden würde hätten wir niemals die ganze Situation angewendet Ich war direkt vor der Höhlentür konnte aber keine Fortschritte machen Ich habe mich sehr bemüht den nächsten Meter hinter mich zu bringen aber bin aus der Luft gekommen Das warst du schon lange du bist unter Wasser Nach einer Weile wurden meine Augen schwarz Alles klar Alter Das ist ganz natürlich Umso weniger Luft man bekommt umso eher ändert sich die eigene Augen Farbe Oder so Weiß nicht All meine Freunde wurden in einer dunklen Parallelwelt verhaftet und die einzige Hoffnung ist zu den Erfahrungen zurückzukehren die nur ich weitergeben kann Sie wurden jetzt dort verhaftet und ich musste bleiben Mein Zögern führte zum Ende der Welt Sehr schön die Geschichte ist mal wieder rum und Alter könnt ihr mal aufhören hier auf Discord zu Spam Ich hab hier gerade meine Montage die gerade prämiert hat geteilt und jetzt Spam die ganze Bullshit Kacke rein Alter Ich weiß nicht wie viel Zeit vergangen ist bevor ich wieder aufgewacht bin Ich befand mich wieder in einer Zelle in einem anderen Raum fast völlig dunkel Ein paar Minuten bevor meine Augen durch die Dunkelheit gehen wollten sah ich auf der anderen Seite der Bar eine alte Identität Alles klar Alter Fleun hat wohl Alkohol Problem erstmal saufen gehen Den verrät er Nick Chosma Dieses Pokémon schien im Gegensatz zu mir sehr außerhalb seiner Situation zu sein Also bist du noch am Leben So sei es Digga nicht wieder Alman Chosma Ich muss sagen dass dein großer Plan wirklich mit Würde funktioniert hat Deine Freunde sind in dieser dunklen Welt voller allerlei gewalttätiger Wege in diesen Zeiten dass du uns heutzutage jeden Tag hinterher wirfst Was ist denn mit Alman Chosma am Start Der Typ der muss einfach vorkommen und schon wird Alman Modus activated aber auf höchstem Level gesegnet bist du aber du kannst dich glücklich schätzen aus irgendeinem selbst seltsamen Grund wollte der Meister nicht dass du dir einfach selbst verzeihst frag noch einmal ich war nicht glücklich an Dialog für Pokémon wie ihn zu Beginn ich sah unter dem Garten hervorkommen als er die Tür schloss war es völlig dunkel aber obwohl die Situation nicht gut war war es eine gute Sache finde den Fehler Obwohl die Situation nicht gut war war es eine gute Sache also was jetzt war es gut oder war es ich finde es super kannst du nächstes mal noch ein bisschen lauter brüllen man sieht den Ausschlag schon man hört nicht perfekt so ähm so jetzt muss ich wieder den Text Ort finden wenn ich etwas weiter gehen könnte könne ich in die dunkle Welt gehen und unser Plan würde wieder funktionieren nur wie ich verbrachte Stunden damit zu planen wie ich entkommen würde aber es schien so dunkel in dem Raum in dem ich eingesperrt war ich konnte nichts finden und ohne ein kleines Getränk würde es ewig dauern warum er ist immer Red Bull ach klar er braucht ne kleine Red Bull weil Red Bull verleiht Flügel und dann fliegt er einfach raus wenn ich andererseits ein wenig aus meiner Zelle herauskommen könnte müsste ich aus der achten Ivy Festung fliehen was fast unmöglich war es gibt eine Reihe von Seerock an jedem Ort und in jedem Korridor als Geräusch aus den Höfen oben es gab viel Lärm und es gab viel Lärm jetzt mal im Ernst ich glaube ich weiß jetzt wie die Texte in YouTube Kacke entstehen es gab viel Lärm und es gab viel Lärm Genius und jetzt mal im Ernst mir wurde geschrieben dass wem eine bestimmte Szene meiner Montage gefallen hat die muss ich jetzt mal kurz raussuchen und gucken welche er meinte 27 die davon allen echt das war eine der langweiligsten finde ich vor allem lag es einfach dann dass der Gegner scheiße war Sekunden später öffnete jemand die Kellertür weil was ich erst vor wenigen Stunden als Gratwanderung gesehen habe habe ich jetzt kaum noch die Augen geblendet und musste zu mir zurückkehren Necrozma betrat sofort den Raum und trieb eine Kreatur vor sich her er umarmte es das bezweifle ich war walk 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 aha jetzt kennen wir den namen der zoroak kreatur walk move okay es soll walk move die oder so wahrscheinlich gesprochen werden aber du bist ein nutzloses experiment derjenige der mit seinem meister unzufrieden ist wird bekommen was er bekommt alter ich sag doch das ist youtube kacke du wirst von jemandem mehr gebraucht er ließ den liebhaber in einer zelle hinter mir die ich vorher noch nicht gesehen hatte bevor Necrozma ging konnte er nicht anders als einen schlechten kommentar abzugeben egal wie glücklich sie sind sie haben eine der dunkelsten Welten gewählt solange sie sich hier nicht ärgern müssen ohne erneut in die Welt ihrer Wahl einzutreten nachdem dies gesagt war verließ er den Raum also das musste auch gesagt werden ich habe lange gewusst dass ich diesen Ort schon einmal gesehen habe aber ich wusste nicht wo er war der Ort er sah nicht aus wie ein normales Pokémon das wundert mich tatsächlich eher weniger genau wie ein Mutant er sprach mit mir bevor ich es wusste nicht in normalen Sätzen aber ich verstand die Bedeutung seiner Gedanken und Bemerkungen du schwebst ich war erstaunt dass sie meinen Namen kannte was ok der Charakter heißt gar nicht Floink er heißt offensichtlich schwebst ja das bin ich woher kennst du meinen Namen sie antwort als sie antwortete war es wie Stücke vor meinen Augen ich habe oft gehört dann als wäre mein Körper es war ich hatte Angst ich finde es super wie der Charakter schon im Original komplett unverständliches Zeug labert hier ist es noch besser es war seltsam für mich Pokémon ich bin angekommen ich habe angegriffen Ezip Pokémon aus Angst dann hast du ich habe aufgehört anzugreifen ich hatte Angst vor Innovation das klingt ja fast wie ein Boomer ich bin weggelaufen er sagte er hat es gehört dein Name renn hinein auch die dunkle Menge redet oft deine Freunde und du als ich Bulbaser traf war es die Armut die mich herausholte Oth ich wünschte ich wollte dich nicht erschrecken nichts Schlimmes nur ein Schock nichts tat weh es war ein bisschen schwer dann ist es ja wie ich aber mir wurde klar dass es genau das gleiche war wenn es nicht so aussah als wären sie Freunde und du kann du kann gut mit ihm reden wir fingen an zu reden und warum bist du hier ungefähr vor allem ja die dunkle Menge ich habe es gesehen ich habe ein Angebot gemacht für mich vor Pokémon wegzulaufen wo ich es gegeben habe Körper jetzt vor ein paar Tagen habe ich getroffen und gekämpft das gleiche Pokémon habe ich nicht die dunkle Menge hat mich gerettet schlimmer dieses Pokémon das mir gab Körper rechte Hand dunkle Masse ich finde es cool der Text ist glaube ich tatsächlich das nächste was wir zum Original bisher hatten und trotzdem versteht man kein Wort vor allem das ist so eine Sache wenn es die dunkle Macht noch gäbe ich würde das so weitermachen die dunkle Masse zu nennen Alter ich wurde verhaftet weil ich ungehorsam war weil ich nichts tue meine Pflicht ich fing an zu verstehen als ich Bulbasaur vor dieser Existenz rettete wusste ich nicht was es war oder woher es kam aber jetzt verstehe ich es war Nick Shosmas schuld wenn ich damals nur dachte dass ich sauer auf ihn war als klar wurde dass er nicht der Dunkelheit schuldig war dieses Pokémon sah nichts wofür es sich zu sterben lohnt das ist doch schön zu der Zeit wollte ich mir keine Sorgen machen warum es für mich so bequem war mich über unsere Erfahrungen besonders zu ärgern ich erzählte ihm die Dinge die wir gesehen und erlebt hatten von Freunden hatte ich gesehen aus vielen neuen Perspektiven erst in diesen Stunden wollte ich wissen wie reich ich war ich bin reich und ich scheiß auf alle besonders das Interessanteste herauskam besonders als das Interessanteste herauskam als ich über den Krampf Krampf ja passt auf zwischen wie spreche ich das jetzt G Leerzeichen Unter aber das U hat so ein Dach sage ich ich kann Zeichen benennen so ein Dach drüber ich nenne es jetzt G Unter und Lord Ecke gegen die dunklen Mächte sprach kam Nick Crossma und schnitt meine Gedanken oh die Aussicht ist so schön zwei fehlgeschlagene Experimente wie die anderen boah ich sag's wie es ist ich finde Nick Crossma ist persönlich für mich vielleicht einer der bestgelungensten Charaktere der Valros Edition als er ein Protagonist war war er finde ich ein bisschen arg generisch aber als Antagonist ist er einfach ein Arschloch und das ist schön wenn du so redest lernst du dich anders zu halten was du wirklich bist Nick Crossma ich bin erstaunt wie du so leicht unter der Dusche einschlafen kannst alles klar das ist schön ich habe in meinem Leben keinen Fehler gemacht Körpermasse ist nicht meine Schuld das war das ganze gute Essen das war mein Leben in zwei Sätzen zusammengefasst wenn es hier wäre könnten sie Latinos fragen und ich bin direkt davon überzeugt dass einer von ihnen klug genug ist auf die Schafe ihres Lebens zu hören solange Pokémon eine Chance gegen Gott wie die Dunkelheit hat das ergibt wieder keinen Sinn als Nick Crossma und ich wütend auf unseren Kopf waren brach Zoro Astra problemlos zusammen und saß ruhig da als Nick Crossma letzte Woche verschwand fühlte sie sich plötzlich glücklich als ich gefragt wurde was an der aktuellen Situation so erstaunlich ist hat mich das auf modernste Weise überrascht ich will jetzt nicht wissen dass ich jetzt weiß in welchem Jahrzehnt Nick Crossma gelebt hat aber ähm 1940 ich das Licht an einem Ort als du gestritten hast heute Abend wenn drin sei draußen ruhig ich zünde ein Licht in der Zelle an und du brennst dann so stark um ein Mulla zu sein was ist ein Mulla ich kann nichts anderes tun als überrascht zu sein also haben wir spät abends gewartet da wir das oben nicht gesehen haben haben wir ein paar Minuten gewartet dann haben wir unseren Plan aufgeführt es hat alles perfekt funktioniert meine Leidenschaft im Leben selbst war nicht genug um dich so schlau aussehen zu lassen ja um mich schlau aussehen zu lassen muss man viel schaffen oder sich meine Carol Montagen angucken da hab ich 8000 IQ aber in der Zwischenzeit sah die Situation mit dem Licht des kombinierten Lichts anders aus wir hatten nur genug Licht für eine der Zellentüren also schmolzen wir die Balken an der Tür meiner Zelle und ich kam um die Ausweise für die andere Zelle die an der Wand steht zu entfernen um die Ausweise zu geben wir sind also ohne Problem direkt davon gekommen es war wie Mitternacht als wir endlich vor dem gesamten Spiegelsee anhielten wir wussten beide was heute geschah jetzt mussten wir es vermissen ich musste in die dunkle Welt aber Zoroaster konnte wegen seiner Struktur nicht schwimmen es war ihnen also nicht möglich zusammen zu kommen also ich denke es ist Zeit sich von der Demonstration zu verabschieden du richtig aber an einigen Stellen werden wir wir werden dich wir sehen uns wieder Floink Einerseits war das Wetter schön der rote Mond der seit langem als dominierende Kraft im Dunkeln gilt erschütterte den Spiegelsee es war eine schöne helle Farbe aber nicht zu hell zugleich es gab eine angenehme Wendung trotzdem fiel es mir schwer mich von meinem modernen Freund zu verabschieden ja wir werden uns wieder sehen wie dunkel die Menge verschwindet ein für allemal was machst du was du zu einer bestimmten Zeit machst ich erhielt eine sofortige was ist mit mir los ich erhielt eine sofortige eindeutige und eindeutige Antwort ihr habt es gehört sie ist sogar eindeutig nichts genau wie sie ich muss ihnen vielmals für ihren Erfolg danken ich wollte dass sie beide aus ihren Händen entkommen aber der Meister war dagegen aber auf diese Art Flucht können sie sehr leicht Gewinn machen wenn du noch nichts wusstest ja das hat KLS sich wohl auch äh ich mein Nick Shosma unser Verräter war uns gefolgt und stand nun an der Mündung des Berges wo ist dein Berg? du verschwinde jetzt von hier du kannst uns von hier aus nicht verletzen wir sind größer und stärker als du ja Flonky ist größer als Nick Shosma seems legit aber wenn du kämpfen willst folge einfach meine neue Freundin kann das kaum fragen sag mal was ist mit Gender Swapping in der Geschichte los? am Ende renne ich weg von ihnen Nick Shosma sah nicht verängstigt aus würde ich bei der Aussage auch nicht am Ende renne ich weg von ihnen als ob sie es wirklich brauchte also willst du dich wirklich auf mich einlassen? hast du ein Beispiel für deinen Bulbersoft-Long? willst du diese Art der Erneuerung? mit solch einer dummen Frage überschritt er alle Grenzen die für mich existierten wie ich vor langer Zeit erwähnte war ich in Pokémon sehr ruhig aber so sehr ich mich für Nick Shosma und Bulbersoft interessierte war meine Geduld nach den jüngsten Ereignissen sehr schnell gebrochen ich hob nur meinen Kopf zu ihm aber eine Art Hindernis stand vor mir ihr zwei habt eine astronomische Ebene geschaffen ihr seid gematert worden ein König von Twitter was? Nick Shosma ist der König von Twitter er ist der wahre Influencer-König dies ist mein besonderes Detail dies führt zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft eine Kraft die nur vom Meister überwunden was? ich will diesen Satz vorlesen dies führt zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft eine Kraft die nur vom Meister überwunden ich kann mich gar nicht was? dieser Satz ich finde den gerade irgendwie so geil einfach wie das beschrieben ist die ganze Zeit mit Meister und Kraft nochmal dies führte zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft eine Kraft die nur vom Meister überwunden werden kann dieses Mal wird ein unwilliges Pokémon die Macht nicht besiegen Ultranik Shosma Drachenmädchen ahja plötzlich ging die Schwärze in seinem Körper von links nach rechts eine Reihe reiner Milch die andere reines Licht so entsteht Ultranik Shosma aus Licht und aus Milch das heißt Ultranik Shosma ist Gift den Titel muss ich mir merken Alter wisst ihr was? eine Sekunde eine Sekunde ich darf den Titel definitiv nicht vergessen deswegen hole ich mir jetzt einen Kugelschreiber ihr hört mich trotzdem perfekt weil ich wie ein schlauer Menschen Headset auf habe und das Mikrofon damit an meinem Schädel klebt und nicht am Laptop anders als früher oder die guten alten Zeiten als es nicht gut war und da schreibe ich mir jetzt mal auf Ultranik Shosma ab zum Schreibtisch Ultranik Shosma ist Gift Ausrufezeichen Alter hier das ist wirklich das Format in dem ich sehr tolle Dinge tue so ich hab mir jetzt schön während der Folge Notizen gemacht damit ich den Titel für die Folge nicht vergesse ähm Nick Shosma ist eine Transformation die Pokémon noch nie gesehen hat Lord Ecke und Latias und Günther den hab ich überlesen aber die Ultranik mit der wir konfrontiert waren war von da an anders es war Ultranik mit Sündig die Kraft des Lichts im Vergleich zu der der Dunkelheit sein Aussehen war in Günthers Beschreibung sehr unterschiedlich eine dunkelblaue Ultranik Deren Augen von rotem Blut gerötet waren aktuell jetzt Kämpfe für die wahre Macht des Königs Schlagzeilen Bitches ähm den letzten Satz hab ich dazu gedichtet es gab eine andere Bedeutung nachdem sie seinen Körper aufgehoben und einen Verräter ausgewählt hatten kämpften sie gemeinsam gegen die gegen das dunkle Königreich des Lichts was ich denke es ist an der Zeit sich an meinem positivsten Freund zu rächen wir mussten Ultranik Schoss mal besiegen dies wird die dunkle Kraft schwächen und meine dunkle universelle Reise wird keine Überraschung mehr sein aber es war klar dass ich selbst glücklich in diesen Kampf verwickelt war anfangs war ich sehr jung aber nur am Anfang des Kampfes und dachte ich könnte mich nicht für etwas entscheiden das eine der dunkelsten Welten ist andererseits als wenn das der Fall wäre hätte meine kleine Kraft in ihm Zoroastra der Kraft von Nick Schossmas Antriebsstrang nicht nahe gekommen zu sein fragt mich nicht was dieser Satz bedeuten soll es fiel mir schwer herauszufinden wie stark er zu dieser Zeit im Kampf gegen Günther und Lord Ecke war obwohl Pokémon ihn normalerweise hätten fangen können wenn sie alle drei gewesen wären dann war seine derzeitige Stärke wahrscheinlich sehr stark Tatsächlich ja ich weiß gar nicht wie du da drauf kommst außerdem ist Nick Schossmas so aufgewachsen dass wir normalerweise keinen solchen Vogel dort hatten um seinen Angriffen auszuweichen dazu braucht man tatsächlich keinen Vogel unsere Angreifer haben vielleicht auch einen Schuss abgegeben schützen sie die Verteidigung vor Nick Schossmas damit kein Schaden sichtbar wird auf diese Weise griff er mächtig an und so blieb der Schaden auf unserer kleinen Seite ich kann nicht mehr kämpfen Nick Schossmas scheint gut ich muss mal eine Liste führen welche Charaktere haben bisher noch kein Gender Swap in diesem Projekt bekommen Nick Schossmas scheint ihr Ziel erreicht zu haben er wird niemals die Strafe erhalten die wir ihm gegeben die ihm gegeben wurde oh das wird er noch wie ihr alle hoffentlich wisst Nick Schossmas hat eine Strafe erhalten und eine neue Chance die Macht der Dunkelheit wird diese Welt vollständig zerstören all meine Freunde werden in einer perfekten fremden Welt leben und nie wissen was mit mir passiert ist so verstand Soro Asta dass ich fertig war sie tat dann so als hätten weder ich noch Nick Schossmas erwartet ja jetzt tut so oh ihr habt das nicht erwartet Bitch Schiss mit einer beispiellosen Kraft stimmt jetzt ist die Frage ob ich mich darüber aufregen kann dass hier wer geworfen wird weil hier wird im Original schon wer geworfen mit seiner beispiellosen Kraft warf er mich in die Luft als war das einfachste der Welt und warf mich mit großer Kraft in den See durch die Kraft seines Sees wurde ich in die Tiefe des Wassers geworfen aber jetzt ihr müsst auch das Wort werfen hier gleich extra ganz oft betonen oder so dass ich nicht einmal zwei scharfe Sterne fing bis ich das Portal in der dunklen Welt betrat dieses mal habe ich ihn eingeholt aber ähnlich wenn es keine andere Wahl gab ich wusste dass mein neuer Freund im Moment nicht mehr lebte als ich mich ins Portal warf ihr braucht die Säne jetzt nicht als Ausrede zu nehmen drehte sich die ganze Welt um bevor alles klar war Pokemon Mystery Dungeon Valros Edition zurück gebrochene Träume Kapitel 11 eine zerstörte Welt und das war zufälligerweise mein Lichtschalter ihr kennt mich ich hoffe dass es normal wird ich denke nicht dass es normal wird los geht's Floink Floink lass es lang sein sei am Ende vorsichtig bitte Floink das erste was mir beim aufwachen auffiel war das Geräusch den Sound kannte ich besser als je zuvor mein Kopf drehte sich wie verrückt aber ansonsten hob er sich hoch kaum bist du endlich aufgewacht was ist passiert bevor ich antworten konnte stellte ich ihnen eine frage wie viele jahre bin ich nach dir hier gewesen ja gut man muss jetzt auch nicht übertreiben jahre als als ich genau darüber nachdachte antwortete Latios wirklich dass es gut sei und nur ein paar stunden dauerte meine vermutung war also dass die zeit in einer so klaren welt langsamer war als in unserer normalen welt wir sind in einer kleinen höhle weit weg von einem wald nein eigentlich mittendrin oder oder ne keine ahnung lol als Hydropi und Günther die gerade die Gegend besucht hatten zurückkehrten begann ich ihnen alles zu erklären ich erzählte ihnen wie ich das portal nicht bekommen habe wie ich mich auf dem dark power hof befand wo ich ne krasna traf über mein treffen mit dem soro aster über unsere neugebildete freundschaft unsere flucht und schließlich dem dem ultra narke ne rose während Latios der von der wissenschaft viel reifer war zunächst von der geschwindigkeit zwischen den beiden welten schockiert war salatias wieder mit i y überraschend gut aus n kann necrosma ultra necrosma durch die dunkelheit stärken will er es dies ist ein problem das wir nie vergessen können als feind ist ultra necrosma eine eigenschaft für sich aber auch ich ging optimistisch auf sie zu zuerst habe ich beschlossen diesen sklaven seine rechtmäßige strafe zu geben auf jeden fall hat necrosma mir schon meinen zweiten freund gegeben das ist nichts schlechtes im leben konnte ich nichts mehr bezahlen so 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 viel wie die dunkle kraft haben werden wir ihn auch in diesem zustand schlagen können andere schienen sich über meine anpassung ein wenig zu ärgern ich bin froh dass du mit all dem zeug so gut aussiehst diese zwei sätze haben in kombination wirklich gar keinen sinn ergeben du hast absolut fre absolut alter ich kann nicht mal lesen absolut recht floink in absprache mit latios haben wir uns heute für die erste erfahrung entschieden aber bevor wir gehen stellte ich tatsächlich eine bedingung meine freunde wenn nicht denke ich wenn werde ich etwas davon tun aber es ist egal was passiert da wir brainpower haben nein nicht in dieser geschichte möchte ich mich auf den verrat konzentrieren den einige meiner freunde mir genommen haben werden wir das zugrunde liegende problem im auge behalten latios sagt uns dass die dunkle welt im grunde genommen wie unsere welt gebaut wurde die erfahrung wird an den gleichen orten sein wir werden also eine lange reise vor uns machen weil wir einen punkt erreicht haben an dem mit hilfe des portals das sich zu dieser zeit auch in unserer welt befand nur dieses ziel sehr lang wurde wir haben uns entschlossen es als eine großartige erfahrung zu nutzen wenn es um günther geht meine erste station waren die zerstörten städte treasure town schatzstadt ist also mehrere städte in den wir campen wollten von dort werde ich zu allen drei zielen gehen ich weiß nicht wo sich das experimentelle theater befindet oder wer die wachen sind deshalb habe ich regelmäßig einen auftrag gewählt also beschloss ich bekanntlich in den wald der spirituellen seelen zu gehen dann zum dunklen riss und schließlich zur ruine der zeit es war nicht schwer für mich zu sehen wo in unserer welt wir reden ja meistens dort wo ihr auch irgendwie seid tatsächlich oder nicht als wir uns auf den weg in die schatzstadt machten bemerkte ich die wichtige Rolle die günther bei diesen Abenteuern auf unserer Reise in die Vergangenheit gespielt hatte ich war in Gedanken versunken frustriert von allem und sagte kein Wort aber die anderen hatten Angst dass alles in Ordnung mit mir war das das da würde ich natürlich auch sehr sehr Angst haben ich meine wenn es ihm gut gehen würde das wäre wirklich ähm unschön ähm als als Latios mir diese Frage stellte wollte ich ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen nein nichts ist schlecht ja dann ist doch kein Problem Diggi dann entspann dich in den letzten Tagen zwei Freunde verloren jetzt stehe ich vor einer schwierigen Tortur die überwunden werden muss ja klingt doch wirklich genau wie er sagte hört sich doch eigentlich gut an oder nicht ähm ich muss nur meinen Kopf gesenkt halten damit wir keine Chance haben die dunkle Macht zu besiegen was ist denn der Typ labert einfach als hätte er gesoffen der sagt genau das Gegenteil von dem was er eigentlich sagen würde ich muss nur meinen Kopf gesenkt halten damit wir keine Chance haben die dunkle Macht zu besiegen obwohl ich niemanden wie mich kenne überleben ist immer noch ein Teil einer lebendigen Erfahrung aber ich wusste dass etwas nicht stimmte ich musste mich den Tests befassen ob ich es wollte oder nicht also antwortete ich nur kurz und log ja natürlich ich wusste dass andere es nicht bei mir kaufen würden die gute Ware ist Immobilien statt zu verkaufen auf unserer reise in die dunkle welt haben wir kein einziges pokémon gefunden alle von ihnen sind von dieser welt verschwunden und nicht gerettet worden nur gelegentlich sahen wir seltsame entfernte fremde aus der ferne wie sie uns sahen war so nah war immer in der heißen luft verloren es war für uns alle sowieso sehr schwierig uns selbst zu verwalten weil das land durch das wir gingen mit wäldern flüssen bergen und so weiter bedeckt war nein war es nicht fläug dreht ja alles um was in der geschichte passiert ist die quadrate fanden nicht statt sauberer sauberer und ordentlicher boden das ist genau das Gegenteil von dem was die dunkle welt ist nach einer stunde zu fuß erkannte ge anta eine ruine in der ferne da es muss eine schatzstadt sein wir haben nicht viel zeit damit verbracht unter anderem weil wir nichts gesehen haben alles war ruiniert und einsam aber wir waren glücklich anders als in unserer zeit würde der toheide stein hier nie abgerissen wir hatten also einen Ort an dem wir sicher unser lager aufschlagen konnten ich habe gerade nur einen Satz von später gelesen und will gerade ganz kurz mal den Raum verlasse früher hatten wir den Punkt erreicht an dem ich ein Bett aus einem Teil des Bettes gezogen und mich gewickelt hatte was weder wollte ich schlafen noch wartete ich darauf aufzustehen ich wollte mich nur entspannen und wenn ich meine Erlaubnis hätte aufzuwachen würde ich zumindest für eine Weile bezahlen andere hatten das Gefühl ich hatte nicht genug Schlaf gehabt jetzt kommt der Satz den ich gesehen habe sie saß auf der Couch neben der Brustwarze derjenigen auf der ich stand Obwohl ich nicht gesehen hatte ging ich immer noch verbrachte Zeit in der Höhle und die Schlacht von Ultranecrosma hatte mich weit über meine Macht gebracht also bin ich in kurzer Zeit eingeschlafen ich weiß nicht wann ich aufgewacht bin aber ich hörte andere immer noch reden ich war fast bereit aufzustehen und mich ihnen anzuschließen als ich fühlte sich schlecht an aber ich bat sie mich aufzuwecken und sah zu ich glaube das würde tatsächlich so nicht funktionieren ich meine ich bin mir auch nicht ganz sicher aber doch ich bin mir ganz sicher einige von uns müssen in der Lage sein bei diesen Experimenten zu helfen nicht dass ich nicht dass ich für schwierig halte ich in dieser Geschichte halt ihn auch für sehr schwierig genau wie alle anderen aber ich denke natürlich dass es eine große Aufgabe sein wird warum sollte sie das nicht können danach habe ich das gleiche getan ja meine Erfahrung war nicht so schwierig dass ich es sehen würde aber es würde richtig werden ja da bin ich mir nicht sicher ich bin mir so sicher ihr seid zwei leute was bedeutet das für sie fertig nicht alle Menschen sind stärker als Pokémon wir können nicht härter belastbarer effizienter schneller oder taktischer sein ich denke Pokémon ist im Allgemeinen eine Kraft mit der man rechnen muss ja Pokémon ist eine Maßeinheit tatsächlich und zwar eine Maßeinheit mit der man das Gewicht in Lichtjahren angeben kann ich lass das einfach mal so grad einsacken sagt mir Bescheid wenn ihr es fertig einsacken lassen habt wir brauchen noch einen Moment reicht okay wir Menschen sind ganz normale Menschen wie sie gut jetzt brauche ich die Auszeit jawohl Menschen sind auch nur Menschen wer hätte das gedacht das Thema ist und bleibt flo äh falsch es ist jetzt nicht wichtig und es ist kein Thema doch es ist eigentlich schon ein Thema das Thema ist und bleibt floing ich bin ehrlich als ich grad seinen Namen und meine Verbindung kannte mit ihm als dem Auserwählten dieser Welt stellte ich mir auch ein anderen vor aber die Macht der Dunkelheit erschreckte ihn fast sie sagte floing und du bist der einzige Günther der für sie gefährlich sein könnte floing ist der einzige Günther ihr habt es gehört ich habe versucht einen Sinn daraus zu machen was Latios sagte aber es ergab bei Aktion der Dunkeln macht keinen Sinn wenn Dark Power mir Angst machte warum hat es mir dann nicht das Trinken erleichtert das frage ich mich auch die großen Fragen dieser Welt ich habe diese Frage gestellt weil die Diskussion plötzlich anders kam es ist egal worüber wir hier sprechen kehren wir zum Punkt der Kommunikation zurück floing sollte diese Erfahrung nicht verpassen sag mal ist dieses Kapitel einfach nur dass man die Bedeutung meiner Geschichte nimmt einmal um 180 Grad auf den Kopf dreht und Punkt Vergiss nicht worüber wir gesprochen haben in diesen Tagen müssen wir meiner Hand eine dunkle Kraft geben Sie haben recht Günther Wie können wir also sicherstellen dass er den Test nicht besteht Er wird sich nicht von ihm trennen lassen er hat recht Das ist der Punkt Wir müssen ihn auf gute Weise rausholen Es gibt immer etwas auf das man sich als Sieg freuen kann Ich weiß immer noch nicht die Wahrheit das stimmt nicht Vielleicht denkst du nicht so Latios sie wird es trotzdem verstehen aber wir waren uns alle einig dass Fleung diese Tests nicht bestehen sollte Sie beschlossen ihren Plan auf die besprochene Weise umzusetzen Ich weiß nicht was das bedeutete aber gleichzeitig wusste ich ich hatte ein großes Problem Als Günther bereits über die mangelnde Erlaubnis zum Experimentieren sprach fiel es mir schwer ihm zu folgen Ja als Chemie Elkala verstehe ich das In drei Wochen sind Ferien und ich habe Chemie abgewählt Ich musste versuchen keine Angst zu haben Bisher war ich an diesem Punkt Ich konnte es nicht mehr glauben Nach Nikrosim erfolgten all meine anderen Freunde Meine ehemaligen Dark Power Freunde Sie waren alle schmutzige Kreuzfahrer Das ist jetzt eine krasse Beleidigung Sobald sie aufwachen werde ich verschwinden und vor der Kiste stehen bleiben Ich werde dich keine Spuren hinterlassen Alles war online Sie waren hungrig aber nicht dumm Das sind einfach Widersätze so komplett ohne Sinn Sobald sie meinen Ausgang erkannten würden sie wissen dass ich auf dem Weg zu den Kontroll ist ist genau nicht der Plan die dunkle Kraft zerstören und ein neues Leben beginnt Alter ich hab das damals geschrieben mit neuem Leben beginnt Stimmt Ich mein jetzt beginnt in einem Monat PMD Vyros Edition 4 Another Life Das ist da wirklich auch das Haupt Thema Ich hab das Gefühl dass wirklich in der Vyros Edition 1 die hatte keinen Namen deswegen kann der nicht erwähnt werden irgendwie Reborn Hopes Shattered Dreams kam überhaupt nicht so wirklich erwähnt vor Heroes from Another World ebenfalls nicht wirklich aber das Thema Another Life also Heroes from Another World war halt die Gruppe aber Another Life ist wirklich ein Leitmotiv ein ganzes Thema auf dem die Geschichte auch aufbauen wird die vierte und von daher der passendste Name bisher und ich werde dafür sorgen dass die 5 und die 6 auch derartige passende Namen haben an einem neu gefundenen Ort mit neu gefundenen Freunden und ihren Augen auf das was sie mitgebracht haben ich wollte ein ruhiges und störungsfreies Leben deshalb machte ich mich auf den Weg zur ersten Erfahrung in der dunklen Dunkelheit boah ich find's auch irgendwie hier diese Sätze wenn Florian einfach ein ruhiges Leben will dann am Ende des Abenteuers wisst ihr alle muss er verschwinden um später dann vom Wahnsinn übernommen als Antagonist zurückgekehrt zu sein das ist schon ein Schicksal das ist nicht schön für ihn nur um dann von Nick Shosmas Reinkarnation gestoppt zu werden in der äh den hatten wir ich entschied mich für einen alternativen Befehl weil der Verräter definitiv in die Kontrollen schauen würde sie wussten wie ich sie machen sollte also war es am nervigsten diesen Befehl zu ändern wenn ich schnell war dauerte es nicht lange bis ich zum dunklen Riss kam dieses Phänomen hat mich beeindruckt wie jeder mit dem ich in diesen Tagen unterwegs war hatte ich die Brunft im Raum nicht gesehen nur Lord Eckert hatte es erweitert ich musste sogar herausfinden wie ich mit ihm umgehen sollte wenn alle aber ich wusste dass er es nicht tun würde aber am Anfang ging es darum ihn zu retten mit diesen Gedanken bin ich in eine schlechte Falle geraten es gab nur einen kleinen Raum hinter ihm Kapitel 12 Ohne Gut wenn es kein Kapitel gibt das macht meine Bearbeitungszeit leichter außer mir konnte ich kein anderes Pokémon finden aber in der Ecke des Raumes befinden sich verschiedene Pokémon Figuren ich war ein bisschen krank weil ich es ohne Wache nicht erleben konnte aber plötzlich öffnete sich ein rot schwarzer Teppich auf dem Boden ein großes Pokémon ein großes Geschäft das in die Luft gesprengt wurde wisst ihr ich öffne schon mal mein Thumbnail Programm ich erstelle das gleich ich weiß jetzt schon dass ich einen riesigen explodierenden Scheißhaufen aus Thumbnail packen würde und ich notime das auch gleich dann vergesse ich es nicht so ich hab mir jetzt einfach kurz explodierender Code geschrieben wer bist du und du suchst hier einen fremden schön ich suche einen erfahrenen anwalt alles klar richtiger deutscher ich möchte mit der Macht der Dunkelheit in Verbindung gebracht werden erfahrung ist das ein witz sie müssen nur diskriminierender sein wenn sie anderen menschen helfen mein punkt ist das sie eine karte aller status dort sehen gewaldroh schwanz und wohltätigkeit sie waren die stärksten aller zeiten was tun ihre status um mich zu erweichen deutsch tun sie nicht verstehst du nicht sie haben alle diesen test bestanden dann ist doch schön wenn sie den bestanden wenn pokémon die energie des lebens los sind sind diese statuen alle da ich sah wieder in die ecke so viel und mächtiges pokémon war bereits gescheitert wenn ich vielleicht keine chance hatte den test zu bestehen was wäre wenn andere mich belügen würden dass ich es ruinieren würde andererseits war es nicht sinnlos es scheint als wären sie direkt neben den dunklen Kräften weil sie eine solche Welt erreicht haben aber Latias hat meine Rolle vor mir gut gesagt außerdem machten sie klar dass ich diese experimente nicht machen sollte und es einen grund geben sollte ich wusste dass ich nicht in der lage sein würde das beste aus diesem mächtigen problem herauszuholen aber ich habe die macht sie zu durchlaufen ich war überwältigt von der erfahrung und meinen freunden die uns nicht mehr mitnehmen wollen du bist schwach ich werde die erfahrung geben und ich werde bestehen aha du warst also gezwungen dir selbst zu glauben kleiner oder ist es einfach ohne probleme dumm ja das ist sehr dumm aber wenn sie drauf bestehen werde ich ihnen meine ersten erfahrungen machen bevor ich etwas verraten konnte gingen sie noch weiter in die luft und der code explodiert sogar zweimal und machten ein geräusch auf mich ich schloss meine augen und als ich sie wieder öffnete befand ich mich in einer seltsamen schändlichen welt ich hörte die stimme von iveltal du bist an einem ort der erfahrung in meiner welt bist du ein was hat der mit status alter dieses wort wie all diese anderen tage du hast keine lebenskraft und bist somit in eine lehre gefallen dein test ist es dass du wieder am leben erhalten wirst ihre vorfahren sie werden es nicht tun also viel spaß in ihren nächsten stunden danke dann war es weg ich war jetzt mit vielen steinen im regenfeld mit der absicht ein bisschen mehr aus ihnen heraus zu kommen ich fand es klug einem einfachen weg zu folgen irgendwo muss der unterwegs anhalten aber bevor ich anfangen konnte deine augen sind hinter dir ein fehler er hatte eliten ich erkannte charizard nein den will ich nicht erkennen und gewaldro die welt zeigten du hast wirklich versagt ich glaube ich habe im leben versagt dass ich das hier mache ich wusste nirgendwo was mich erwarten würde aber ich habe das schlimmste erwartet ich ging den weg hinunter in eine kleine höhle daran war nichts auszusetzen aber ich hörte das geräusch sie sahen aus wie echoes die von den wänden flossen ich hörte zu was ich zu sagen hatte um zu verstehen was sie sagten das verstehe ich gerade nicht die logik dahinter er hätte es in keiner weise versuchen sollen in einer welt wie dieser gilt das gesetz des geistes was ah ich bin nicht dumm ich bin ein starker teilnehmer wie ein unkalkulierbarer fehler what the fuck all diese sätze sind vertrauter als ich nein diese sätze sind nicht vertraut dies sind einige der berühmten stimmen die ich neu definiert habe ob ich immer ein paar fehler gemacht habe im laufe der zeit gab es jedoch immer mehr stimmen und geräusche die von innen zu kommen schienen ich wollte sehen was es war und versuchte diese geräusche jetzt nicht vor meinen augen zu machen aber gleichzeitig zählten all diese sätze auf meinem kopf ich ich in die höhle und konnte nicht glauben was dort geschah ich habe dort zwei klare gesichter gesehen dort vor der höhle waren nick cross mount bulbasaur es scheint als hätte er meine existenz nicht gesehen plötzlich entfaltet sich eine vertraute szene vor meinen augen eine blume fiel vom boden und fiel schnell ins herz von bulbasaur er ging die treppe hinunter ich konnte die erfahrung dieser situation war mir einmal sehr klar aber das zweite mal nick schoss mal verschwand auf dem boden und eine schwer verletzte glühbirne begann mit mir zu sprechen gut das thumbnail ist damit schon mal geklärt das zweite habe ich mir jetzt auch notiert das wird ein wunderschönes thumbnail das weiß ich jetzt schon aber dieses mal sagte etwas anderes floink warum hast du nichts getan es war nicht schwach nicht wie in der vergangenheit aber ich konnte kein wort heraus bringen davon abgesehen lag es nicht an meinem schock meiner frustration oder an irgendetwas anderem ich konnte mich nicht schnell bewegen eine form von macht steht für mich an erster Stelle nach allem was ich für dich getan habe ich war immer da wenn du Hilfe brauchst und ich kann dir nicht glauben wenn es um Leben und Tod geht ich wollte eine Antwort geben um zu sagen dass alles eine Lüge war alles passierte plötzlich ich hätte etwas Zeit gehabt aber ich konnte nicht sprechen und Bulbasaur setzte seine Rede fort nach einer Weile hoffte ich dass es enden würde Bulbasaur sprach noch leiser bis er sich endlich beruhigte und seinen letzten Atemzug auf dem Boden machte ich war immer schockiert von einer solchen Szene und entschied dass ich wirklich lernen musste wie man es richtig macht in der Zwischenzeit konnte ich widersprechen und gehen und weitermachen als ich vor langer Zeit mein Auge nach außen hatte fühlte ich ne fühlt sich halt bei der virus edition dumm echt ein bisschen so an aber die normale virus edition definitiv nicht und alter ich freue mich schon in ziemlich genau einem Monat ich aß die Kekse und versuchte nicht aufzuhören aber nach ein paar Metern kam ein bisschen Schmutz vor mir es war Nick Ross und Wilbersau alles klar also dass man das Flank Nick Schoss mal als Schmutz bezeichnet ist nix ungewöhnliches aber Wilbersau sah schwarz und blass aus warte schwarz und blass auf einmal wie die leuchtend roten Spiegel waren in dieser Szene nicht besonders überraschend in einer solchen Welt wird das Recht auf Macht ausgeübt du wirst es bereuen wenn du mich verlassen hast am nächsten Tag haben mich beide Pokémon angegriffen oh musste ja ganz schön um mich herum war alles dunkel ich versuchte zu verstehen was geschah warum habe ich Bulima als Verräter gesehen hat er alle Stimmen gehört die alle meine Fehler zeigten war ich wirklich so schlimm wie Pokémon das ähm ja mein Kopf begann sich zu drehen ich fand erstaunliche Formen um mich herum ich war ein Dieb aber plötzlich habe ich verstanden mein Kopf war verletzt die Dunkelheit um mich herum war hell nein nein die nein definitiv nicht die Dunkelheit war nicht hell alle anix war nun versuche Pokémon verrückt zu machen also mit Menschen schafft ihr das Bribosser hat gerade angekündigt dass er nur mit seinem Kopf zufrieden ist für alles ich kann nicht ich kann mich nicht weiter von solchen betrügereien täuschen lassen ich habe lass ihn zurecht weisen und Zoroaster auch ich selbst als ich das nächste mal hörte war der Stein gebrochen ich befand mich wieder in der Sammlung von Iveltals persönlichem Opfer Iveltal war nur zur gleichen Zeit im Raum und sah sich an als er das quietschen hörte um mich herum öffneten sich Steinschläge ich habe mich aus der Leere befreit Iveltal sah mich an was du hast dich selbst gerettet plötzlich änderte sich sein Gesichtsausdruck von wütend zu wütend alter das ist jetzt okay jetzt übertreib nicht also solche Stimmungsschwankungen Junge wie kann das passieren keine menschliche Seele hat jemals ihre persönliche Hölle verlassen ist ja auch kein Mensch sie waren alle so schwach du kannst nicht alleine sein ich werde es nicht akzeptieren zeig den Menschen deine Stärke Dark hat mich angegriffen die Erfahrung ist noch nicht vorbei der Kampf war nicht der gleiche wie er an erster Stelle schien obwohl Iveltal eine solche Stärke hatte ging es mir gut mit ihm weil seine Stärke aus dieser Sicht nicht mehr half weil ich die Vakanz vergrößerte auf Deutsch steht das wohl nicht mehr da außerdem war ein Raum für Pokémon wie ihn viel kleiner als ein Ausweichen ja ein Ausweichen ist in der Regel schon relativ groß tatsächlich dies sind jedoch nur Punkte die mich in diesem Kampf angesprochen haben trotz seines Charaktermangels hatte er eine dunkle Kraft neben sich und griff wegen seiner Aggression und Plötzlichkeit an im Moment musste ich lernen welche Art von Angriff ich ausgeführt hatte weil ich nie wirklich einen Kampf geführt habe weil ich nicht denken konnte das merke ich das merke ich in dieser Geschichte soweit ich das beurteilen kann lief es sogar noch besser was möglicherweise auf die unterschiedlichen Gründe für den Krieg gegen Ultranek Schossmer zurückzuführen war die ich gesammelt hatte die Weltall wusste nicht wirklich was er gegen mich tun sollte trotzdem war er entschlossen mich zu besiegen sie konnte und wollte nicht dass ich sie als meine Favoritin respektierte ich glaube jedoch an mich selbst und kann das tun obwohl ich zuerst dachte wie Weltall ich bin nur mit meinen Fackeln umgezogen weil ich nicht alles andere auf dem gleichen Level wie Weltall angreifen konnte es schien dass der Krieg noch andauerte und nichts passierte aber es scheint dass die Weltall sich dabei wohl fühlt und wollte dass alles endet das reicht ich habe eine nützliche rolle bei dir gespielt der ganze raum war dunkel aber ich konnte einen teppich im Weltall zelt sehen es machte es größer und größer es war fast zu spät als mir klar wurde wer es war wie eine Schockreaktion dass sich gerade vor mir angegriffen wurde aber ich griff nach der Energiekugel von Ivelta und schoss auf ihn ich hörte ein lautes Geräusch dann war der Ort wieder schwarz also wirklich du hast eine Wahl ich bin froh dass ich ihn nicht sehen wollte Meister es zitterte ständig bis eine Dark Power Fackel vor mir aufblitzte ich wollte es heben aber ich konnte nicht es war die Dunkleid war die Kraft die ich kannte aber nichts passierte außer eine kurze Zeit wenn man wie Adrenalin fließt Ivelta trat zurück also habe ich den dunklen Riss aufgegeben Kapitel 13 Welten Schlepper das ist ja schon wieder ein super Name zu dieser Zeit war ich der Besitzer des Shard of Dark Power aller dieser komplett englischen Übersetzung ich kann den Test zuerst bestehen ich konnte es eine Weile nicht glauben aber es war echt ich hatte die Kraft gegen die dunklen Kräfte zu kämpfen und bevor ich das tun konnte hatte der jenige der mich verloren hatte die Verantwortung die ganze Welt mit einem solchen Verrat zu zerstören ja das ist schon sehr viel Verantwortung ich versuchte noch einmal darüber nachzudenken was ich verloren hatte und entschied dass es besser war darüber nachzudenken was bleiben würde aber was hat mich verlassen wenn ich gewinne wenn es schlecht wird wird laut ecke mein bester freund sein ja das wäre wirklich sehr schlecht glaubt mir ich kann das aus dem echten leben das ist wirklich kann ich ich kann nicht beurteilen wie es enden wird wird sie es entwickeln können wird er die Fakten in seinem Kopf umdrehen und mich beschuldigen seinen nützlichsten freund getötet zu haben ich konnte die erfahrung mit solchen ideen nicht verpassen also war ich hier und jetzt begeistert aber bevor ich mich den Ruin der Zeit zuwenden konnte beschloss ich mir Treasure City genau anzusehen von den Überresten der verbleibenden Turmsaison um meine zweite Erfahrung zu machen waren die Kreuzfahrer noch da auch nicht wieder die Kreuzfahrer diese dreckigen ich hatte es nicht erwartet aber vielleicht würden sie dort ihren Standpunkt umsetzen ich habe bemerkt wo einige Spuren waren zumindest kann ich diese Frage nicht beantworten wenn ich das nächste Mal Treasure City ohne Unterbrechung besuche als ich in Treasure Town waren die Steine die ich zuvor auf dem öffentlichen Platz platziert hatte alle handverlesene nur die edelsten Steine einfach benutzt weder Pokémon noch irgendetwas war da meine ehemaligen Freunde waren geflohen um mich zu besuchen damit ich Hilfe aus den Dark Mountains bekommen könnte der Gedanke daran ging weiter und ich habe ihn nicht versteckt alle diese Pokémon waren meine Freunde sie hielten an und standen bei mir ohne in schwierigen Zeiten anzuhalten sie waren diejenigen denen ich vertraute aber jetzt musste ich sehen ob sie nur ihre eigenen natürlichen Kreaturen waren die um ihre Haut kämpften ich ich tatsächlich sie sind eigene natürliche Kreaturen keiner von ihnen wollte jemals etwas anderes wieder opferte sich Günther der in diesem Bereich wirklich viel für uns getan hatte und auch verfügbar war für uns aber diese Gedanken der Verzweiflung halfen mir alles als alternativ und fern zu betrachten ich machte jetzt einen großen Schritt ohne ihn aber ich habe anders gedacht Ify vielleicht wenn meine Freunde mich in keiner Weise gesehen hätten niemals aus freiem willen werden sie von irgendetwas kontrolliert aber ich dachte an diesem Abend noch einmal über ihr Gespräch nach und diese Idee wurde abgelehnt bevor ich in die Veränderung der Zeit eintreten konnte als ich am Meer ankam gab es ein großes Problem anders als in meiner normalen Welt waren hier die Runden die nicht darauf warteten meint ihr mit Runden jetzt mich dass ich mich auf den verlorenen Boden und damit auf die Uhr warf Rolex Bargeld das ist mein Lifestyle verdammt warum habe ich nicht an sie gedacht gibt es eine andere Möglichkeit sie zu ruinieren plötzlich stand Pokémon der mir völlig unbekannt war vom Wasser auf Roshan was meinst du Zerstörung dann what the fuck what the fuck ist mit Giratina los diese Ruin weißt du sie ja ich weiß dass die ruinen wieder stein hinter mir sind ein hoffnungsloser ort an dem raum und zeit untrennbar miteinander verbunden sind ein monat für das Pokémon ein paradies für mich und mithilfe dieses sprichwort schien mir die existenz zweifelhafter aber als ich mich anschloss kam gleichzeitig nichts heraus wie siehst du es dort ich möchte die erfahrung dort beenden jetzt beobachtete mich die geschichte und anscheinend gab es am anfang ein ereignis wie das von die welt du willst diese erfahrung machen es ist verrückt ich will eine idee es ist nicht meine wunde also sprich mit mir aber wenn es dir gefällt werde ich dich später hierher wer wirklich dieses projekt hat dafür gesorgt vor allem der Vorgänger dass ich einfach einen Hass gegen das Wort werfen entwickelt habe ein stink normales wort weiter lade mein rücken ich stand warm auf und pokémon begann zu fliegen gegenfrage wie sollen feuer pokémon sonst aufstehen wenn nicht warm der laden war sehr nass aber pokémon waren so groß dass es absolut unmöglich war versehentlich von hinten zu rennen als wir an das wunderschöne mehr dachten dass seinen eigenen endlosen geruch hatte das mehr stinkt jetzt oder was begann pokémon mir fragen mir ein paar fragen zu stellen ich finde super wie wirklich hier geratina einfach die ganze Zeit nur als pokémon bezeichnet wird wie denkst du kann pokémon die erfahrung durchmachen ich fragte mich zuerst ob ich überhaupt lügen würde wo ich immer eine erfahrung gemacht hatte aber ich beschloss ehrlich zu sein sich information von pokémon ah hier digga hier in dieser folge heißt jeder character pokémon und das ist genau das was ich mir jetzt aufschreiben werde ähm wo ist ein stift hier ist ein stift ah ja nebenbei wenn ich das so aufschreibe gerade heute gab es ja eine pokémon präsentation ich habe mich entschieden nicht live zu reacten weil ich nichts außer ein bisschen komischen dlc quatsch erwartet habe und digga ich bin so hyped auf pokémon snap 2 das wird so geil da kommt auf jeden fall ein let's play und nächste woche auch wenn es vermutlich nur gen 4 remakes sind bei denen ich die unpopular opinion habe ich bräuchte nicht werde ich live reagieren naja so wo auf der seite war ich nun es dauerte nicht lange jetzt bin ich verrutscht nun es dauerte nicht lange bis ich information von pokémon erhielt der ein ehemaliger freund von mir war und von einer Gruppe und tatsächlich von einer Gruppe von Experten stammte die wie er behauptet eine wahl von weltklasse sein sollten weil ich es bin ich bin eigentlich arm also floing ist ein zuhälter aber er ist schon auch arm da macht er wohl einiges falsch ich als als ob Ich brauchte eine Weile, um die Wahrheit meiner Geschichte zu verstehen. In einer Zeit, in der du nicht sehr warmherzig bist. Warum denkst du in diesem Moment, dass du auserwählt werden kannst? Ich hatte eine einsame Erfahrung. Atti! Okay. Hattest du eine Erfahrung? Alter, können die aufhören, immer Erfahrung zu sagen? Wer? Ja, es war eine unerfahrene Erfahrung, die Ivelthal eingefangen hat. Stellen Sie sich vor, andere Erfahrungen gehen immer in die richtige Richtung. Dann sind wir einfach darauf aufmerksam geworden. Vielleicht musste ich letzte Nacht ins Bett, weil mich dieses Pokémon irgendwo alarmiert hat. Sei vorsichtig, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wir waren nicht mehr am Flughafen, sondern in einer seltsamen Umgebung zwischen den Teppichen. Sind sie hier? Zerstörerische Zeiten. Vor allem, du willst deinen zweiten Test direkt bestehen, oder? Ja, weißt du, dass ich so einen Wachmann sehen kann? Anstatt zu antworten, trat das Pokémon, ne, trat Pokémon mitten durch das Chaos und begann sich zu rächen. Das ist die Entscheidung. Ich, Giratina, werde dir meine zweite Erfahrung in der dunklen Welt geben. Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich nicht warum, aber ich war überrascht, dass das Pokémon der Testwächter sein sollte. Außerdem war es nur Giratina, einer der berühmtesten Pokémon-Offiziere der Welt. Wenn's weiter nix ist! Der größte Feind des Gleichgewichts ist in Raum und Zeit und in Gott und in der Welt der Widrigkeiten. Was? Ich konnte nicht glauben, dass ich ein normales Gespräch führte mit dem Pokémon in letzter Zeit. Deine Erfahrung wird so einfach sein wie der Geruch. Es ist Besuch in mir. Was? Du musst mit mir reden, als wäre ich unwissend. Ja, das merk ich bei dem Schreibstil, Freund. Anders sollte man mit dir nicht reden. Meine Erfahrungen finden in der Welt von Torgilog statt. Ich höre, dass ich mich selbst esse. Ich meine, Baten, das sich selber brennt. Ja, haha, jetzt hab ich den Joke, den jeder über Flonk bringt, gemacht. Hör auf, so Witze über Flonk zu machen. Flonk ist toll. Du bist schlauer, als du aussiehst. Lass uns doch zusammenkommen. Nachdem die ganze Welt ein paar Kräuter um mich herum hatte, sah meine Umgebung etwas anders aus. Der Himmel war blau und nicht mehr so rot wie zuvor. Überall, wo das Land in der Luft gefangen war, bestand die einzige Chance darin, nicht unter den unregelmäßigen Boden zu fallen. Geratina schwebte bei jedem Schritt vor mir, aber es schien, als würde etwas passieren. Bevor ich es wusste, hatte Geratina eine Transformation in sich durchgemachte, die ihre Beine verloren und ihre Knöchel durch einen solchen Stil ersetzt hatte. Willkommen in der Welt des Schleppers. Was zum Fick, Alter, warum Schlepper? Die Zerrwelt ist zur Welt des Schleppers geworden. Diese Welt ist ursprünglich aus allem Leben, aber als andere Welten entstanden, wurde sie von den Eigentümern abgelehnt. Diese Welt ist die einzige, in der alles wie zuvor ist. So bin ich. Ich werde es auf meine eigene Weise tun. Tatsächlich fühlte ich mich anders. Es war ein Gefühl, für das ich auch berühmt war, das ich andererseits nie gefühlt hatte. Es war stark, mächtig und immer noch dunkel. Wenn du in dieser Welt bist, in der ich Gott bin, wirst du gegen meine wahre Form sein, wie alles andere. Du wirst scheitern und keinen Erfolg haben. Das eine begründet irgendwie tatsächlich das andere. Fun Fact, falls irgendwer das nicht ganz gerallt hat, auch wenn ich glaube, das wurde sogar... Das hat, glaube ich, Darkrai später sogar gesagt. In dieser Welt, in der Zerrwelt, ist alles so, wie es ursprünglich war. Und damit hatte, ähm, Floink hier seine Form als, äh, wahre dunkle Macht. Und konnte dadurch auch gewinnen. Das heißt, Giratina hat eigentlich hier schon gesehen, was los ist. Mit diesen Worten begann mein zweiter Prozess in der dunklen Welt. Und ich wusste, dass der Kampf gegen Giratina im Gegensatz zu dem gegen Ivelthal eine echte Erfahrung sein würde. Ich bin echt großteils mit den Kämpfen aus der Valros-Edition 1 und 2 nicht zufrieden. In der 3 gab's kaum welche und die dies gab, waren sehr gut. Und in der 4... Ich will euch noch nicht zu viel sagen, aber... Die 4 hat mit geringem Abstand die meisten. Wobei sie auch eher wieder verteilt sind. Ich geh mal grad im Kopf durch, was wir für Kämpfe haben. Wir haben... Die... 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 Den... 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 Man hat's jetzt schon bemerkt. Ich bin gerade so kurzfristig auf 12 gekommen. Ach, äh, 13 sind's auf jeden Fall. Ich hatte einen... Ist mir direkt eingefallen gerade. Und kann sein, dass ich da noch welche vergessen hab. Also... Die Ratine hat sicherlich nicht an... Also, ich find, die Kämpfe sind aber gut gelungen in der 4. Ich bin eh gespannt, wie euch das Ganze dann gefällt. Ich persönlich... Also, ich war mir vor allem, als ich fertig war, mit einigen Teilen nicht so sicher. Aber je mehr Zeit vergeht, desto eher, denk ich... Die ist schon echt cool. Ich muss sagen, persönlich... Hab ich die Valros Edition 3. Am Anfang dachte ich, ja, sie ist schon ganz cool. Aber irgendwie inzwischen fühle ich sie wirklich sehr. Die ganze Atmosphäre mag ich persönlich sehr gerne. Und von dem her kann die Valros Edition 4 auch nicht mithalten. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass für mich persönlich die dritte Valros Edition meine liebste sein wird. Naja, machen wir endlich weiter. Geratine hat sicherlich nicht an einen fairen Kampf... Okay, doch ganz kurz noch. Die Valros Edition 3 könnte mein Lieblingsteil der Reihe werden. Aber die 4 hat auf jeden Fall Potenzial auf Platz 2. Und die 2 ehrlich gesagt auf den letzten tatsächlich. Die Kämpfe sind nicht so toll und die Atmosphäre ist doch zu düster auf Dauer. Geratine hat sicherlich nicht an einen fairen Kampf gedacht. Er wollte fast die Vorteile Gottes ernten. Bevor ich es wusste, war Geratine vor meinen Augen verschwunden. Der Teil, der die Spitze von mir darstellte, begann sich zu winden und nahm seltsame Formen an. Es waren normale Kanonen, Würfel und dergleichen. Alles dasselbe, ne? Aber sie sahen so unangenehm aus und existierten auf dieser Welt sicherlich nicht. Darüber hinaus... Ah ja, wo wir gerade beim wichtigen Thema sind. Ja, ich unterbreche euch jetzt, um euch zu triggern. Ihr wollt doch bestimmt mal ein Bug-Video von mir sehen. Ne, legit. Vielleicht mache ich irgendwann mal eins, lol. Okay, ähm, jetzt machen wir mal ohne Abbrüche die letzten bisschen der Folge fertig. Wir sind fast durch. Darüber hinaus waren sie die einzigen Gittergebäude, die sich an der Zimmertür bedeutungslos bewegten. Alle diese mit ihren verschiedenen Farben begannen mich zu umgeben. Sie haben nichts getan, aber Geratina wurde nie gesehen. Als sie plötzlich in einigen dieser Farben auftauchte. Wie du in ein paar Würfeln gesehen hast, war er schon mitten im Nirgendwo. Ich wusste nicht, was ich tun oder angreifen sollte. Plötzlich drehten sich alle alten Männer zu mir um und gaben mir Laser. Was? Der nächste Satz? Ah ja, doch noch eine Sache zum Einschienen, sorry. Geratina ist für mich persönlich der schlechteste Kampf der Walross-Editionsreihe und wird es wohl auch bleiben. Ich konnte nicht... Äh, ne. Falsch. Doch. Ah, schade. Ist nicht ganz so lustig, wenn man es so liest. Ich hab erst gelesen, ich konnte nicht glauben, dass Geratina mich mit seinen Eichhörnchen folterte. Der Satz ist, ich konnte nicht laufen und wurde von ihnen verletzt, dass Geratina mich mit seinen Eichhörnchen folterte. Ihr habt jetzt vielleicht gedacht, dass ich mich beim Teil mit den Eichhörnchen dir einen foltern verlesen hab. Nein, aber es war zu schwer für mich. Ich begann mit einem großen Whirlpool und alle Formen waren weg. Die Ladung wurde wieder von mir geladen. X, die ist genug mit deiner schmutzigen Beute. Jetzt kämpfen wir wie das echte Pokémon. Das einzig echte. Seitdem befindet sich Geratina in einem Schockzustand. Bis heute noch, auch in der Walross-Edition 3, hat er sich noch in diesem Schockzustand befunden. Ich seh grad nur den Titel des nächsten Kapitels. Er kämpfte immer noch, schoss Kugeln und dunkle Kugeln, aber er selbst glaubte nicht an seinen Erfolg. Einige Minuten später wurde diese Schätzung bestätigt. Die überfüllte Welt um uns herum blühte und wir waren wieder in die Ruin der Zeit eingetaucht. Genug ist genug, ich bin machtlos. Ich weiß nicht, wie du diese Kraft nutzen konntest, um sie zu bekommen. Aber auf keinen Fall hast du's getan. Ich war nicht verwunderlich, dass ich mir etwas mehr sagen musste. Denn das nächste Mal hielt ich wieder am Berg von Schatzstand an. Vor mir stand das zweite Ladegerät der Dark Power. Es war auch nicht so schwer. Zu Kapitel 14 hier. Das Original heißt Schluss mit der Gnade. Endlich gab es ein Face-Off gegen Darkrai. Das erste richtige Face-Off der Walross-Edition. Und auch das einzige, das es bisher gab. Und das war hier in dem Kapitel. Deswegen war der Satz Schluss mit der Gnade. Kapitel 14 in dieser Version. Endlich Gnade! Kapitel 14. Endlich Gnade. Aber dieser Gedanke traf mich auch. Beide vorherigen Experimente waren so einfach, dass überhaupt nichts wahr war. Der nächste Versuch im Wald der verlorenen Seelen erforderte eine Menge, was sie zu einem echten Kinderspiel machen würde. Ja. Genau. Aber ich wusste, dass ich die nächste Erfahrung bis zum nächsten Tag aufgeben musste. Ich glaube, aufgeben ist dann nicht so sinnvoll. Die Sonne ging unter. Ich beschloss, die Nacht in der Tohaido-Station zu verbringen. Wenn andere irgendwo hinschauten, dann war es hier. Ja, also... Warum bleibst du dann da? Wie erwartet gab es in Treasure Town keinen Geist. Das ist ja auch schön. Oder möglicherweise schon vorher. Aber ich war mir nicht sicher, ob diese Marktchancen, die überhaupt in der dunklen Welt waren, eine Seele hatten. Hä? Aber Pokémon waren bestimmt nicht da. Ich ging an ein anderes Lager und bevor ich ins Lager kam... Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Niemanden, dem ich Generalslawen anvertraue. Also war das Lager nicht so ähnlich, wie ich es in all meinen Erfahrungen gesehen habe. Ich sah zum Himmel auf. Ein Genie aus einem Gras voller Herden kämpfte in den dunklen Wolken. Kann mir das bitte jemand erklären? Wir sind... Wir nähern uns dem Ende der Geschichte. Und ich bin dankbar. Es war fast so wie in der Nacht vor X. Der Vogel sagte mir erneut, dass sich trotz einem, was passiert war, stark sein musste. Ich muss kämpfen, damit Pokémon meiner Welt wieder ein volles Gesicht finden. Alter, der hat ein Gesicht! Zitat Slime PvP, lol. Ich war so überwältigt von dieser Erfahrung, von so vielen Pokémon, aber ich habe gelernt. Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde. Werde ich morgen scheitern? Würde... Ich in der Zeile verrutschen. Würde ich Dank... Würde ich Dark Power selbst in Betracht ziehen? Werde ich eine Gelegenheit sehen, Bulbasaur und meinen eigenen zu entkommen? Alles wird am kommenden Tage beantwortet. Alter, wieso verrutsche ich da? Das Ende dieser Erfahrung war schnell, ohne dass etwas endete. Also, da war das Ende, aber es hat dann nicht geendet. Da könnte man ja fast meinen, das war die Wahl aus Edition 3. Ich sag nur, Fortsetzung folgt. Aber ich vergaß nicht nur die schmutzigen, kritischen Gedanken, die mir dabei einfielen, sondern auch an all die schönen Momente, die ich mit meinen ehemaligen Freunden hatte. Sie alle haben sich dann in schwierigen Zeiten mit mir angefreundet. Zu jeder Zeit, wie wir füreinander waren. Wir waren ein Team. Solange diese Gedanken mit meiner Hilfe auf meinen Kopf schossen, verschwand meine Theorie am nächsten Tag wirklich. Meine Freunde hatten noch Freunde. Du hast mich nicht verraten. Sie waren nicht sie selbst und ich werde zu ihnen zurückkehren. Ich würde nicht kämpfen und sie würden nicht kämpfen. Schön, die dunkle Macht wird aber kämpfen. Das wird also nicht so viel bringen. Ich werde ihnen helfen, wieder auf dem richtigen Weg zu bleiben. An alle, außer Nick Crossma. Sie hatten so viel hinzugefügt. Das war das Einzige, was er falsch gemacht hat. Während ich aß, dachte ich darüber nach, bis ich erkannte, dass ich eingeschlafen war. Neben der wichtigen Agenda war der Himmel blau, mit Regenwolken bedeckt und die Erde leer. Das war ein großer Verlust für mich, weil ich meine Spuren nicht mehr gut verbergen konnte. Meine Freunde dachten immer noch, sie würden es sehr schwierig für mich finden, sie zu finden. Ich glaub, das will Flöten gar nicht. Sie konnten sie... Ich konnte sie ohne die dunkle Kraft nicht sehen. Sie sind unsichtbar, Husten. Lol. Also beeilte ich mich, in den Wald zu gehen. In unserer Welt schien alles zur gleichen Zeit gleich zu sein. Es schien mir, dass er so unglaublich berühmt war. Ein Licht schien aus einer Höhle im Wald. Die Höhle, in der ich aufwachte, suchte nach Teilen von Seelen. Warum sucht eine Höhle nach Teilen von Seelen? Genau an diesem Ort. Deshalb habe ich die letzte Erfahrung in meiner dunklen Welt gemacht. Ich fiel in eine Höhle und der Schock meines Lebens kam. Warte eine Minute, hier ist es... Was? Ist es ein Witz? Welcher Idiot schreibt für so etwas wie eine Ziege? Der Google-Übersetzer ist eine Ziege. Da Krei, der mir gegenüber stand, schien von meinem Vergnügen nicht überrascht zu sein. In meiner Welt war alles so... Jetzt sagen wir einfach vor langer Zeit. Alles ein dummer Knebel. Wenn es eine gibt, wird sie akzeptiert. Ich beschloss ihm speziell von ihm zu erzählen, wie er es wollte und wie es für mein Tablett war. Und wie es für mein Tablett war. Weil er hoffte, er würde mir leicht den Splitter geben und so Gärntas Seele zu dieser Zeit wiederbeleben. Was? Wer sind Giratina und Iveltal? Ich bin gekommen, um meine erste dunkle Kraft zu bekämpfen. Zuerst stehen es wirklich so, als würde ich mich von dieser Lüge distanzieren. Ich bin ein starker Gegner davon, die Unwahrheit zu sein... Ne... So die also. Es wird sicherlich passieren. Und abgesehen vom Krieg, besteht keine Notwendigkeit für einen Krieg. Also wenn man... Ich übersetze das. Wenn man davon absieht, dass Krieg ist, muss man ja eigentlich gerade keinen Krieg führen. Du wirst nicht über den zweiten Test hinausgehen. Er baute eine Hütte in seiner Hand. Digga, der spielt Sims. Eine dunkle Wolke. Der letzte Befehl der dunklen Macht. Bisher konnte niemand die perfekte Lösung einsenden, was nicht seltsam ist. Denn keiner kennt meine E-Mail-Adresse. Ich habe eine Geschäfts-E-Mail-Adresse in meiner Kanalbeschreibung also. Die ist sehr toll. Ich war wirklich froh, dass ich mich von meinen Lügen fernhalten und die letzte Schlacht führen konnte. Aber Darkrai warf plötzlich einen Vorschlaghammer über den Torgilo. Das google ich. Wo das Feld von einer dunklen Macht umgeben war. Was zur Hölle ist ein Torgilo? Google Time! Vor allem seltsame Geräusche-Time. Torgilo! Ich finde da nichts außer ein Twitter-Profil. Ein Twitter-Profil ohne Posts. Oha! Da ist ein Deutscher vorgeschlagen. Der großartige Gildenmeister mit dem Hunger auf perfekte Äpfel-Doppelpunkt 3. Das ist doch schön. Mystery Dungeon Appreciation. Das war Wort für Wort, dass ich sagen wollte. Ich bin nicht dumm. Eigentlich ja, aber in der Geschichte. Ich weiß nicht, wie du es getan hast. Aber ich fühle zwei Gefühle. Du bist die auserwählte Person, ob ich bei mir bin oder nicht. Wenn nicht, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber dies ist, wenn sie gezwungen sind, für ihr Ziel zu kämpfen. Anders als hinter den Kulissen. Wenn die spirituelle Seele Blut floss in meinen Adern. Ja, alles andere wäre tatsächlich relativ ungesund. What the fuck? So, und jetzt kommt Darkreis große Rede gleich. Äh, wow, du weißt, dass er ein bisschen ein Günther-Geist war? Warum hast du ihn in Ruhe gelassen, damit ich ihn regelmäßig bei mir lassen kann? Oh, Flonk, du wirst nicht von dieser Welt gerettet werden. Stimmt eigentlich, finde ich sogar einen ganz passenden Satz. Die Welt wird nicht die Einwohner retten. Sie müssen, die Einwohner müssen die Welt retten. Genauso ist es auch hier bei uns auf der Erde. Alles Leben, diese Welt, ist ein tolles Spiel. Sie denken, sie machen kleinere Dinge, aber miteinander tun sie Dinge, die von Anfang an akzeptabel sind. Nur in wenigen Punkten haben wir Pokémon die Fähigkeit, einen Einfluss auf das Spiel zu haben. Beenden sie das Spiel und verlängern sie so ihre Existenz als Jäger. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie das Spiel aufgrund ihrer besonderen Existenz spielen, verlängern sie die Täuschung. Und dann gibt es solche wie mich, die die Welt als einzige verstehen. Wir besitzen dieses Spiel nicht. Wir arbeiten, und wenn ich zu dieser Zeit gegen sie gekämpft hätte und sie mich nicht zurückgegeben hätten, ohne es zu ergänzen, wäre das Spiel aufgrund ihrer trügerischen Situation rechtzeitig zu Ende gegangen und meine Freude wäre fast dieselbe gewesen. Du hast zwei Drittel der Macht der Dunkelheit. Jetzt kann ich Teil meines eigenen großen Spiels sein. Bei ihm ist die Farbe interessant. Am Ende geht das Leben auf alle zurück. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, das Spiel fortzusetzen. Ich werde es nicht wie die dunkle Kraft enden lassen. Ich werde nicht wie du sein. Ich werde die Art ändern, wie ich will. Es ist Zeit für eine Vorreiterrolle, eine neue Innovation und eine neue innovative Aktionsplattform. Das klingt schon wieder, als wäre da kein Scheißverkäufer, der gerade wegen einer neuen Social-Media-Seite werben will. Dieser Satz könnte eins zu eins suche Allmann-Werbung sein. Es ist Zeit für eine Vorreiterrolle, eine neue Innovation und eine neue innovative Aktionsplattform. Wenn ich es zulasse, kannst du nicht gegen die dunklen Kräfte kämpfen und das Spiel endet, obwohl ich es mir nicht leisten kann. Als solches ist das Spiel jetzt so aufgebaut. Es gibt drei Parteien. Wenn sie beide Parteien zerstören, gewinnen sie. Wenn eine der anderen Parteien sie nervt, gewinnen sie. Was? Ich glaube, das wäre kein so schweres Spiel. Diese Tatsache muss berücksichtigt werden. Was Darkrai ihnen anstelle dieses Pokémon erzählt, ändert nichts an meiner Sicht auf die Welt. Darkrai war für mich keineswegs überraschend, aber zu diesem Zeitpunkt wurde mir bestätigt, er ist ein Mensch. Nein, er ist nicht Günther, auch wenn Olaf das in Virus Edition 1 aus irgendeinem Grund zwischendurch am Ende mal gedacht hat. The fuck? Er hat so eine entfernte Sicht auf die Welt, dass er glaubt, er kann tun, was er will und niemand kann ihn aufhalten, weil er der Einzige ist, der weiß, wie unsere Welt funktioniert. Das ist eine kurze Zusammenfassung von Darkrai, aber was genau hinter dem Charakter steckt? Ihr erfahrt in der Walrus Edition 4 etwas mehr. Und die beginnt in unter einem Monat. Aber an diesem Punkt sehen wir, was die Macht der Wal ohne zu zögern für sie tun kann. Nach vielen Begegnungen, nach vielen Zwischenfällen, war er umzingelt und umzingelt. Der Kampf gegen einen der Besten seit langem. Ich bin wieder verrutscht. Der Pokémon jetzt leicht täuscht. Derjenige, der lange Zeit von Günther weg war. Und das war der Grund für diese ganze Erfahrung. Wenn ich jetzt darüber nachdenken will, wenn ich auf diese Weise Darkrai sehen könnte, ist verrückt. Ich erinnerte mich, wie Giratina mir erzählte, dass Darkrai nur stärker war als er. Es bedeutete auch, dass die Macht dieses Mordes trotz seiner Schwierigkeiten beispiellos war. Ja, zeigen Sie mir jetzt genau, was Sie tun können. Wählen Sie eine. Darkrai kämpfte, als sie sagte. Verrückt. Ich wusste nicht, ob hinter seinem Kampfstil eine Taktik steckt. Es sieht so aus, als würde es einfach... Als ob es einfach sein wird, alles zu finden, was da draußen ist, egal wo es ist. Aber eine solche Art der Kriegsführung machte die Krieger harmonischer und unauffälliger als die Bomber. Plötzlich gab es einen schweren Sturm. Außerwählt. Mir ist heiß. Mir auch. Bin ich bereit für dein persönliches Spiel? Das musst du doch wissen. Er nahm seine Angriffe wieder auf. Diesmal vollständig und in keiner Weise geschwächt. Er verwendete Technologie, die Pokémon nicht angriff. Mit der Zeit konnte ich seine Reise sehen. Wenn er meinen Ersatz in die Hände bekommen hätte, hätte ich in wenigen Minuten eine Vielzahl von Laserstrahlen fallen lassen müssen. Einige von Darkrails Technologien erschienen mir so unangenehm, dass ich erneut vermutete, dass seine Worte wirklich nur Rauch und Spiegel waren. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass Darkrai wirklich nach Kräften griff, die für Pokémon nur Mythen waren. Dieser altbekannte Kampfstil von Darkrai. Seine Technologien wurden mit der Zeit schlechternd, als er anfing, Tauben an die Wände zu bauen. Was? War ich zunächst überrascht, als er bestätigte, dass ich mit einem Einhandplaneten bei ihm war, ohne neben mir bleiben zu müssen. Also warf ich sie auf sie. Andererseits waren die Schichten, die er vom Boden zurücknahm, nicht nur sehr schwach, sondern im Gegensatz zu Bulbersaws Tod vergaß ich. Ich hatte noch nie gegen so einen starken Gegner gekämpft und musste Darkrai wirklich zustimmen. In meinem Fall, wo ich zu der Zeit im Wald war, beschloss er innerhalb von Sekunden zu kämpfen. Aber trotz seiner Überreste von Lasern und Munition aus der reinen Geschichte, von allen Seiten konnte ich mich dagegen wehren. Aber er war einerseits voll dabei, meine Eingriffe zu neutralisieren, ohne mich auf Turtok zu verlangsamen. Aber als er anfing zu schwächeln, sah ich meine Chance und entdeckte die wahre Schwäche von Darkrai. Seine Verteidigung. Er hat gerade diesen Treffer genommen, um die Verletzten am Boden zu verletzten. Na? Kapitel 15 Kampf um die dunkle Welt Und gegen das Licht Aber das steht hier nicht im Titelball. Darkrai sah besser aus. Ich war glücklich damit, denn natürlich würde ich in einem solchen Kampf mit mir selbst unzufrieden sein. Der letzte Strohhalm mit dunkler Kraft war in meiner Hand. Niemals offen. Trotz seiner Verletzung kam Darkrai wieder auf die Gelegenheit. Arbeit bitte. Du kannst diesen Konflikt nicht ausnutzen. Verstehst du nicht, dass ich dir diesen Teil nicht überlassen kann? Ihn zu beschützen ist der Grund für meine Existenz. Ich habe seine Worte gehört. Aber ich kann es kaum erwarten. Darkriss Liebesbeziehung fand mit einem jüngeren Freund statt. Sehr schön. Damit sind Thumbnail und Titel vermutlich schon relativ fest. Guck, Sekunde. So, der pädophile Darkrai mit dem Jo-Olli-Gesicht. Das wird schön. Dann tut es mir leid. Aber du weißt, ich muss alles tun, um dich zu schlagen. Ab sofort haben Pokémon und Pokémon in der Mitte des Raumes zwei Türen geöffnet. Ja, Doppel-Pokémon erinnert mich daran, dass morgen vermutlich Let's Go 2 angekündigt wird. Also für euch wird es dann gestern gewesen sein. Aber da habt ihr meine Live-Reaction hoffentlich gesehen. Ich bin mir sehr sicher, dass es Let's Go Yoto ist. Bitte, Floreng, versuch uns zu verstehen. Diese Welt hat nicht viele Pokémon, aber es ist nie dasselbe. Thea, Hines leben hier weiterhin ein friedliches Leben. Die Welt. Pokémon hier werden alle von ihren Vertretern geführt. Es ist wie Demokratie ist friedlich. Diese Vertreter des Volkes sind unsere Wachen. Sie müssen das tun, was für die Existenz dieser Welt perfekt ist. Zwei andere Wachen zu haben, gab mir keine klare Vorstellung. Aber ich versuchte, sie zu zwingen. Weimar würde die Existenz dieser Welt verletzen, wenn ich dir das Feld der dunklen Macht nehmen würde. Trotz der Tatsache, dass es alles irrelevant ist. Fink-Floink. Oder boah, diese Aussprache. Sink-Floink. Ihr wisst, was ich meine, Englisch denken. Boah, sorry an jeden, der Englisch gut sprechen kann. Meine Aussprache ist relativ kacke, sonst ist mein Englisch gut. Die dunkle Welt ist eine Parallelwelt zu deiner Welt. Ein Ort mit großer Entfernung, wenn es weitergeht. Wenn ich dich aufgebe, werde ich gegen die dunklen Kräfte kämpfen. Nein. Auch wenn es nicht möglich ist zu gewinnen, es wird dir nicht möglich sein. Das hast du schon gesagt. Der Tod der dunklen Kräfte wird Ort-Zeit ändern. Kontinuität und Unglück können dazu führen, dass die Welt ohne Schwierigkeiten verschwindet. Deswegen müssen alle Schieden im Licht des Krieges leben. Bewerten Sie all die Verfügbarkeit von Allavitis. Wenn ja, endet das Spiel, wie ich Ihnen bereits sagte. Also bitte, Floink, wir sind keine Freunde, aber ich frage Sie im Namen der Freundschaft. Ich biete an. Ich fordere Sie auf. Ja, was jetzt? Ähm. Diesen Wald in zwei Teilen zu verlassen. Nehmen Sie das Angebot an. Nein. Wenn, dann würde Floink den, glaube ich, lieber am Stück verlassen. Die ganze Situation wurde plötzlich beschrieben. Ich habe alle drei verstanden. Ich wusste, wenn ich die dunklen Mächte besiegen würde, würde es eine Chance geben, dass die dunkle Welt vergeht. Ah, stimmt. Also, das ist eigentlich schon klar geworden für euch. Ähm, als Zuschauer, Zuhörer. Aber es ist relativ eindeutig, dass das, was Darkrai hier behauptete, dass die dunkle Welt verschwinden könnte, entweder hat Darkrai gelogen oder es ist einfach nicht eingetreten. Denn immerhin gab es in der Walrus-Edition 3 ja eine Reise durch die dunkle Welt. Und das wisst ihr. Aber dieses Opfer muss gebracht werden, sonst geht die ganze Welt unter. Vergib Darkrai. Gleichzeitig bleibe ich. Ich muss diese Trennung machen. Darkrai sah mich an, als hätte sie keine Hoffnung auf eine Antwort. Du hörst nicht auf meinen Vorschlag? Du Narr! Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, dass du mit mir reden kannst, aber du bist wie alle. Ihr Ratina, ihr Weltall. Es ist Zeit für uns, dir zu zeigen, was wir sind. Sie sind die Wächter der Welt. Erstens, seit wann siehst du allgemein irgendjemanden da, Darkrai? Du siehst niemanden. Einer deiner Eigenschaften. Und ich glaube, eher du bist so der Wächter der Welt hauptsächlich. Nachdem ich den Krieg fast hoffnungslos gewonnen hatte, stand ich vor etwas Schwierigerem. Ich konnte sie alle von Hand besiegen, aber ich wusste nicht, wie ich es schaffen würde, alle drei Dorfwächter in einem Kampf zu besiegen. Ich entschied, dass es nur eine Option gab. Die dunkle Kraft der Sonne schien weiterhin am Horizont, den Darkrai gesetzt hatte. Das Einzige, was ihn dort hielt, war das Darkrai-Hindernis. Wenn ich ihn zerstören könnte, wäre das Hindernis verloren und ich müsste im geringsten kämpfen. Meine Karte war also klar. Pokémon Sammelkarten. Aber Giratina und Ivelta schienen diesbezüglich gedacht zu haben. Davon abgesehen, wurde Darkrai eindeutig als ihr Anführer angesehen. Ich hätte fast die ersten zwei Buchstaben vergessen. Lass man sich notieren. Noch mehr guter Content für Thumbnail und Titel. Ich mein, Darkrai ist ein pädophiler Nass. Wenn die Folge keine 8000 Views kriegt, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Charaktere sind wirklich sehr unique in dieser Geschichte. Sie taten alles, um ihn zu beschützen. Trotz allem schien der Krieg etwas weniger zu sein, als ich erwartet hatte. Darkrai war seit dem ersten Kampf sehr schwach, weil er einige seiner Technologien nicht verwendet hat, andere einfach zu niedrig. Die Gefangennahme nahm am Schlachtfeld außerhalb der Welt von Torgilog teil und verlor einen großen Teil seiner Macht und Ivelta durch seine dauerhafte Technologie. Bisher konnte ich mir keinen Schaden zufügen. Aber nach kurzer Zeit trat ein Problem auf, das sie erneut aller Vorteile beraubte. Darkrai hat einen Heilwogeangriff. Also bleibt er im Hinterhof, schickt einige nach vorn und ohne Unterbrechung, wenn er irgendwelche Zweifel an dem anderen hatte, fing er an sie zu behandeln. Da Darkrai bereits echte Tore hätte erzielen sollen, nein, Fußballer ist er jetzt nicht auch noch. Erzielen können. Sind in diesem Bereich auch drei Feinde gleichzeitig entkommen. Ich musste angreifen, aber dank Darkrai waren all diese Angriffe unangenehm. Venter und der Kampf ging weiter. Ich hoffe, mit Venter ist nicht Werther gemeint. Was ein Bullshit, ich bin froh, dass wir das jetzt durch haben im Unterricht. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie zuvor getan hatte, aber meine Kraft war weg. Ich habe nur noch einmal die Chance auf Erfolg gesehen. Ich musste meine Kraft aus den dunklen Mächten der Dunkelheit herausholen. Ich brauchte bedeutende Kraft. Tatsächlich kämpfte ich darum, die Macht der Spaltung aufzugeben. Ich fühlte, wie eine riesige dunkle Kraft mein Körper traf. Das Gefühl war offensichtlich. Es erinnerte mich an das Gefühl in der Welt von Torgilog. Warum wird die Zer-Welt als Welt von Torgilog bezeichnet? Die Welt wurde vor meinen Augen schwarz und weiß und verlor die Farbe von allem anderen. Es ist erwähnenswert, dass sich auch sein Stil ein wenig verändert hat, da mindestens zwei Wachen mich aufmerksam angesehen haben. Aber natürlich nicht nur Darkrai. Ich habe versucht, einen Hin- und Her-Angriff zu starten. Ich betrat die Inseln Geratina und Dark-i-Weltal, die eine Mauer vor Darkrai bauten. Jetzt sind die beiden Inseln. Digga, es ist so dumm. Hier habe ich so viel Stoff für Thumbnail und Titel und in anderen Folgen so null. Mein letzte Folge war wirklich schwierig. Ich entfernte die verbleibende Kraft von meinem Körper. Zwei Wachen wurden von mir geschlagen und gleichzeitig griff ich sie mit aller Kraft an. Die Wellen, die im ganzen Raum gestiegen waren, begannen zu verschwinden. Das Hindernis, dass mein Angriff auf Darkrai im Moment störte, ist sehr klar. Die Wachen standen alle drei um mich herum. Sie umringten mich. Ich war sicherlich verloren. Aber sie haben nicht angegriffen. Schau dir an, wer würde das denken? Er sah Ivelta und Geratina an. Ich denke, die Situation ist klar. Habe ich recht? Das ist jetzt für Geratina und Ivelta natürlich so eine Sache. Wenn sie Nein sagen, dann sagen sie auch Ja. Darkrai lässt keinen Widerspruch zu. Ich fand sie ähnlich. Es schien, als wollten sie weiterreden, aber hatten keine Angst, sich gegen ihren Anführer zu stellen. Eben doch. Das macht das ganze Spiel interessanter. Floink? Sie sind sicher, dass sie sofort ihre wahre Stärke und Identität festgestellt haben. Identifizierung? Ich war eines Nachts psychisch krank, antwortete aber erst mit einer anderen Antwort. Ich wollte mich nicht ärgern, damit ich sehen konnte, dass es ohne Frage einen Krieg zwischen ihnen und der schwarzen Macht gab. Darüber hinaus werden wir nicht zulassen, dass unsere Welt mithilfe ihres Sieges wirklich gerettet wird. Von also werde ich dir die letzte Kraft deiner besonderen dunklen Kraft geben. Genieße es. Nein, natürlich, wenn du mit den dunklen Kräften kämpfst, werde ich mein großartiges Spiel fortsetzen. Geratina, lieber Elthal, es ist Zeit dafür, du kannst hier nicht raus. Ja, das ist ein Satz, der tatsächlich relativ passt, wie man merkt. Wenn du mit den dunklen Kräften kämpfst, werde ich mein großartiges Spiel fortsetzen. Dark Reisspiel ist noch nicht zu Ende. Auch nicht nach der Walross Edition 3. Ich 3 ging etwas unruhig. Die Blume der dunklen Kraft fiel von seinem Finger. Das war Zeit. Ich schüttelte ein Stück. Es ist passiert. Etwas. Vorerst war ich schockiert. Ähnlich wie Dark Reiss Aussage über wahre Identität. Heißt das, ich habe ihm bewiesen, dass ich wirklich gewählt wurde? Aber das war auch egal. Es war Zeit zu gehen. Ich werde meine Freunde von nun an in dieser Welt lassen. Ich werde Nick Crossman und die Macht der Dunkelheit brechen. Dadurch werden auch andere überwacht. Alles wurde für ein einzigartiges Finale gemacht. So kam ich zurück zum Portal. Rein theoretisch könnte ich die Folge hier jetzt beenden. Aber nee. Wir machen jetzt noch das nächste Kapitel. Das sollte auch so sein. Das Finale steht wirklich kurz bevor. Kapitel 16. Leichte Kämpfe. Definitiv. Vor allem war es nicht englisch. Ah ja. Kampf gegen das Licht. Light ist als Nomen Licht, aber als Adjektiv leicht im Englischen. Ich war zum Beispiel ein Kilometer von der Höhle entfernt, in der sich das Portal befand, als ich ein Geräusch in der Nähe hörte. Dann eine leise Stimme. Soweit wir jetzt sehen können, passt es. Es hat in den letzten Tagen nicht funktioniert. Auch die Trennung war eine zurückhaltende Idee der Lateinamerikaner. Dieser Sound. Dieser Inhalt. Donald M. Günther war hier. Vielleicht war es ein besserer Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass ich mit meiner Denktheorie recht hatte. Nur ein paar Minuten später erkannte ich, dass die Nutzung von Gärten atemberaubend ist. Florian, warum rennst du weg? Was ist passiert? Ich habe überlegt, wie ich das vorlesen soll. Da waren Ausrufezeichen am Anfang des Satzes. Er war so froh, mich zu sehen. Zur gleichen Zeit in meinem Kopf hörte ich wieder seine Stimme. Sie dürfen diese Tests nicht bestehen. Im Notfall ist dies ein Unfall. Und ich habe das Gefühl, dass er es auch tut. Benimm dich so. Ich weiß, dass du mein Feind bist. Ich weiß alles. Günther war schockiert von meiner Aussage. Ich war mir sicher, dass sie wussten, dass ich ihre Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Aber offensichtlich war es nicht so. Ein Lichtblitz stieg um uns herum auf. Günther fing an zu glänzen. Ich bin da, damit Element Pure sich in der Luft fühlt. Also bin ich dein Feind. Ich hatte gehofft, dass Latias mit ihrer Theorie falsch lag. Aber ich fühle die Macht der Dunkelheit in dir. Danach könnte ich einfach bei dir bleiben. Wirf es raus. Es tut mir leid, Floink. Trotz allem, was du auf die falsche Seite gestellt hast. Du bist nicht länger einer von uns. Ich wünschte auch, du wärst keiner von ihnen. Mein Wort. Trotz meiner Verletzung aus früheren Schlachten hat der Kampf gegen Günther, den Meister des Element Pure, begonnen. Ich war damals skeptisch. Keiner von ihnen. Du warst ein Verräter. Was? Ihr habt mich verraten? Nein! So, aber da will ich gleich sagen, in der letzten Folge, da will ich mal kurz jetzt drauf eingehen, ähm, habe ich einen sehr interessanten Kommentar mit einer Theorie über Darkrai bekommen, den ich schon sehr interessant fand und einen interessanten Denkansatz. Ich werde natürlich nicht so wirklich drauf eingehen, wie viel von dieser Theorie stimmt. Das ist relativ klar, denke ich. Aber ich fand die Theorie wirklich sehr interessant und deswegen, äh, habe ich mir gedacht, hier, ich werde vielleicht hin und wieder mal so eine kleine Frage zwischendurch stellen. Ich bin schon relativ sicher, dass ich in der Varos Edition 4 sowas allgemein auch machen werde, aber da kommen wir sowieso dann wann anders drauf. Jetzt erst mal, ähm, eine etwas andere Frage. Letztes Mal war es ja auf die Varos Edition 2 bezogen, aber jetzt ist natürlich die, jetzt ist eine Frage zur Varos Edition 3. Wer die nicht gesehen hat, natürlich Spoiler zum Finale. Wo wir hier schon bei Floink, dem Meister der Dunkelheit sind. Und wieso genau ist Floink eigentlich in der Varos Edition 3, eurer Meinung nach, am Ende der Antagonist gewesen? Er ist dem Wahnsinn verfallen, das ist klar, aber warum das? Könnt ihr es euch irgendwie denken? Er hat eine Erklärung abgegeben. Ähm, aber naja, habt ihr vielleicht eigene Theorien? Wäre interessant zu hören, also wer da ein bisschen spekulieren will, ich höre mir das gerne an. Weiter geht's. Ich hab Günther vor einiger Zeit getroffen. Ich wusste, wie er tickt, wie er denkt, aber was ich vorher nicht gesehen hatte, ich wusste nicht, wie er kämpfte. Ich hatte keines seiner Experimente gesehen. Bulbasaur und ich waren während des Krieges gegen die dunklen Kräfte nicht dort und Günther hatte in dieser Erfahrung noch nicht gekämpft. Andererseits bedeutete dies eindeutig nicht, dass er unhöflich war. Außerdem hatte ich die Macht einer dunklen Macht, aber bisher hätte die reine Abteilung jeden Kampf gegen die dunkle Dunkelheit entscheiden können. Als die Kämpfe weitergingen, fragte ich mich, wie es wohl aussehen würde, wenn Gunther mit den A-A-A-A-Saran-Verteidigern gekämpft hätte. Im Gegensatz zu mir kann man nicht sagen, dass er Kriegserfahrung gemacht hat. Eigentlich genau andersrum. Es sieht aus, als würde er jede Minute auf Schritt und Tritt planen und jede kleine Hintergrundgeschichte von meiner Seite verwenden. Das tue ich gerne in meinen Fan-Fictions auch, wirklich Hintergrundgeschichten machen. Das wird auch in der Vairos Edition 4 ein sehr großes Thema, vor allem ein Charakter. Wird damit tatsächlich ziemlich in Spotlight teilweise rücken, womit man gar nicht so rechnet. Allgemein, es gibt zwei Charaktere, die relativ wichtig werden, von denen man es vielleicht gar nicht so erwarten würde. Und auch in der 5 und 6 werden immer noch Hintergrundgeschichten wichtig sein. Meistens eher auf ein, zwei Charaktere fokussiert. Aber ich habe alles verloren. Ich wollte definitiv, dass dieser Krieg erfolgreich ist. Ich war so überwältigt, dass ich wegen eines Verrats nicht sofort eintreten konnte. Meine Grundidee war, dass jeder von ihnen ein einfacher Gegner sein würde, egal wie falsch es schien. Also übrigens, das ist mir gerade eingefallen. Die Frage war ein bisschen komisch gestellt mit, warum ist Floink zum Antagonist geworden? Eben wegen dem Wahnsinn. An sich, ja, eben. Er hat ja gesagt, er hat alles gesehen, was in der Welt geschehen ist. Und dadurch ist er eben so geworden, wie er ist. Aber ihr kennt Floink. Floink ist doch hier wirklich ein sehr gutmütiges Pokémon. Wieso ist er da auf einmal so... Warum ist er da auf einmal so negativ eingestellt? So feindlich komplett als Basis? Das ist so eher die Frage. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich hab alles verloren. Ich wollte definitiv, dass dieser Krieg erfolgreich ist. Ich war so überwältigt, dass ich wegen eines Verrats nicht sofort eintreten konnte. Meine Grundidee war... Oh, ich seh gerade. Ich muss das wirklich ein bisschen anders machen, weil ich sogar das Kapitel danach länger hatte in der Version. Das ist alles ein bisschen komisch. Also, ähm... Meine Grundidee war, dass jeder von ihnen ein einfacher Gegner sein würde, egal wie falsch es schien. Es hätte ein langer, harter Kampf sein können, aber gleichzeitig stand in diesem Fall eines im Weg. Ich wurde auch wirklich getroffen. Ich konnte die Kraft der Räder nicht mehr wirklich nutzen. Vorausgesetzt, sie waren schwach. In einem solchen Kampf hatte ich keine Chance, lang zu bestehen. Der einzige Teil, den ich nicht genoss, war das Jäten und Kultivieren. Gar, dein Arbeit. Ähm... Aber in einer solchen Welt, in der wir leben, geschehen oft positive und negative Wunder. Auf jeden Fall war das so schwierig. Man hat mich von meiner Reaktion befreit. Dieses Mal war es nicht so. Ich ging. Meine Geburt war schwierig. Ich hatte meinen ganzen Strom in diesen Kampf gesteckt. Und nun war es nicht genug. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass es an der unterschiedlichen Art der Stabilität lag. Aber war das wirklich der Fall? Oder habe ich einfach versagt und wollte sie nicht sehen? Günther gab mir nicht gleichzeitig eine schnelle Antwort. Ich konnte meine Augen kaum offen halten, aber ich hörte ihn auf... Äh... Auf mich zukommen. Ich geb dir noch einen letzten Floink. Aha. Warum hast du ihn in Verlegenheit gebracht? Ich denke, wir waren Freunde. Machst du diese dumme Sache oder bist du nicht? Ich weiß selber, dass du mich ertränkt hast... Was? Was? Günther hat Floink ertränkt? Wir sind nix für dich. Ein anderer wird es beenden, Günther. Ich hab alles gehört. Er hatte das Gefühl, dass mir die Energie ausgeht. Dies war definitiv mein Ende. Aber ich wollte Günther etwas sagen, bevor sich die Welt verdunkelte. Er sollte diese Prüfung nicht vollständig durchlaufen. Im Notfall wird er nur ein Versager sein. Er wird verstehen. Ist dir nicht offensichtlich mit Namen? Nach diesen Worten wurde die Welt um mich herum schwarz. Nur ein Sterblicher konnte mich retten. Aber niemand kam, um mich im Krieg zu unterstützen. In einer engen Situation wird jedoch ein helles Licht erwartet. Nicht wo es ist. Egal in welcher Situation, ich fand diese Hoffnung auf Licht in Form eines Lagers. Eigentlich geht das Kapitel noch einen Moment, ähm, seh ich. Und ich hatte mich, glaub ich, vertan. Das war auch im Original so. Ich guck aber mal, wie lang das nächste Kapitel ist. Ich denke... Oh, warte. Wie weit ist das? Komm. Eine Seite ist es ungefähr noch. Das nächste Kapitel ist lang genug. Los. Dieses Lager, das mein Licht war, war das erste Mal, dass ich es sah, aber als ich wieder aufwachte. Mein Kopf tat weh. Alles tat weh. Aber ich lebte. Nach ein paar Augenblicken sah ich endlich, was um mich herum geschah. Ich war in einer Höhle. Es war die Höhle, in der das Portal zu unserer Welt stattfand. Meine Wunden waren bedeckt. Paar Pokémon saß auf dem Campus. Günter, Hydro, Pilatias und Latios. Ich war schockiert, als ich es sah. Ich hatte keine Ahnung, was ihr Plan in diesen Tagen war. Warum haben sie mich leben lassen? Wirst du mir eine Chance geben, mich auch der dunklen Macht anzuschließen? Latios erweckte mein Bewusstsein, aber von dem strengen und hilflosen Stil schien es, dass er... Also, im ersten Teil war das Werfen das Problem. Hier sind es die Geschlechtsumwandlungen. Dass er sich schämte und sich selbst besiegte. Floreng, du bist endlich wieder wach. Wir waren schon mal schrecklich. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich weiß genau, was hier los ist. Außerdem bist du für meine Situation verantwortlich, beschwert sich Günter automatisch. Wir haben Floreng-Wissen. Zu meiner Überraschung sagten sie alle die Wahrheit. Ja, es ist so, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen kann, dass du glaubst. Unterbrach Günter und schloss es ab. Also, Floreng, glaubst du, wir sind heutzutage mit dir verbunden? Wenn nicht, dann ist es dein Recht und wir werden dir keinen Schaden mehr zufügen. Verstehe, dass ich nie gekommen bin. Aha. Verstehst du? Kann nix verstehen. Ich hab alles gehört. Also hätte ich es nicht so erleben sollen und es wäre ein Unfall gewesen. Es ist absolut wahr. Es war wirklich so. Ich bin richtig für dich. In dieser Welt war Treasure Town auf dem Weg und Latios fragte dich, ob es dir gut gehe. Du hast ja gesagt, aber nix ist leicht von dir zu hören. Und es macht einfach Sinn. Die alten Zeiten waren für unsere Alternativen für uns. Waren sehr schlecht. Aber für dich müssen sie die einzige Hölle gewesen sein. Wir haben die ganze Zeit geschlafen, als sie zugestimmt haben. Pokémon in einer solchen Welt halten sich sicherlich nicht an die Regeln. Also werden wir das auch nicht tun. In ihrem Fall können sie von solchen Experimenten nicht in Versuchung geführt werden. Wir wollen es an ihrer Stelle zusammenstellen. Ich sagte auch, dass sie diese Erfahrung nie verpassen sollten. Nein. Das hast du nie gesagt. Als wir endlich dabei waren, die Implementierung zu planen, gab es viele Diskussionen zwischen uns. Auf jeden Fall waren wir alle. Wir werden niemals freiwillig aufgeben. Der Unfall hatte zur Folge, dass man sich unter einem Felsen hervorschleichen konnte. Dieselben Sätze, die richtig gesagt wurden, wurden alle von ihnen gehört. Als sie das letzte Mal geflohen sind, waren wir alle in Panik. Wir haben eine Vielzahl von Theorien aufgestellt und... Und schließlich fing ich an, mit jemand anderem in meiner Theorie zu sprechen, je näher sie an uns kommen würden. Und wenn das Argument des ersten Marginalen Maya-Kriegs danach... Schließlich hat mich die lateinische Theorie fast überzeugt. Kurz bevor sie losließen, verstand ich genau, was passiert war. Ich habe ihm immer genau zugehört. Alles, was er sagte, war bedeutungsvoll und würde sich mit meinen Freunden wohlfühlen. Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte. Das ist das Einzige, was herausgekommen ist. Wir wollten dich nur unterstützen und daran hast du nur dein Leben ruiniert. Ich will nicht wissen, wie beängstigend es für dich war. Kannst du mir vergeben mit Floing? Kapitel 17 Dunkler Konflikt Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Da ist ein Loch in meiner Kehle. Oh, er ist tot. Gut, dann kann ich ja doch gehen. Warum mache ich den Joke eigentlich immer wieder? Es ist nicht mehr lustig. Andererseits Das da auch nicht. Sie alle Es war sehr bequem. Ich dachte, ich müsste den ganzen Krieg alleine beenden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich hätte am Ende alles verloren. Ich entschied. Ich wollte Lord Lord Ecke retten. Alter, der ist sogar ein Lord. Aber was ich als nächstes tun wollte, war in den Stern. Ich wusste nicht, dass ich etwas falsch machen würde. Ich dachte, es wäre sofort besser. Ich wollte mir keine Sorgen darüber machen, was ich tun würde. Es tut mir leid, es ist nicht deine Schuld. Ich muss ehrlich sagen, dass du deine Hilfe ohne Probleme angenommen hast. Also, nehmen wir gemeinsam am Finale teil. Alter. Warte. Das muss ich gerade kurz checken. Die Playlist der Vairos Edition in dumm aber... Äh. In dumm aber eins. Und... Ich sag's ja. Ich sag's ja. Ich werd hier einfach blöde. Also, wie gesagt, das muss ich nebenbei kurz gucken. Das ist die falsche Vairos Edition in dumm. Das ist die richtige Vairos Edition 3. Das ist... Das ist... Das ist es leider. Und zwar hatten wir da nicht sogar eine voll... Wieso ist in der Playlist der Vairos Edition in dumm... Drei mal Folge 11? Und... War das denn sogar die Vairos Edition 2? Also, ich bin mir zumindest sehr sicher, dass wir Ho-Wawa schon kennen. Aber... Ich dachte eigentlich auch, das wär ein Titel, aber es ist wohl doch nicht. Ho-Wawa ist zurück. Die anderen antworteten überhaupt nicht, sondern schauten mich mit spirituellen Gedanken an. Ho-Wawa Finale? Was ist mit Kontrollen? Ich dachte, ich wüsste das. Besonders du, Günther. Du fühlst dich auch dunkel. Ich hab eine lange Erfahrung. Wir haben unsere eigene dunkle Kraft. Meine Freunde haben nicht gelernt, was ein vernünftiger Befehl zum Denken ist. Ich auch nicht. Und das lerne ich hier auch nicht. Ähm... Was ist los? Wollen sie uns sagen, dass sie alle drei Experimente in zwei Tagen durchlaufen haben? Ich dachte, sie sind gerade vor uns weggelaufen. Ja, ich wusste, dass du mich ansiehst. Äh... Ich schien nicht einmal zu wissen, warum. Gescheitert. Unser Plan ist völlig gescheitert. Digga, ich kann nicht mehr gescheit lesen. Ich kann mich null konzentrieren. Gerade, was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich muss das jetzt machen. Sonst kriege ich die Folge nicht morgen online. Eigentlich hätte ich die schon gestern aufnehmen müssen, die hier. Aber hat zeitlich auch nicht geklappt. Keine Sorge, Günther. Zu diesem Zweck haben wir jetzt alles, was ich brauche. Und wer weiß, vielleicht hat mich das Ganze gestört. Und dazu gebracht, das nächste Experiment durchzuführen. Theoretisch war jetzt alles ein Erfolg. Es war eine großartige Zeit für mein Finale. Zumindest ist das meine Ansicht. Aber meine Freunde versicherten mir, dass es ratsam sei, zu warten, bis meine Wunden geheilt seien. Also haben wir eine vorbildliche Woche in der dunklen Welt verbracht. Dies dauerte nicht lange, denn Latias hatte im Wald vor der Höhle ein gut... Ich habe gerade ein gut besoffenes Kraut gefunden, gelesen. Ein gut betroffenes Kraut gefunden. Und mich zu einer... Und mich zu einer Art Medizin gemacht? Ich glaube, da habe ich schon wieder Formell und Titel. Ansonsten habe ich Ihnen ein paar Dinge geöffnet, die ich von Ihnen erfahren habe. Ich sprach über meine Reise nach Video über den kurzen Krieg gegen I-Weltal. Ich sprach über Giratina, die... Die... Die zunächst etwas seltsam, aber gleichzeitig sehr freundlich wirkte. Und dann als Besitzerin der ertrunkenen Welt herauskam. Atlantis! Und über Darkrai, unseren bekannten Feind, mit einer weitreichenden Vision und beispielloser Macht. Zuallererst denken sie an Geschichten über ihre vergangenen Erfahrungen, wie sie es in mir getan haben. Als wir zwei Tage lang suchen mussten und ich mit all meinen Geschichten endete, erzählte ich ihnen auch nochmal, was in der Dark Force Alliance passiert war. Die Woche verging und mir wurde klar, dass ich meine Freunde nicht wirklich verloren hatte. In diesen Tagen ist es Zeit, weiterzumachen. Wir waren alle zu ihren Diensten. Wir versammelten uns vor der Tür hinter unserer Welt. Es war weniger als eine Stunde nach der Schlacht gegen Nick Shosma. Das Finale war vorbei. Sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht. Na, wenn das Finale vorbei ist, dann... Ich werde diesen Joke immer machen. Das Orange vor uns war immer mit dunklem Purpur geschmückt. Es spürte die Anwesenheit dunkler Mächte. Ich zog es von mir weg und ging zu meiner Tür. T-Tür. Die Tür. Schöne Tür da. Zu meiner Tür. Wie spreche ich das jetzt? C-O-U-L-D-D-I. C-O-U-L-D-I kann uns nicht länger bremsen. Das Portal begann zum ersten Mal mit dem Erstellen von Reisehintergründen, als es plötzlich mit Hilfe unserer Linien so leicht aufgenommen wurde, dass wir sie nicht sehen konnten. Die dunkle Kraft hatte das Portal verlassen und war in ein weiches Pulver getaucht. Die nasse Kreatur versuchte nun es zu finden, aber als ob es nass wäre, wäre es nass. Ich komme mir echt vor wie in einer YouTube-Kacke. Ich meine, irgendwie ist es ja YouTube-Kacke. Das ist Kacke und ich stelle es auf YouTube. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, dumme Kreaturen. Hast du ernsthaft geglaubt, eine billige Kopie meines Rückens erstellen und mich damit besiegen kannst? Wie wunderbar. Alles klar, ich würde auch nur den Rücken der dunklen Macht kopieren. Die wahre dunkle Macht, der Besitzer von Lord Eckes Gefühlen, war bald vor uns. Unsere Erwartungen waren nur nass und windig. Wir sind gescheitert. Wir müssten an Orden und Stelle kämpfen und anstelle der dunklen Macht hätten wir keine Chance und es würde scheitern. Du solltest besser nicht gegen mich kommen. Du bist jetzt meine Gefangenen. Wir haben uns so sehr bemüht, ein bisschen zu kämpfen, aber es war nicht möglich. Sie schickte eins nach dem anderen. Nach ein paar Minuten hörte nur Latios und ich auf. Er sagte mir, Flonk, das ist definitiv das Ende für uns. Ich habe immer noch die Macht, dich in die Schatzstadt dieser Welt zu bringen. Ich wollte noch einmal mit ihm reden. Das konnte er nicht. Ich war meinen Freunden untreu. Davon abgesehen gab es keinen Ausweg mehr. Aber bevor ich etwas über Verallgemeinerung sagen konnte, hielt ich mich auf dem Dorfplatz an. Nur. Geh weg. Iksulandin. Google Time. Warum habe ich jetzt das für sie mit dem scheiß E-Mail-Programm geöffnet? Iksulandin. Überraschung. Iksuland. Das ist das Einzige, was es da findet. Ja. Jetzt muss ich erst wieder gucken, wo ich war. Aber ich konnte mich nicht gehen lassen. Meine Freunde waren alle verloren, aber sie gaben mir eine letzte Chance. Ich musste es benutzen. Wir mussten etwas, eine weitere dunkle Kraft bekommen. Meine Motivation stieg wieder. Einer wurde dort abgerissen. Die Stärke der Vögel ist mir egal. Ja, die legendären Vögel kamen ja auch nicht vor in der Virus Edition. Aber ich kann auch nicht hierbleiben. Ich habe nicht zugehört, ohne zu fühlen, mich zu verändern. Siellos. Je mehr ich rannte, desto mehr Orte sah ich. Das wundert mich tatsächlich eher weniger. All dies schien mir interessant zu sein. Ich ging auf einer so großen Ruine und sah einen Schritt zurück. Und als ich einen Schritt zurück in den Wald der spirituellen Seelen machte, stieg er über mich. Wir sehen uns. Die, die ich hatte, bevor ich sie vom Geist der spirituellen Trennung erhielt. Meff. Crystal. Meff. Nee. Ich bin definitiv diesem Weg auf ihm gefolgt. Es war alles Meter für Meter. Aber ich habe hier niemanden gesehen im Wald. Nicht Günther, nicht andere Freunde und natürlich Lord Corner. Aber es musste noch ein bisschen Sinn machen. Wäre ich in der Lage gewesen, das Rätsel zu lösen, wäre ich möglicherweise die Tür zum Erfolg. In diesem Sinne kann ich mich zumindest ein bisschen glücklicher machen. Ich machte mich auf den Weg zu einem großen Berg, wie ich es heute kenne. Am richtigen Ort. Am richtigen Ort. Zu dieser Zeit hatte ich keine Pfanne, um das ganze Land unter diesem Berg zu sehen. Wenn nötig werde ich einen kleinen finden, der mir helfen kann. Ach cool so. Ich meine natürlich. Digga, warum nervt mich jetzt der Eggblocker? Ich meine natürlich, ich habe keinen Eggblocker. Aber am Fuße des Berges war immer eine der seltsamen Kreaturen. Er ging nicht im Gegensatz zu allen anderen. Er sprach anders. Und sag, ja, du bist wieder hier. Ich verstehe nicht, warum dies für mich als Meister angesehen wird. Und warum es bedeutet, dass ich schon lange hier bin, obwohl das eine und das andere falsch war. Ja, ich habe es verpasst und getan. Wie eine Meile zum Beispiel traf ich ein anderes Wesen. Sie haben lange auf deine Ankunft gewartet. Ich beschloss es zu ignorieren. Wie die erste Alternative. Ja, das Kapitel ist halt schon sehr wichtig. Ich meine, das deckt alles überfläuend auf, was man wissen muss. Und das ist wirklich einiges. Ich habe es verpasst und getan. Wie eine Meile zum Beispiel. Oh, habe ich schon. Nach diesem zweiten war dies jedoch nicht das Ende. Im Gegenteil. Während meines Aufenthalts hatte ich viele verschiedene Gespräche mit vielen anderen Menschen. Nein, hattest du nicht. Wir haben auf ihre Ankunft gewartet, wartet Meister. Wo waren sie die ganze Zeit, Sir? Das ist vor vielen Jahren passiert. Ich war immer entspannter. Jeder, den ich als König sah, als Herrscher. Ich wusste, dass es nicht an meiner gewählten Rolle lag. Am Ende war es zu viel für mich, als keine Schattenkreatur in meiner Nähe war anstatt Ivelthal. Warum hast du uns nicht gesagt, dass du zu uns gekommen bist, Meister? Ich habe meinen Körper so gebrochen, gebrochen, weil nie eine tote Seele ausgegangen ist, um zu erklären, was hier geschah. Warum nennen mich alle Meister Ivelthal? Sie reagiert, aber nicht auf meine Frage. Dies ist der Berg der Wahrheit. Sie werden die Wahrheit sehen, wenn sie vorwärts gehen. Also ging ich weiter. Meine Ankunft wartete auch an der Tür des Wohnzimmers auf mich. Meister, bist du in deinem Herzen, um dein Schicksal zu bestimmen? Meister, Master Rima, wasch es, was ist hier los? Gib es, wonach du suchst. Die Wahrheit ist über deine Zukunft. Ich hörte auf, als Giratina das sagte. Die Wahrheit über meine Zukunft. Etwas, das ich in Annus suchte. Ja, Vergangenheit, Zukunft, auch kein Unterschied. Nun endlich muss ich ihn sehen. Hier in einer zerstörten Welt. Das war sehr wahr. War das die Identität, nach der ich gesucht habe? Ich habe den Schritt gemacht, um alles zu sehen. Da Greifer steckte sich immer auf den Felsen. Er sah die Welt an. Von hier und hier kann man alles sehen. Endlose Ankünfte. Wirklich weg, weil es hier keine mehr gab. Also hast du dich entschieden, nach Fleung zu kommen? Ich glaube, da ist er tatsächlich immer. Endlich, endlich. Wenigstens jemand, der mich nicht Meister nennt. Giratina sagte, du gibst mir das Beste über meine Darkreihe. Also, ist er noch nicht fertig? Die Antworten, die sie gesucht haben. Denken Sie noch einmal darüber nach. Weimar hat uns während ihres Experiments unangenehm gemacht. Visioni war deine Meinung dazu. Weimar nennt die ganze Natur hier, um dich zu beherrschen. Verstehst du Fleung nicht? Du bist der Herrscher dieser Welt. Jetzt habe ich meine Meinung geändert. Punkt 1, das, was meine Träume mit ihr wahr werden ließen. Und Punkt 2, trotz allem, was sie... Was sie sagte, war falsch. Du liegst mich an. Ich weiß, dass die dunkle Macht der Herrscher einer solchen Welt ist. Ich habe nichts anderes gesagt als Fleung. Oder sollte ich mehr sagen, dunkle Macht. Dich zu sehen war eine Szene aus deinem Urteil. Zukunft. Du hast diese Welten besetzt und wolltest dein neues Königreich testen. Zu diesem Zweck du in diesem Embargo haben die parallelen Stile ihrer Freunde ein uraltes Ritual gebildet. Den Rhythmus des Gleichgewichts. Für diese Kraft des Lichts und der Dunkelheit müssen beide Seiten je nach Begleiter gemischt werden. Aber ihre Freunde wissen nicht, dass sie dunkle Kraft brauchen, um die Macht der Dunkelheit zu zerstören. Die Macht der Dunkelheit wurde unter ihnen aufgeteilt. Der Rest der Welt wurde aufgrund des Raums und der Zeit dieses Versagens unterdrückt. Dieser geteilte Körper, den du bist, ist Fleung. Ich war erschöpft. Als solches kamen mir viele Ideen in den Sinn. Eine Apokalypse. Tausende starben. Bulbasaur. Eine perfekte Welt. All dies nur mit meiner Hilfe? Also hasste ich es so sehr für alles, was ich tat, aber es stellte sich heraus, dass es das war, was ich hatte. Aber ich wusste. Darkrai Maxime sagte. Meine Erinnerung ist zurück. Die Welt ist dunkel. Das soll ich jetzt überrascht wirken, dass die dunkle Welt dunkel ist, oder? Meine Armee. Trotz der Niederlagen ihrer Kameraden kam es jedoch zu einem Tod. Entgegen der Erwartung war die Hälfte der Darkforce-Alternativen ein normales Pokémon. Sie fühlten sich wie ein normales Pokémon. Jemand, die hat ihre Welt vor langer Zeit angesichts des Verlorenen gesehen. Aus der Dunkelheit. Aber du bist jetzt hier. Geh tief hinein. Du kannst deine Kraft für dich selbst freisetzen, wenn du es vergisst. Wir wollten nicht, dass du zuerst in der dunklen Macht kämpfst. Du weißt, wer du bist. Nein, wenn er dich tötet, wird er seine neue Kraft bekommen. Er wird alles zerstören. Aber jetzt, mit deiner wirklichen Kraft, kannst du Erfolg haben. Fun Fact. Rein theoretisch wäre, wenn die dunkle Macht mit Floon fusioniert, hieße das Wesen gar nicht dunkle Macht. Es hieße dunkler Magier. Das ist der originale Name des Wesens. Ich ging tief hinein. Ich sah die Bilder vor mir. Den Krieg, die Zerstörung, den Ruhm und die endgültige Zerstörung. Und dann, die unglaubliche dunkle Kraft floss plötzlich durch mich. Die ganze Kraft. Mit dieser Kraft konnte ich alles kaufen. Also Geld. Als ich meine Augen wieder öffnete, hatte Dacra ein Feld vor mir aufgestellt. Ich war gill in der Dunkelheit. Meine Augenbrauen waren rot. Das ganze Original war auf meiner Haut gerötet. Also, man kann sagen, ja. Die Haut des dunklen Rächers ist rot. Dies ist der dunkle Rächer. Die zweite der dunkelsten Nacht und die wahre Wahl der allen Welt. Ich hätte nie daran gedacht, aber nur einmal in meinem Leben. Lebegut, schwebe. Daran habe ich noch nie gedacht. Ich glaube an deinen Erfolg. Plötzlich wieder in der Höhle, in der ich gerade meine Freunde verloren hatte. Ich konnte jetzt das Portal überqueren. Ich musste. Aber am Anfang wollte ich zusammenfassen, was ich mit welcher Kraft anfangen kann. Als Dark Avenger kämpfte ich am Anfang mit der Bedeutung von Gedanken. Ich teleportierte mich, zögerte, zitterte. Das sind super Fehlkeiten. Konnte Dinge tun, die Dacra tun konnte. Es war herzzerreißend. Aber jetzt war diese Zeit vorbei. Ich musste die letzte Schlacht beginnen. Gegen und nur ich. Ich konnte nicht glauben, dass ich die Macht der Dunkelheit war. Aber sofort war das Schicksal aller Welten vorbei. Ich habe nach meiner neuesten Portalerfahrung gesucht. Kapitel 18 Ultra-Nekrozmas-Wettbewerb Leider hat mich das Portal mitten in Silberdorf wieder rausgeworfen und nicht in den Tiefen des Sees. Guter erster Satz, gleich wieder sind komplett umgedreht. Mich würde es wundern, wenn Florent das tatsächlich so schade fände. Es wurde festgestellt, dass ich zu spät war, um mit Zoroaster aufzuwachen. Aber im Gegensatz zu unserer Reise in die dunkle Welt waren sie für mich jetzt kein Problem mehr. Ich musste nur eines Tages den schwarzen Himmel um mich herum verbrennen. Alles klar und meine Wahrnehmung von Zoroach hielten nicht lange an. Gut, Florent, wir wieder den Himmel verbrechen. Jetzt war ich dabei. Das letzte Mal, als ich vor meiner anderen Leidenschaft davon lief, war dieser Ort. Aber diesmal war ich freiwillig hier. Dort öffnete sich die große Tür für mich und ich ging für eine Weile hinein. Alles, was ich hier erlebt hatte, unsere Reise nach Treasure Town, ist meiner Ansicht nach mein... Unsere Reise nach Treasure Town ist meiner Ansicht nach mein erstes Treffen mit Darkrai auf dieser Reise im Verrat an Nick Shosma, der Verzauberung der dunklen Welt. Während des Sturms meines neuen Freundes und seines Verschwindens, der dunklen Welt, der offensichtlichen Falle, der leere Ivelthal, der fucking Schlepperwelt, da... Digga, geht's nicht englisch. Eure Schu... Warum kannst du nicht Zerwelt sagen? Der Eroberung und so weiter. Die Zerstörung der dunklen Kraft, der Verlust all meiner Freunde, meine Realität. Ich hatte alles in dieser Bewegung erlebt. Ich hatte alles verloren. Zuhause, alle meine Freunde, ist meine Identität. Ich glaub nicht, dass die so gut schmeckt. Andererseits... Bacon, der sich selber grillt. Dies wird eine lange Erfahrung hinter dieser Tür sein. Für mich hat sich der Kampf gelohnt. Ich hatte nichts zu kämpfen, aber ich musste. Hä? Der Kampf... Du hast nichts zu kämpfen, aber der Kampf hat sich gelohnt. Alles klar. Eine solche Welt für 700 Belohnungen. Also ging ich hinein und begann mein nächstes Experiment. Digga, wenn du doch... Wieso eigentlich Experiment? Ich kann mir nur vorstellen, ich hab ja was, das benutzt, das so Wörter ein bisschen abändert. Aber Prüfung ist das doch im Original, oder nicht? Und Prüfung ist doch kompliziert. Das kann das doch nicht. Ich guck gerade jetzt hier nach. Aber das heißt doch eigentlich Prüfung. Loll, was ist denn das? Was ist denn das? Nur 88 Seiten? Roffel? Ähm, äh, ich meine natürlich... Die ist ja sehr lang, die Geschichte. So, äh, hier ist Ultra-Nekrozma. Wo ist der Kapitel? Hier? Und steht da Prüfung? Ja, Prüfung! Warum wird Prüfung zu Experiment? Und... Ich werde es nicht verstehen. Ja, das war es in der Seite. Die Burg unten hatte ein großes System von Artefakten in jeder Ecke der Null und in den leeren Hütten, die ich betreten hatte. Ich sah viele Räume und betrat viele tote Räume. Bis vor kurzem, nach ungefähr einer Stunde, betrat ich einen großen Raum, der sich vorwärts bewegte. Als ich den Raum betrat, waren alle Türen verschlossen und eine Maus erstarrte vor ihm. Ein alter Freund stand vor mir im Raum. Nick Schosmas Lieblingsverräter. Ja, wer ist denn das? Also bist du zu Freund gekommen. Ich hab gehört, was für erstaunliche Dinge mit dir und deinen Freunden passieren. Sie kann mir fast leid tun. Aber die Tatsache, dass du wirklich hier bist? Der Meister hat mich gewarnt. Es wird in diesem Universum sein. Echt? Okay, das ist jetzt ein Plottwist. Ich dachte eigentlich in einem anderen. Zuerst habe ich fest daran geglaubt. Schließlich bin ich immer noch der Zweitstärkste bis jetzt. Laut dem Meister. In diesem Moment kam all meine Erinnerungen zusammen. Zuerst wollte ich ihn warnen. Sag ihm, wer ich war. Aber dann habe ich wieder alles vergessen. Oh, schade. All meine Freunde. Er war schuld. Dieses Pokémon hatte alles für mich getan. Übrigens. Geh mir aus dem Weg. Ich möchte zu den dunklen Kräften gehen. Hey, bleib einfach mal eine Stunde hier. Ton, um so über Gott zu sprechen. Lass mich dich hier lassen. Der Meister befahl mir, hier zu warten, um zu sterben und mein betrügerisches Leben zu beenden. Hä? Ich glaub nicht, dass die dunkle Macht das wollte. Da wär sie ja gar nicht mal so blöde. Was? Die dunkle Macht verrät ne Crossmark. Ein für alle Mal. Und alles. Moderne Strahlen trafen ihn. Einer vom Markt. Einer vom Licht. King of Twilight hielt mich mit seiner dunklen Natur mit meiner Persönlichkeit auf. Aber dieses Mal hatte ich mit der Kraft von Dark Avenger eine Chance. Und stirb jetzt. Geh zurück zu deinem Bulbasaur. Stadthänder hatte begonnen. Ich würde die Option wählen, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich kann bei Bulbasaur ausleihen. Der Nekromant regnete sich schnell wieder um mich herum. Einen kleinen Schutz. Nee. Wie ich gehofft hatte. Ich habe die Kraft... Die... Ich kann nicht lesen. Ich habe die Kraft genutzt, die mir gegeben wurde. Ich konnte mit ihm ein kleines Schutzschild bauen. Aber so mächtig wie Nick Shosma ist nicht so mächtig. Ich habe eine Taktik entwickelt, die meine Erfahrung übertroffen hat. Ich stellte meine Arbeit schnell in den Vordergrund seiner Arbeit. Ich benutzte die Darkreistechnologie, um Dinge herumzuziehen, damit die in Nick Shosma schnell laufen konnten. Mit dieser Hilfe wurde sein Schild beschädigt. Aber Nick Shosma erkannte sein Problem unabhängig und griff ihn nun mit leichten Reaktionen an. Ich konnte sie mit meinen zitternden Strahlen operieren und mich mit ihnen konfrontieren. Aber natürlich war das nicht genug, um ihn zu besiegen, weil sein Schild nicht mehr gebrochen war. Ja, der Schildbreak ist schon relativ wichtig in der Regel. Vor allem dann so Crown into Back... Oh, falsches... Oh. War ich gerade am falschen Punkt anscheinend. Ähm. Egal. Uff. Warte, ich muss gerade wieder die Stelle finden. Wir haben lange gekämpft. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es schien ihn zu ärgern, dass er es mir nicht so geben konnte, wie ich angefangen hatte. Er war hilflos und schoss einen großen Schuss auf mich. Ich konnte ihn kaum verlassen und sah mich jetzt in der gleichen Situation wie zuvor. Ich schoss Nick Shosma in den Rücken und ihr Schild war wie eine Wandertasche. Oh mein Gott. Diese Etappe, es ist so deep. Splitter suchten überall. Als ich merkte, dass der Schild zusammengebrochen war, hatte ich eine dieser mächtigsten Technologien eingesetzt. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich sah alles langsam vor mir und weinte, als die Stücke der Hirten nicht mehr gebunden waren. Ich habe einen Hirten geschossen. Erschossen. Alles klar. Schönes Thumbnail. Ähm. Das notiere ich mir schon mal kurz. Ich schreibe mir das mal nicht aufs Blatt, sondern aufs No-Wort. Floink hat einen... ...einen Hirten erschossen. Die Titel sind wirklich super in dem Projekt. Nick Shosma hat ihn mit seinen Waffen aufgehalten. Entgegen meiner Erwartung kehrte es plötzlich zu seiner ursprünglichen Realität zurück. Stopp, Floink. Ich ging zum neuen Tisch, aber die Bewegungen bereiteten sich langsam vor, um Überraschungsangriffe zu vermeiden. Aber er hat im Gegenteil nicht angegriffen. Du hast mir gezeigt, wie gut du bist. Du hast mir bewiesen, dass du eine Chance hast, gegen die dunklen Kräfte zu gewinnen. Ich stehe zu deinen Diensten, um dir zu helfen, an etwas Modernen teilzunehmen. Rächer. Komm schon, glaubst du, ich werde immer noch an dich denken. Du hast all meine Freunde für mich. Er zog sich von mir zurück. Das ist falsch. Ich habe dir gerade einen Freund weggenommen. Erzählst du mir heutzutage, dass du nicht im Tod meiner anderen Freunde bist, oder nicht? Nein, du verstehst nicht. Du lebst. Ich wurde gehängt. Was? Ähm, schön. Also Nick Shosma hat festgestellt, dass Floink lebt. Das wusste ich ja gar nicht. Und er hat gezählt, dass er gehängt wurde. Ähm, wenn ich in eine solche Situation geriet. So, Asta ist im Keller. Alle anderen. Er trug ein Taschentuch. Einheitlich wie Darkrai. Hatte ohne Unterbrechung getan. Ein Teil der Mauer war gestiegen. Das Meer war eine Zelle. All meine Freunde waren da. Floink, du bist hier. Ich wusste, dass du das kannst. Ich kenne dich, Floink. Wunderbar. Das ist jetzt ja eine Überraschung. Ich habe nie an dir gezweifelt. Nick Shosma ging vor mir her. Also, was sagst du? Ich kann meine Stange nur mit einer Hand anheben. Infolgedessen sind alle frei. Wenn du sie mir gibst, wirst du im Kurs erneut kämpfen. Jetzt hatte ich eine der schlimmsten Gewissensfragen in meinem Leben. Komm schon, Floink. Schlag. Er streckte die Hand aus. Ich wusste, wenn ich ihn töten würde, würde ich ihn aus dem Weg gehen. Ja. Andererseits hatte er immer noch etwas Schönes an sich. Er rettete meine Freunde schnell vor dem Tod. Konkret hatte jeder eine zweite Chance. Andererseits hatte er Bulbasau getötet. Mit seiner Hilfe habe ich meinen besten Freund verloren. Er hat uns alle gerettet und in diesem Bereich viel gelitten. Was? Ich eilte schnell zu ihm. Immer schnell. Ich hatte eine Aktion erwartet. Aber als ich endlich vor ihm stand, ließ ich los. Ich biete dir meine Hilfe an. Hast du ihn in die Hände bekommen? Ich entschied und schüttelte seine Hand. Ein Fehler. Der gesamte Boden wurde mit Blut gewaschen. Ja, ist tatsächlich, ähm, habe ich gehört, auch besser als so Reinigungsmittel. Der Stein war zerbrochen. Necrozma knallte zu Boden und packte... Äh... Necrozma knallte zu Boden und packte... Ihr... Häh? Unbegrenzte Wunder am Kinn. Warum? Ich habe dir angeboten, dir zu helfen. Why, ma? Und warum tust du mir das an? Ich sage ihn an. Es ist das Ende von Necrozma. Du kannst nicht so handeln. Du kannst nicht die Seite wechseln, um dein Leben zu führen. Du hast mir das angetan. Ich gehöre mir sowieso. Du weißt es nicht. Es fühlt... Äh... Es fühlt sich so an, wenn du es jemand... Wenn du es gibt, jemanden, der alles mit dir teilen kann. Sie werden nie verstehen, welchen Schritt sie für mich in einem spirituellen Bike getan haben. Ich habe die schwierigsten Prüfungen dieser Erfahrung durchlaufen, mit mir selbst gekämmt. Aber das alles ist nichts gegen den Verlust von Bulbasaur. Du kannst tun, was du von mir wolltest. Ich werde dir niemals vergeben. Du liegst falsch. Ich weiß genau. So ist es. Als er das sagte, war ich zuerst sehr überrascht. Wie du weißt, erzähl mir ein bisschen davon. Ich werde nicht zu lang sein und an dem Ort, an dem ich sein muss. Zur gleichen Zeit hast du es wahrscheinlich so gemacht. Nun, ich werde kurz sein. Es ist vor ein paar Jahrzehnten, aber auch... Ich hatte einen Freund wie Bulbasaur. Sein Name war Darkrai. Äh, wie? Ich? Was? Nein! Nicht du! Darkrai? Was? Du kennst ihn zum Beispiel. Ich kenne ihn besser als jeder andere, glaube ich auch nicht. Einmal haben wir ihn getroffen. Und dann in der regnerischen Cremehöhle. Die regnerische Cremehöhle? Und noch einmal in diesem Abenteuer. Ich habe ihm eine kleine Seele genommen. Und die Cremehöhle hat eine Seele. Okay, naja, ihr habt ja die Welt gerettet. Es ist wirklich schwer für euch. Es ist scheiße, nichts zu wissen, ne? Ne? Hab ich da nicht recht? Es ist angenehm. Das kann ich euch sagen. Es ist angenehm. Wenn ihr nichts wisst. Es war wie ein Experiment. Kämpft in der dunklen Welt und erreichte den Sieg der dunklen Macht von ihm. Dies ist Pokémon. Größenwahnsinnig. Ich weiß. Eines Tages in der Zukunft traf ihn plötzlich Dunkelheit. Er war mein Freund, aber dieser Kleine hat ihn verändert. Er ist ein verrückter Psychopath geworden, der an die komplexesten Dinge glaubt. Der Glaube, dass ich diesen Moment verloren habe, war wieder einer der Gründe, warum ich war, wer ich bin. Ich hab alles. Hätte ich nie gedacht. Das tut mir leid, Florent. Ich muss dir helfen kaufen. Aber jetzt? Hier endet es für mich. Du machst diese Leistung. Ich glaube dir. Es scheint heutzutage gut zu laufen, aber es passierte trotzdem ein bisschen. Eine Textur stieg aus dem Kaffeesatz. Da, Krei. Also ist Nick Chosma so gelandet. So endet es. Nick Chosma schien einfach nicht in der Lage zu sein, seine Existenz zu verstehen. Da, Krei. Was machst du hier? Warum bist du gekommen? Ich hatte erwartet, hier ein großes Finale zu sehen. Aber du hast dich im Weg von Florent gefangen. Ich hab nur zugehört, mein Herr. Also bist du wirklich sehr aufgeregt, dies als dein Gott zu sagen? Dies ist definitiv der Weg, um gleichzeitig unsere Reise zu machen. Es ist nie klar, wie diese Welt funktioniert. Alle unsere Entscheidungen machen nichts. Dakima, da, Krei. Warum hat sie in diesem Moment ihre Farbe geändert? Bevor ich gehe, sag mir, warum? War es hell? War es das? Gut, wenn sie Maxima wissen wollen. Es war alles etwas kleiner. Diese Strahlen öffneten mir die Augen. Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Er hat mir jedes Pokémon gezeigt. Also, ihre Reise endet hier. Ich hoffe, du warst glücklich für eine Weile, meinen Platz an der Seite der dunklen Macht anzunehmen. Aber wirklich, danke dafür, brauche diese Tiere sowieso nicht. Und damit noch eine kleine Philosophie-Frage über die Virus-Emission. Passt grad. Was ist jetzt? Die Beziehung zwischen Dakrai und der dunklen Macht. Sag dies mir doch. Nachdem dies gesagt war, war Dakrai verloren. Ich hab getan, was ich falsch gemacht hab. Mit diesen Worten verlor Necrosma etwas, sodass sie nie wieder gesehen werden würde. Die Bar von der Zelle meines Freundes fehlte und sie kam heraus. Sie sahen, wie ich das Blut betrachtete, das am Grab stehen geblieben war. Und vorübergehend Nick sagte, Du hast das Richtige getan, Floink. Necros ist für alles verantwortlich. Langsam fingen wir wieder alle an zu reden. Aber, Floink, wie hast du das gemacht? Woher hast du diese Kraft? Ich war noch neu darin, eine Geschichte zu beginnen, in der ich mir ein wenig in den Kopf geschossen habe. Was? Wenn du die Wahrheit meiner Passierlichkeit erfährst, das ist richtig, wirst du mir trotzdem helfen? Werden sie mich möglicherweise auch angreifen, weil ich die letzte Kraft war? Willst du dein Schicksal aufgeben und mich automatisch gegen die dunkle Macht kämpfen lassen? Ich wusste, dass ich trotz meiner Stärke fast keine Chance gegen ihn haben würde, bis ich allein war. Ich verschloss ihnen nicht alles für die Einführung zu erzählen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich es tun. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob sie neben mir bleiben. Es ist, als hätte ich Nick Ross mal gesagt. Ich habe die Identitäten in der dunklen Welt auf dem Berg der Wahrheit gesehen. Alles ist meine Zukunft. Du hast es gesehen? Weißt du endlich wieder alles? Es ist Weizen! Was ist passiert? Ich werde dir eins sagen, wenn die dunkle Kraft versagt hat. Komm schon, komm schon. Die Zeit ist gekommen. Unsere letzte Schlacht steht vor der Tür. Der Terror für die ganze Welt. Aber bevor wir uns auf den Weg in den Text machen können. Latias hat mich aufgehalten. Ich lache nicht wegen dem, was da steht. So ein nächster Satz. So die ganz klassische Aussage, die Latias in der Virus-Edition ja auch sehr, sehr regelmäßig raushaut. Bruder, warte! Ich weiß nicht, was wirklich passieren wird, aber ansonsten, wenn wir den nächsten Kampf verlieren. Du hast dich in dieser Hinsicht viele Male für Pokémon geopfert. Du hast alles gegeben. Worauf wir nicht einmal hereinführen. Bei allen Pokémon einer solchen Welt danke ich Ihnen. Ihr seid Helden. Guten Tag. Mhm. Ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Die Audio dürfte dieses Mal wieder passen. Zumindest wird sie mir richtig angezeigt. Und das Wetter passt zur Atmosphäre. Draußen ist der Himmel komplett von grauen Wolken bedeckt. Es regnet in Strömen. Gerade eben habe ich die dritte K-Rule-Montage von mir prämiert. Falls ihr es nicht gesehen habt, gerne reingucken. Ist mir meiner Meinung nach doch gut gelungen. Und es ist Zeit für das große Finale der Pokémon-Mist Redungeon-Valros-Edition 2. Aber dumm. Mich hat es echt überrascht, dass ich gesehen habe, dass das tatsächlich nicht so lang ist, dieses Kapitel. Ich hatte mehr im Kopf. Vor allem hatte ich mir eingebildet, dass ich... Vor allem hatte ich mir überlegt, das vielleicht in 2 zu teilen beim Schreiben. Naja. das vorletzte Mal Walros-Edition 2 in dumm. Danach kommt nur noch... Äh, nur noch. Hä? Was labere ich? Danach kommt als nächstes die Walros-Edition 4. Ob noch eine 3 in dumm kommt? Wenn dann, lasse ich mir auf jeden Fall einiges an Zeit damit. Aber das ist erst einmal ja weniger wichtig. Denn es geht jetzt um diese Folge und dann ums normale Hörspiel. Was denke ich doch auch für euch schon nochmal cooler ist als die in dumm. Kapitel 19 Finale Also das habe ich da jetzt zugelichtet. Das dunkle Duell Als wir die Halle betraten, schien die Sonne draußen. Nein. Vor uns war ein großer Raum zu sehen. Endlich der lange Teppich auf dem Tisch. Dark Power besitzt immer noch Lord Ekkis Körper. Oh du. Du hast tatsächlich einen Retter gesehen. Du hast diese Nexosma-Rebellion zerstört. Derzeit bist du immer noch hier und willst mich verletzen. Ich. Dein Gott. Zum Glück sah er mich an. Aber ich hätte es erraten können. Ich hätte dich nicht im Stich lassen sollen. Bevor du das Geheimnis alten Tölen konntest, war es nur eine Sache. Und? Wie willst du es? Lass es ruhig sein. Weil er beherrschen, wofür wir hier sind. Lass uns nicht zu lange im Garten reden. Okay, okay. Wenn es dir so gefällt. Cooler Dialog. Der Blitz war grausam vor uns. Lasst uns anfangen. Mal sehen, was die einzige wirkliche Kraft ist. Ich mische die beiden Elemente zusammen. Ich bin hier, um diese Welt zu zerstören. Du machst Pokémon-Witze damit. Okay, wenn du meinst, es wird Zeit, hier, ähm, wieder zu googeln. Nicht, weil ich ein Wort nicht verstehe. Äh, hehehehe. die besten Pokémon-Witze. Ich muss gerade einen guten finden. die sind alle scheiße. Was zum Fick? Was ist das? Nein! Digga, diese Witze sind so schlecht, da kann ich doch auch einen besseren Improvisieren gefühlt. Äh, äh, doch nicht. Hier, äh, Hightera, Hightera ist so fett, dass es für Google Earth als Bilderquelle arbeitet. Ähm, das muss reichen, das war der Beste. Die Zeit ist gekommen. Der Beginn meines großen Abenteuers, das durch die Ankunft von Günther in Silberdorf gezeichnet ist, war tatsächlich vor einem Jahr. der perfekte Zeitpunkt, um es zu beenden. Zu beenden? Dein Abenteuer, ja, Floink, aber auch irgendwie nicht so ganz. Und das Abenteuer allgemein definitiv nicht. Wo immer der Krieg hingegen, dachte ich zum Beispiel, dass es passieren würde. Die meisten meiner Freunde konnten nicht groß damit umgehen, aber die Dark Tree Power war auch nicht richtig in ihnen. Anfangs war es hauptsächlich Günther Ziel. Er hatte eine saubere Tafel und ich spürte auch seine Stärke. Aber damals war es anders. Jetzt war ich mehr vereint als all meine Freunde. Insbesondere habe ich versucht, die Vorteile, mit denen ich klug gespielt hatte, in die größte Offensivsektion des Gebesandter aufzunehmen. Übrigens, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich dieses Mal keine Credits mache wie letztes Mal. Ich habe im Moment genug zu tun und, na, ja. Während des größten Teils der Schlacht war ich mit Lernen beschäftigt und war frustriert über die Angriffe der Großmacht. Mithilfe meiner Fähigkeiten wie Avenger Dark fand ich viel Abwechslung in diesem Thema. Vor mir kann sich die dunkle Macht nicht einmal selbst teleportieren, lol, wie bad. Wenn es so aussieht, hinter Lord Eckes großer Ehre... Pfff. Warte. Ist das mit Ehre bei Lord Ecke ernst gemeint? Nee. Kann nicht sein. Aus meiner schwierigen Sicht bemerkte ich sicherlich, dass sie nicht teleportierte. Im Gegenteil, sie handelte rücksichtslos. Und so kommt es vor, dass das normale Auge im Leben sie nie gesehen hat. Teer fuhr einige Tage fort, bevor die Hewreng H-E-W-R-E-N-G Hewreng Forces meine Aufmerksamkeit bereits erregt hatten. Dieser Kampf machte es mir sehr schwer, aber ich arbeitete daran, den häufigsten zu entkommen und halte meine Freunde von dem Angriff. In einem solchen Kampf wird der gesamte Schaden automatisch berechnet, wenn auch nur für ein paar Zentimeter mehr als die Angriffe. Sorry, die dunkle Macht hielt jedoch nicht lange an, da sie auch feststellte, dass diese Technologie weniger hilfreich war. Da alles für ihn abgesagt wurde, schien er misstrauisch. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Dunkle Kraft und reines Detail entfernten sich aus Lotteckes Körper. Er selbst schlug zwischen den beiden Beinen auf den Boden und traf schwach auf den Boden. Du hattest Spaß. Pokemons schwacher Körper tut mir so leicht weh. Es tut auf unabhängige Weise weh, wenn es eine der Entscheidungen der Zentralwelt ist. Ich werde das beenden. So, und hier jetzt ganz kurz mal eingeschoben, wieder eine kleine Frage der Folge. Dieses Mal ein bisschen anders, dass es nicht einfach ist, was denkt ihr so passiert in der Walross-Edition, sondern ihr entscheidet wirklich mal was mit. Nach der Walross-Edition 4 soll wieder eine Spezial-Episode kommen, wie nach jeder bisher. Und ja, die Frage ist, aus Sicht welches Characters würdet ihr gerne mal eine Spezial-Episode sehen? An sich natürlich wäre es schön, wenn ihr nicht gerade einen Charakter nehmt, der so komplett im Hintergrund ist. Ich würde jetzt keine über Chrysalia oder so machen. Aber irgendein Charakter, von dem ihr da was sehen wollt, warum nicht? Ich war gerade ein bisschen verwundert. Sorry, ich bin gerade wegen der K-Roll-Montage hat gerade wer gemeint, äh, freut sich, dass es ein Clip von ihm drin ist. Und ich muss gerade überlegen, wer das war. Und das war, genau, der Samus-Spieler der eine. So, musste ich kurz noch ne gute Antwort zugeben. Also, wie gesagt, über welchen Charakter würdet ihr gerne mal ne Spezial-Episode sehen? Ich werd mir da so wünsche, wenn sie irgendwie umsetzbar sind und wenn ich Ideen hab, auf jeden Fall angucken. Na dann, weiter geht's. In diesen Tagen fließt ein erstaunliches Bewusstsein vor uns. Es war kein Schuss wie die dunkle Macht. Es war genauer mit Wolken. Mit einem breiten Charisma war eine helle Blitzwolke. Eine Kraft, mit der man rechnen muss, dass der Pokémon-Körper stark sein muss, um ein autarker Teufel zu werden. Unser Kampf ging mit diesen modernen Bedingungen weiter. Aber nach der Übertragung der dunklen Kräfte änderte sich der Prozess des Krieges dramatisch, so wie ich es erwartet hatte. Onje dann griff fast jeden von uns fast jede Sekunde an. Mein Oberkörper konnte mich nicht vor der Wahrheit retten. Wundert mich nicht tatsächlich. Florengs muskulöser Oberkörper Ich versuchte, die dunklen Kräfte auf dem Weg zu verzögern, aber als ich Geratin und Ivelta stoppte und gegen drei Wachen ging. Diesmal brauchte ich in Wirklichkeit keine zusätzliche Zeit, um die Technologie zu nutzen. Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Das lasse ich jetzt so sagen, würde ich sagen. Also nochmal kurz zur Sache mit Spezialepisode. An sich wäre es dann wahrscheinlich eine, die einfach ein bisschen mehr so über die Gedankengänge, über die Gefühle des Charakters was aussagt. Ihr würdet einfach ein bisschen mehr über den Charakter lernen, der da letztendlich geht und es muss kein Protagonist sein, ihr könnt auch einen Antagonist vorschlagen, solange es eben ein relevanter Charakter ist. Also. Diese Wesen können nicht Warte. Habe ich den Satz gerade richtig? Wir waren gerade noch im Satz mit der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Ich lese euch jetzt mal den kompletten Satz vor. Das ist der schlimmste also der dümmste den wir hatten dieses Projekt tatsächlich. Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Aber der Bomber schlug kurz vor Mittag ne doch kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Das steht da. Diese Wesen können nicht länger leiden. Alles war immer gegen uns, aber die Hoffnung kam von meinem Gehirn. Ich verbrauchte langsam meine dunklen Kräfte. Obwohl es ein völliger Misserfolg war, der einen großen Rückschlag für diese Technologie darstellte, hatte ich ein wenig Zeit, um anderen meinen Plan zu erklären. Freunde, wir können diesen Krieg so nicht gewinnen. Es gibt immer noch Hoffnung, dass wir ihn gewinnen werden. Sagt ihnen die Bilanz ein wenig Deal Entschädigung? Wie sollen wir das machen? Hat noch nie in der Geschichte gearbeitet. Weil jeder einen Fehler gemacht hat. Du brauchst die Kraft von Licht und Dunkelheit in der Mischung, sonst wirst du nicht fallen. Wir haben beide. Wie funktioniert dieser Rhythmus? Alle Teile der Welt müssen auf diese Weise vereint werden. Schafft eine Kraft, die wie Licht die Dunkelheit verliert. In unserem Fall die Reinheit und die reine Kraft der Dunkelheit. Nimmst du sie? Jedes Pokémon hat diese Elemente, aber unter ihnen gibt es so viele. Pokémon, die hier leben und jetzt der Ort von Pokémon sind, wie du Latios und Latias. Verbunden wie Syhydropie, dann erkennen sie Pokémon. Pokémon, Pokémon des Träume sind diese. Sie leben immer mit ihren Köpfen in den Wolken. Sie sind sehr hart, aber sie sind auch da. Das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Gehen sie hier unter uns, damit sie floreng sind. In Folge dessen hat Latios einen großen Fehler in meinem Plan gemacht. Digga, in Folge dessen ist eines der schlimmsten Alman Wörter, die es gibt. Ihr könnt da mir nix sagen. Nein, ich und Günther, die für Kerzenlicht und Dunkelheit sind. Oh, Kerzenlicht, ganz wichtiges Element. Und Teppichboden ist eine Farbe, oder was? Na, Google Überset... Das bedeutet, wir können Pokémon nicht aus dem Traum haben. Dinge verschwanden vor ihren Augen. Wir werden nicht in der Lage sein, die ultimativen Flüche zu erfüllen. Wir brauchen noch ein Pokémon. Aber es gibt Skins auf dieser Welt. In Fortnite. Das war nicht gut für den Hals. Sie haben mich so oft gerettet und nur einer von ihnen sollte diese ganze Welt retten. Wir sind trotz des fehlenden Teils mit den Komponenten verbunden. Meine langsame Bewegung war nur sehr begrenzt und gab uns keine alternative Gelegenheit. Aber als alles in Ordnung war, fand ich ein bisschen um mich herum. Es gab ein Pokémon. Es sah sehr dünn und gleichzeitig sehr klar aus. Es gab uns Kraft. Er hat uns ein Traum-Kit gegeben. Es war das Pokémon-Pokémon, das mit zu Beginn der Latio-Einführung in den Sinn kam. Bulbasaur. Andere erregten ebenfalls seine Aufmerksamkeit. Als die Komponenten verbunden waren, sah er uns kurz an und lächelte mich an. Dann verschwand er wieder. Bulbasaur? Aber es war Zeit. Alle Stücke waren einzeln. Die dunkle Kraft war wieder konventionell. Aber es war zu spät für sie. Eine Menge brach aus. Es verschwand und verschwand in etwas. Das war das Ende davon. Die Macht der Dunkelheit ist gefallen. Ein für allemal. Für kurze Zeit blieben wir alle ohne Probleme dort, um wieder zu warten. Doch nach kurzer Zeit ging Günther auf den noch unbekannten Friedhof des Schicksals. Andere folgten ihm. Nur ich war noch am selben Ort und ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Es ist passiert. Mein Schmerz muss ein Ende haben. Alle anderen waren in Lord Ecke und ich sah sie von meinem Stuhl aus an. In diesem Zusammenhang musste ich sehr vorsichtig sein. Ich könnte ihrer Welt helfen. Ich bemerkte auf dem dunklen Teppich im Raum, dass meine Farbe sich wieder von der des Dark Avengers zum normalen Freund geändert hatte. Nach einer Weile sah ich wieder so aus, als wäre ich auf den richtigen Berg gegangen. Es kann passieren, wenn die Wunden einer solchen Welt passieren können. Auf diese Weise habe ich viele Dinge verloren. Zu Hause, Identität, mein bester Freund. Aber an einigen Stellen werden auch meine Wunden heilen, denke ich. Aber zum Beispiel 30 Minuten, nachdem ich nicht mehr konventionell war, fühlte ich plötzlich einen Schmerz. Die Welt war rot vor meinen Augen. Ich hatte das Gefühl, mich zu verbreiten. Da wurde mir klar, was passiert ist. Die dunkle Kraft wurde zerstört. Ein für alle Mal. Das Licht und die Dunkelheit waren verschwunden. Günthers sauberer Schleifer mag verloren gegangen sein, aber er wird weiterhin leiden. Meiner Meinung nach die Dark Force Fena. Aber diese Kraft war alles, was ich gemacht hatte. Ich war eine dunkle Kraft. Ihre Unzufriedenheit war auch mein Verlust. Als ich alles möglich machte, sah mich jemand zum ersten Mal an, als ich Lord Ecke zum ersten Mal betrat. Ähm, das ist kein Fußabtreter, das ist tatsächlich ein lebendes Pokémon. Egal. Latias, wieder mit I-Y, drehte sich zu mir um. Aufgrund ihrer Reaktion nahm ich an, dass mein Zustand schlecht war. Floink, was kommt mit dir? Was passiert? Andere sahen nicht, was los war. Alle kamen zum nächsten Abschied zu mir. Ich bekomme die richtige Strafe für das, was ich getan habe. Warum? Du hast die Welt gerettet. Mir wurde wahr, als die Wahrheit zu ihnen kam. Es spielt keine Rolle. Ich hab dir noch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Über das, was ich auf dem Berg gesehen habe. Als ich ein Stück für das Gegott... Als ich ein Stück für das Gegottenter Seele gefunden habe. Als wir sowieso alle zusammen waren, war es meine Ansicht. Es war nur ein Traum. Es war keine Nacht, sondern ein Ereignis aus meiner Vergangenheit. In einer dunklen Welt hatten ihre parallelen Hintergründe auch das Ritual mit der Macht der Dunkelheit zu zerstören. Sie waren jedoch nicht im Dunkeln. Doch... Sie und der Befehl war also nicht erfolgreich. Anstatt die dunklen Kräfte zu zerstören, zerstückelten sie sie. Weil die neu geschaffene Kraft mithilfe eines Problems im zeitkonstanten Bereich in eine alternative Welt kam, um von dort aufzuwachen. Es war eines Tages, als ich Bulbasaur traf. Kurz nachdem ich in einem Wald von Seelen aufgewacht war. Einere ich mich. Komm schon, du willst sowas sagen wie... Ja, Hydro-P, ich bin nix anderes als die Macht der Dunkelheit. Die zweite Hälfte beschreibt es im Detail. Dark Avenger Der auch den anderen zum Scheitern zwingt. Ich beschuldige alle Opfer. Ich bin jeder Vernichtung schuldig. Ich bin auch Bulbasaur schuldig. Alle waren still. Ich war in der Zeit verloren. Nach einer Weile begann Günther jedoch zu kommunizieren. Äh, Floink. Es ist nicht deine Schuld, was passiert ist. Du bist nicht sicher, ob es noch etwas gibt. Nein, das stimmt nicht. Das ist richtig, Floink. Wir haben es nicht getan. Ihr Gehalt wurde von ihnen abgezogen. Aha. Das heißt, Floink hat einfach... Der wurde einfach um sein Gehalt betrogen. Alles klar. Da würde ich auch um die Macht der Dunkelheit werden. Sie haben diese Erfahrung total genossen. Du hast alles geopfert. Warum stehst du gerade auf? Floink, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Event. Ach so, das ist natürlich das Bestmögliche. Leider können wir nichts anderes für sie tun. Aber zur gleichen Zeit, wenn ich sie auch kurz darüber informieren würde. Ich bin froh, dass ich Pokémon wie sie gesehen habe. Ich werde mich nie wieder mit jemandem treffen. Ich und sie alle haben mich nur angesehen. Gleichzeitig konnte ich die Tränen nicht aufhalten. Du hast recht, Floink. Wir wollten das. Ähm, alles klar. Das ist nicht so nett. Infolgedessen ist es keine Lüge. Du bist zögerlicher als das. Du bist ein bisschen besser. Du bist raffinierter als wir alle Pokémon. Ich hatte es schwer und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste, dass ich in ein paar Sekunden gehen würde. Ich möchte leicht hilflos sein. In einer Welt wie dieser. Hier in dir. Ich wollte von Anfang an aber nichts als ein normales Leben. Es war einmal ein Verlust für sie. Natürlich war alles schwarz. Aber ich hörte eine andere Stimme. Wir werden nie vergessen, was du für Pokémon-Floink getan hast. Du bist ein... Was? Du bist ein Heldenheld. Hier endet meine Geschichte. Es wäre vielleicht besser für alle, wenn sie das wirklich tun würde. Aber wir wissen... Du kehrst zurück. Dunkelheit ist verboten. Die Welt ist wieder normal. Ii... Ich wäre irgendwann leicht überrascht, dass das potenzielle Pokémon in den Anno-Eion vergessen wird. Wenig weißt du, nur die wahre Kraft des Universums. Hände. Lord Eckes Epilepsie. Gute Art, Epilog zu verändern. Ich bin wieder vor der großen Halle aufgewacht. Das Letzte, was mir in den Sinn kam, war, dass wir Günther nicht aus der Regenbogen-Kristallhöhle zurückholen konnten und die dunkle Kraft in meinem Entsetzen mich aus dem Hintergrund zog. Jetzt war ich hier, vor einer Mensch... Nein! Und ich sah Pokémon vor mir stehen. Es waren Hydropi, Latias, Pokémon, die so seltsam aussahen wie Latias, die ich sicherlich noch nie gesehen hatte. Und Günther. Das ist eine wunderschöne Beschreibung für Latias. Und zwischendurch eingeschoben. Pokémon, die so seltsam aussahen wie Latias, die ich sicher noch nie gesehen hatte. Was ist los, Günther? Was machst du hier? Sie schienen meine Aufmerksamkeit erregt zu haben. Sie sahen mich an und ich sah in ihren Gesichtern, dass sie traurig waren. Günther versuchte auch, sich zu fangen. Lord Corner, du bist wach. Lass diesen unglücklichen Ort herauskommen. Ich werde dir alles auf dem Weg erzählen. Wir machten uns auf den Weg zur astronomischen Burg, in der wir erschienen. In der Zwischenzeit bewertete Günther die zukünftigen Erfahrungen. Kurz hier nebenbei auch, dieser Epilog ist auch eine Sache, die ich nicht noch einmal so vermutlich machen werde. Auch wenn ich überlege, sowas in der Art vielleicht nach der letzten Wahl Ross-Endition zu machen. Aber so eine Zusammenfassung werde ich nicht noch einmal machen. Kurzfassung hatten wir in der 3 ja schon. In der 4 kann ich schon sagen, kommt sowas gar nicht vor im Epilog. Aber das war wirklich ein bisschen lang gestreckt. Und da verstehe ich auch, wenn man das nicht gucken will, diesen Epilog. Hatten wir das hier schon? Wenn, falls nein, lese ich es nochmal. Wir machten uns auf den Weg zur astronomischen Burg, in der wir erschienen. In der Zwischenzeit bewertete Günther die zukünftigen Erfahrungen. Also, heute hatten wir einen echten Gruß nach meiner Ankunft in Silberdorf. Am Ende unserer Erfahrung wollten sie mich nicht in ihre Welt bringen. Die dunkle Macht kontrollierte sie. Niemand konnte diese Kraft aufhalten. Es gab eine Apokalypse, sagte er. Nur ein paar hundert... Nein, nicht Menschen. Das sind die zwei Punkte dieser Version hier. Die ständigen Geschlechtertäusche und Menschen. Das sind die schlechten Dinge hier. Nur ein paar hundert Pokémon überlebten. Als das dunkle Zeitalter aufkam, gab es nur fünf Pokémon, die nicht die Kontrolle übernehmen wollten. Florent, Bulbasaur, Hydro, Pilatias und Nick Chosma. Als sie nach 300 Tagen ungefähr eine seltsame Kreatur sahen, wurde die Hoffnung wiederbelebt. Dieses Kreuz war die Seele meiner Seele. Einer der sieben, die auf diese außergewöhnliche Weise auf dieser Welt erschienen sind. Trotz der Analyse waren wir alle sehr enttäuscht und wussten nicht, wie wir gegen die dunkle Macht kämpfen sollten. Nur einer von uns konnte den Rest zerstören. Florent, das ist ja schön, hat er in der Virus Edition 3 tatsächlich auch versucht. Wir gingen zusammen in die Schatzstadt, aber wir wurden von der dunklen Macht besiegt. Tja, wenn das so schnell ging, dann sind wir wohl... Ich werde diesen Witz immer, immer wieder machen. Dort wartete sie auf uns. Sie warfen uns ins Meer, aber wir waren alle wach in den Höhlen in einem Seelenwald. Jeder von uns hatte in der Vergangenheit so etwas gesehen. Nick Chosma sei den Tag, an dem er den Himmel machte. Ich hatte Zeit. Also, ihr kennt ja auch alle, ähm, hier den Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Nick Chosma Himmel und Erde. Das stand da nicht. Oh. Ich muss mir kurz notieren, dass Nick Chosma offensichtlich Gott ist. Hehehehe. Frig. Alter. Nick Chosma erschuf einfach den Himmel. So, ist notiert. Und Latias hatte Zeit. Da ich meinen Bruder und auch meine Ehre und Würde verloren habe, hatte Hydropi bereits gesehen. Als ihre Eltern sie verloren hatten. Als sie noch klein vor dem Feuer meines Sees waren. Und seitdem zwei Freunde ihrer Eltern verloren. Sie wurden später die Eltern von Bulbasaur. Er erinnerte sich an den Tag, an dem Floink ihn vor dem Prinzen rettete. Den Nick Chosma erschaffen und gefunden hatte. Fluffloink. Das ist neuer YouTube-Channel. Dann mehr dazu. Als wir alle unsere Träume hatten, standen wir dem Feind gegenüber, der wenig mit ihrer Vision zu tun hatte. Nick Chosma kämpfte gegen ihren Krieger, ihren Bruder Latias, der von den dunklen Kräften entführt wurde. Ich wünschte, ich könnte dich unter normalen Umständen endlich treffen. Ich war verzweifelt und Bulbasaur war gezwungen, mich zur Besinnung zu bringen. Nur Floink traf sich mit Darkrai. Für unsere Sieger erhielten wir eine Antwort von der Seele Günthers. Wir hatten also Geduld, Aufmerksamkeit, Hilfe, Gerechtigkeit, Ausdauer und Mut. Nur was verloren ging, war entscheidend. Wir haben uns endlich wieder mitten in einem Seelenwald getroffen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir beschlossen, dass wir wirklich lernen müssen, wie man es richtig macht. Aber als Bulbasaur den letzten Spartaner benutzen wollte, erschien der Verräter in unseren Reihen. Nick Chosma war mit der dunklen Macht befreundet und in diesen Tagen nahm Bulbasaur als Beweis. Nick Chosma beschloss, nach dem strengen Gesetz zu leben. Nach dem strengen Gesetz der Christen, weil er ist ja schließlich Gott. Ich meine, und natürlich war es sicher, dass wir keine, dass wir, ja, keine Chance geben würden. Abgesehen von ihnen und ihrer Stärke hatten sie heutzutage ihre eigenen Pakete gemacht. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich bekomme einen neuen Amiibo die nächsten Zeit. Als Reaktion auf Bulbasaur's Verschwinden reagierte Flonk und forderte ein Urteil. Wir haben jedoch die Arbeit von Günther verschoben, der nun sein erstes Ziel hat. Pure Cleansing. Wir haben uns für die Entfu... Oh, für die Einführung. Zurückgezogen, um Günther alles zu erklären. Und es gab einen Mangel an Entwicklung, weil Flonk mehr als einen Vorsprung brauchte. Also erklärten sie mir alles und dann erzählte Latios uns die Natur der dunklen Welt, unsere einzige Hoffnung. Bekanntlich gab es Experimente in der dunklen Welt, aber sie schufen eine dunkle Kraft und kein reines Detail. Die Welt hatte auch eine Wahl. Flonk. Das Portal zu einer solchen Welt befindet sich unter dem Spiegelsee, also mussten wir nach Silberdorf, wo die dunkle Macht ihre Festung gebaut hatte. War erfolgreich. Wir arbeiteten daran, an den Strand zu gelangen und in die Tiefe zu klettern. Aber Flonk machte einen Fehler und wurde eifersüchtig. Infolgedessen war es kein guter Start und erreichte das Portal nicht. Ohne eine dunkle Kraft wären wir alle nicht. Kehrte aus der dunklen Welt zurück. Aber sie haben Flonk gefunden und es leben lassen. Er war in einem Blitz gefangen. Ich bezweifle es. Dort lernte er eine von ihm bekannte und erneuerte Kreatur kennen. Den wundersamen Soroastrianismus, den Nekrosma geschaffen hatte. Sag das jetzt drei Mal schnell hintereinander. Den wundersamen Soroastrianismus. Den wundersamen Soroastrianismus. Den wundersamen Soroastrianismus. Alter, besser als ich dachte. Den Nekrosma geschaffen hatte. Weil Nekrosma heutzutage die Macht des schwarzen Baumes war, wurde sie verhaftet. Aber sie haben Freunde gefunden und gemeinsam haben sie Erfolg gehabt. Aber als er wieder für zwei Personen am Grab im Dorf anhielt und Flonk bat, in die dunkle Welt zu gehen, war Nekrosma wieder auf dem Weg. Er hatte sie nicht entkommen sehen und sie sah es als eine gute Gelegenheit aufzugeben und zu tun, was die dunkle Macht in keiner Weise wollte. Dieser Satz hat es wirklich geschafft, den Sinn einfach nur zu 100% umzudrehen von dem, was da eigentlich starr stand. Doch erfuhr Flonk zuerst von der Kraft, die Nekrosma mit der Kraft verbannt, die die dunkle Kraft ihm gegeben hatte. Ziemlich kräftig, der Satz. Er zog dorthin, wo er sich den alten Propheten zuwenden wollte. Dem dunklen Gott des Lichts Ultra Nekrosma. Weil sie keine Chance hatten, die Macht zu besiegen, opferte sich Flonks neuer Freund, den man zufälligerweise nie wieder gesehen hat, obwohl er eigentlich noch am Leben ist, lol. Und halb Flonk, die dunkle Welt zu erreichen, in der er sich uns wieder anschloss. Aber während der gesamten Reise sahen wir die Ereignisse der letzten Tage besonders in auf Flonk Warnhard. Und es war jetzt wirklich schwer. Also hatten wir einen Streit, als Flonk aufwachte. Aber durch einen schweren Unfall wachte Flonk auf und wir hörten, als wir argumentierten, dass er es nicht erleben konnte. Scheitern und können im Notfall einen Unfall verursachen. Wir planten daher, Flonk unter der Küste von Tohaido einzusperren, weil er die Tests nicht freiwillig bestanden hätte. Aber an diesem Punkt dachte Flonk, wir wären es. Er floh an die Seite der dunklen Kräfte und floh. Soll ich was sagen? Ich bezweifle es mal wieder. Er beschloss die Erfahrung durchzugehen, obwohl er alleine war. Insbesondere konnte er sich von der Absage von Ivelta retten. Giratina mit seiner scharfen Welt besiegen. Und den letzten Test war ein. Den Darkrai-Test. Was zum Fick hab ich grad gemacht? Trotz der Stärke seines Gegners konnte Flonk nicht dasselbe tun. Aber in diesem Moment standen ihm drei im Weg. Flonk setzte all seine Kraft im Kampf gegen sie an und zeigte seine Wahrheit. Nun, zumindest ist er nicht untergegangen, ohne sich vorher zu erklären. Warum finde ich solche Sätze so lustig? Das sollte ich nicht. Einfach faktisch. Ich sollte das nicht so lustig finden. Es traf mich. Wir beschlossen ihn zu suchen und weil wir seine Motive nicht erklären konnten. Ich war auf jeden Fall. Flonk hatte uns abgesagt, als ich den dunklen Hof spürte. Mithilfe seiner Wunden aus früheren Kriegen verlor er diesen Kampf und ich verstand aus dem Kommentar am Ende der Zeit, was passiert war. Als er aus der Modernisierung aufwacht, erklärten wir ihm alles. Er machte es gut und erzählte uns von ihren Experimenten. Als sie endlich wieder gesund war, sich, wollten wir nach Sibberdorf zurückkehren und die dunkle Macht besiegen. Aber bevor wir das Portal öffnen konnten, hatte sie uns genauso gesehen. Wir sind alle verhaftet worden. Alter, ihr merkt gerade, ich lese schnell, aber das ist halt auch ein saulanges Kapitel. Deswegen will ich ja auch ein bisschen schneller durchkommen. Ich ging zum Schloss, um die dunkle Macht. Bis zum Ende zu beschützen. Aber vorher stand Nick Schossmann an ihrer Stelle, an der Okay, doch, das passt. Irgendwie fühlt es sich ein bisschen an, als wäre ich einiges geskippt. An der sie seit ein paar Tagen waren. Also gab es kein Flonk. Nach einer Weile kam Nick Schossmann auf seine eigene Idee. Einer Bad Truth Politik. Und Flonk bot uns an und Soro Asta, die verhaftet wurden, Frieden. Da Nick Schossmann als Schatzmeister nicht damit gerechnet hatte, schlecht zu werden, sondern davon ausging, dass er sein nützlichster Freund von Avenger war. Dunkel geschlossen. Doch bevor Nick Schossmann starb, erzählte er uns die Motive seines Meeres. Er war einst ein akzeptierter Freund von Darkrai, aber ein dunkler Strahl machte Darkrai zu dem, was er heute ist. Erfährt man dazu in der Valros Edition 4 vielleicht etwas mehr? Vielleicht? Vielleicht nicht? Wer weiß? Ich weiß! Darkrai selbst erschien auch am Ende von Nick Schossmann, vor dem Finale. Wir gingen alle zusammen in den Thronsaal, wo du gerade wach warst. Da die dunkle Macht, die zu jeder Zeit die zweite Seite kannte. Also haben wir auch von uns erwartet. Sie wusste, dass wenn dieser Flonk fehlschlug, er kann seine Macht vereinen und er wird zur Dunkelheit des Reinen. Nein, zum dunklen Magier. Also haben wir uns bemüht, diese Welt zu retten. Du bist auch dabei. In gewisser Weise konnten wir sie natürlich auf akzeptable Weise akzeptieren. Holen sie Flonk ein. Sie haben ihre Taktik geändert. Sie haben ihren Körper freigegeben und den Inhalt mit dem Pakt-Detail geteilt. Wir können ihn nicht mehr besiegen, aber Flonk kann unsere Angriffe verlangsamen. Und so sagte er uns, dass dies nur eine Chance ist, unseres in ein Sieg, ein Ritual, das lange vergessen wurde und mir erfolgreich war. Die Gleichgewichtslinie. Mit Gewicht kenne ich mich aus, ich bin Walra. Oh, nicht dasselbe. Oh. Dies war dieselbe Linie, die die dunklen Kräfte teilte. Die einzige Chance für den Erfolg der Zeremonie war die erfolgreiche Vereinigung der Kräfte. Es gab drei Komponenten. Hell und dunkel. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Charakter das gesagt hat. Ich schlage das jetzt nach, weil ich es einfach kann, wie so ein krasser Schnitzelfresser. Ich bin deutsch, also bin ich einer. Ich meine natürlich. Ich habe heute auch nicht wirklich... Doch, doch, das machen wir jetzt nebenbei. Ich habe heute eine Frage an euch wieder. Und zwar ein bisschen in andere Richtung. Einfach, was sind eure Erwartungen an die Vairos Edition 4? Tja, was erwartet ihr denn? Okay, es war ein bisschen anders geschrieben hier. Hier steht ja, es gab drei Komponenten. Hell und dunkel. Was übrigens geschrieben wurde von... äh, gesagt wurde von Latios. Das heißt, Latios kann nicht zählen. Im Original stand da... Es waren die Mächte der drei Elemente des Lichts und der Dunkelheit. Das heißt, ergibt in der Form schon irgendwie sind es halt scheiße umgestellt. Aber Latios kann nicht zählen. Wir waren jedoch sehr wenige. Stattdessen haben wir viel gelitten. Wir mussten die Details des Traumes durchgehen. Diese Grundelemente, Ort, Zeit und Traum sind auch in Pokémon bekannt. Jeder ist ein bisschen anders als jeder andere. Es gibt jedoch auch Latins und Latins. Man spricht wahrscheinlich Latins, aber... Als Pokémon of Space, Hydropi. Als Pokémon of Time. Ähm, hier, äh, Zeldas wegen Lied einfügen, Leute. Also, es gibt jedoch auch Latins und Latins als Pokémon of Space. Hydropi als Pokémon of Time und Flonk und ich für Light und Dark. Aber als wir es erneut versuchen, erschien der Geist von Bulbasaur in unseren Reihen. Bulbasaur-Pokémon aus dem Schlaf. Er half uns, den Befehl zu beenden und verschwand dann wieder. Die Kraft der Dunkelheit und der reinen Zweck wäre nix verloren gegangen und würde wieder gesehen werden. Wir haben den Kampf gewonnen, aber er muss besiegt werden. Sei nicht positiv, Walli! Ich warte darauf, dass Gunther seine Rede fortsetzte, aber sie wurde abgebrochen. Von einem fast klaren Pokémon, das unter uns auftauchte. Nee, das ist falsch. Es waren zwei. Lord Ecke kann auch nicht zäh... Lord Ecke kann auch nicht zählen. Sage ich, ich hab zum Glück keine Facecam drin. Dann würdet ihr sehen, dass ich gerade drei Finger hochhalte. Gott, ich bin einfach zu blöd. Ich hab das neulich wem gesagt. Jemand hat mich gefragt, weißt du was? Hab ich gesagt, wenn ich was wissen würde, dann wär ich kein YouTuber. Ähm, ja. Als wir den Rest der Geschichte begannen, sahen wir uns beide nur an. Die Macht der Dunkelheit ging verloren und Tränen wurden durch den Einsatz von Rhythmus vergossen. Alle waren mit dem Sieg zufrieden. Ich war wie die anderen, aber trotzdem wusste ich, dass es noch nicht passiert war. Als alle gingen, sahen sie, wie es dir ging. Die Welt um mich herum ist rot geworden. Die Macht der Dunkelheit wurde zerstört und ich war für meinen... für einen Teil nichts. Es war Zeit für mich zu gehen. Ich mache das auch. Ich mache es immer noch. Alles in allem bin ich jetzt für alles, das ist passiert. Aber es ist keine schlechte Sache, die während unseres Besuchs passiert ist. Viele Pokémon müssen wie wir von dieser Welt verschwinden. Aber am Ende ist es das Wichtigste, sie loszuwerden. Ja, dann Ziel erfüllt, oder? Wir haben die ganze Welt vor Pokémon gerettet. Und so weiter. Wenn es schmerzhaft ist, sich von dieser Welt zu verabschieden, sind wir heutzutage wieder zusammen. Wie immer. Jetzt, da die Welt vorbei ist, gibt es keinen Grund, hier ohne Körper und ohne die wichtigen Möglichkeiten zu bleiben. Wir werden jetzt gehen. Eines Tages, in der Hoffnung, dass wir uns in Zukunft wiedersehen werden. Bis dahin vielleicht leben. Ja, ich glaube tatsächlich, die anderen werden noch leben, bevor sie euch wiedersehen. Oder? Virus Edition 3, ähm, 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 na? Ne, warte, die leben ja, ähm, das war ein Scheißsatz, die leben ja trotzdem alle. Ähm, ja. Am Ende hielt jemand aus unseren Reihen, der noch aktiv war, erneut eine Rede. Günther kam zu beiden. Florian Bulbersau, bevor wir uns auf den Weg machen, möchte ich Ihnen zum ersten Mal für alles danken. Wir schulden Ihnen in dieser Hinsicht viel, ob als Kämpfer oder als Freund. Sie sind die wahren Zeugen einer solchen Geschichte. Übersetzung, Florian will damit sagen, dass die beiden nichts gemacht haben. LOL. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an alles erinnern, was passiert ist. Vielleicht leben. Ähm, das wär's. Die beiden sind schon so Geister, wissen, dass sie ins Jenseits verschwinden und Günther kommt so, ja, versuchts doch mal mit Leben. Disrespekt des Jahres. Auch wenn Günther von ganzem Herzen mit uns allen sprach, wollte niemand sie verlassen, ohne ihn noch einmal zu danken. Florian Bulbersau, mein Bruder, ich kenn dich schon lange, woran das nur liegt. Und ich weiß, dass es für uns schwierig wird, ohne Erfolg zu überleben. Trotz allem, was ich nicht aufgeben werde. Eines Tages werden wir wieder alle verbunden sein. Nun, ich hab schon das meiste gegeben, als du dich in das Floing-Schloss geworfen hast. Leider kann ich dir nicht sagen, dass Bulbersau eine zu große Falle war. Ich wusste, dass du auch zu kurz dafür bist. Ach so, jetzt ist er auch noch kleinwüchsig. Das ist aber wirklich gemein, wie die hier gemobbt werden. Aber was ich weiß, ist nicht lang und kurz. Sie sind zwei echte Helden. Die Welt braucht Pokémon, wie sie... Irgendwie ist das voll Disrespect. So richtig betont. Ja, diese Welt braucht doch gerade euch beiden. Warum versucht ihr es nicht mit Leben? Du bist übrigens kleinwüchsig. Digga, Floing und Pisasam werden übel gemobbt beim Verschwinden. Okay. Ich habe gerade den... Ich habe gerade was sehr in der Nähe gelesen und... Nein, die werden hier wirklich taktisch komplett gemobbt. Also, dann ist es Zeit für uns, uns wieder zu verabschieden. Ich war schockiert, dass wir uns nicht als Freunde kennenlernen konnten. Aber ich bin auch froh, dass wir keine Freunde mehr sind. Dieser Satz einfach... Wie werden die hier bitte gedisrespektet? Wie der Feind sich den Parteien anschließt. Jetzt haben sie mich alle kontaktiert, aber ich habe es getan. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte die ganze Version dieser Erfahrung nur in einer kurzen Version gehört und zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit gab es wirklich keine Chance für einen von beiden, sich wirklich zu verlaufen. Aber ich wusste, dass ich es musste und am Anfang wollte ich dir ein bisschen erzählen. Ich... Naja, leider habe ich diese Erfahrung nicht wirklich gesehen, aber... Natürlich möchte ich mich nochmal persönlich bei Ihnen bedanken. Seit ich nach Silberdorf gekommen bin, ist es Zeit, auf allen Vieren zu sein. Das war es für einen Wohlpix auch schon vorher. Wenn nicht fünf! Okay, das geht nicht. Ich finde die letzte Folge jetzt nochmal schön lustig. Hatten wir lange nicht mehr, dass ich die wirklich lustig fand. Seit ich nach Silberdorf gekommen bin, ist es Zeit... Äh, hatten wir gerade. Wenn nicht fünf, hast du immer an meiner Seite gestanden. Ich habe mich wieder auf die Beine gestellt, aber auch in der schwierigsten Zeit meines Lebens, als ich ein Sklave der Dunkelheit war und von Verzweiflung und Unglück umgeben. Als ob du nicht genug wärst. Äh... Du warst immer bei mir. Du hast alle Welten gerettet. Ich bin wirklich schuld an deiner Zerstörung und deinem Tod. Du hast Zeit, wo... Zeit und Worte, um dir sehr zu danken. Ich werde dich nicht vergessen. Es war also Zeit. Flank und Bulbasaur haben sich zusammen in der Sonne verriert. Das müsste relativ heiß sein. Als ob es nicht fehl am Platz wäre, war dieses Ende eines der schönsten, die diese Erfahrung hätte erreichen konnte. Das war kein Satz und steht auch nicht so da. Hätte erreichen konnte. Ähm, ich merke, ich habe mir die Einzeldeutsch im Zeugnis verdient. Eines der schönsten, die diese Erfahrung erreichen konnte. Schließlich wurden beide wieder verbunden und vorher heftig gedisrespektet und gemobbt. Bevor wir die Burg betraten, kamen wir auch zu einem großen Platz in Silberdorf. Aber als erstes ist uns etwas passiert. Der Himmel war nicht blau und die Sonne war nass. Das habe ich nicht erwartet. Alles war mit roten Wolken geschmückt. Es regnete auch. Aber der Regen war nicht normal. Es war rotes Blut. Okay. Ich dachte darüber nach, was passiert sein könnte, als Günther ein bisschen passiert zu sein schien. Er sprang plötzlich ins Meer. Das ist nicht mal in der Nähe. Okay, in der Nähe schon. Silberdorf ist relativ küstnah. Geografie der Valros-Edition. Ohne von jemandem getroffen zu werden. Der nächste Satz. Sein Körper war voller Schmutz, das Rektum jedoch nicht. Für die, die vielleicht nicht wissenschaftlich so begabt sind. Ein Rektum ist ein Gesäß. Günther, es ist alles gut. Anstelle der üblichen Reaktion macht er ein erstaunliches Geräusch. Es erinnert mich an etwas, das aus der Vergangenheit erzählt worden war. Und es ist schon wieder jemand Gänsehaut. Ich aß Gänsehaut. Sag Latios, was hast du gesagt? Die Entscheidung wurde getroffen. Why my Lord Eckel? Du siehst auf diese Weise blass aus. Ist alles in Ordnung? Bitte Latios, wie ist das? Über. Äh, nun kurz nachdem Necrosma Bulasam getötet wurde, stieg das Bewusstsein für Flanks Gefühle. Dann Ich nahm meine Seele. Ich sah Günther an, der steigend ab, steigend, schweigend aufstand. Lauf bald! Nach ihrer Erfahrung haben meine Freunde den Fehler gemacht. Der vielleicht, der der vielleicht größte Fehler war, der jemals gemacht wurde. Es gibt zwei Pillen, hell und dunkel. Aber es gibt eine Kreation, die in diesem Bereich auch in diesem Bereich überwacht. Eine Kraft, die Welten mit einer Geste trennen kann. Eine Kraft, die nicht zur Herrschaft dient, ist außer Zerstörung bedeutungslos. Meine Freunde haben diese Liebe zum Hass geschaffen, ohne es zu wissen. Bestimmung! In diesen Tagen als Licht und Dunkelheit verboten waren. Also ich hab das jetzt so geschrieben, weil das in Caps Lock ist, weil ich notiere mir das selber so in der Geschichte. Determination schreib ich nur das D groß, Determination schreib ich in Caps Lock. Okay. Konnte die Kraft, die heutzutage in Günthers Seele war, seine Kraft entwickeln. Wir haben versucht, sie etwas zu beruhigen, aber es war zu spät. Während ich das schreibe, verstecke ich mich in einer Grotte. Nur, alle anderen sind gestorben. Dieser Text wird in keiner Weise meinem Besitzer gehören. Bestimmung! Hat sein Ziel erreicht. Floing Bulbasaur, wir bedauern dich. Es tut mir leid, aber dies sind die letzten Zeilen vor dem Ende der Pokémon-Welt. und der Pokémon-Mystery-Dungeon Walross Edition 2. Aber dumm, es ist vollbracht. Das war's. Es ist vorbei. Und ich möchte direkt mit euch auf die wohl größte Frage, die ihr vermutlich großteils haben werdet, eingehen. Wird es eine Walross Edition 3 in dumm geben? Und die Antwort? Ich weiß es nicht. Was ich sagen kann, wenn es sie geben wird, dann nicht dieses Jahr. Denn jetzt wisst ihr ja, kommen wir gleich nochmal zu, naja, nicht dieses Jahr. Man hat vielleicht auch bemerkt, es war nicht so, ich war nicht so motiviert. Ich weiß auch nicht, inwiefern es bei einer Walross Edition 3 in dumm wäre. Der Unterschied ist wirklich, es ist, es war am Anfang ganz lustig, aber wird schnell stumpf und einfach nicht lustig, ne? Und in der normalen Walross Edition, da spüre ich wirklich die Geschichte. Ich stehe hinter allem, was in diesen Geschichten steht. Anders als hierbei. Das ist eben nicht, was ich geschrieben habe, nicht was ich euch mitteilen möchte. Es fühlt sich einfach anders an. Anders als die normale Walross Edition. Auch wenn ich mich für heute von diesem Hörspiel verabschiede, okay, nicht ganz, ihr wisst alle, dass innerhalb der nächsten Tage noch das komplette Hörspiel kommt, woran ich ehrlich gesagt bisher gar nicht wirklich gedacht habe. Lol, fällt mir grad so auf. Ihr alle wisst, ihr werdet dieses Video hoffentlich morgen Montag sehen. Und es sind keine zwei Wochen mehr, bis die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 Another Life beginnt, die uns einige Zeit begleiten wird, die euch hoffentlich gut gefallen wird. Aber mit der Walross Edition und dumm, war es das fürs Erste. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Projekt geguckt haben. Vergesst nie, wenn eure Freunde sterben und als Geister noch auftauchen, diskriminiert sie noch schon mal schön. Danke an alle. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt dieses Video gerne mit einem Like. Lasst ein Abo auf dem Kanal, da falls ihr es noch nicht getan habt. Checkt vielleicht mal das Smash Bros. Tournament aus, wenn ihr wollt. Das war wirklich sehr interessant und Tschüss.